Die Batterien Oh, kleine Zitrone, warte nur. Eines Tages wirst du ein großer, hübscher Baum. Guck mal, sie redet mit einem Blumentopf. Oh, ihr seid's, Jungs. Gefällt er euch? Was denn? Mein Setzling. Seht ihr ihn? Er wird ein schöner, großer Baum werden. Und da, zwischen den grünen Blättern, werden wunderschöne gelbe Zitronen wachsen. Klasse! Aus dem Ding? Zitronen? Oh ja, es wird schon ein Baum draus werden. Dafür muss er lediglich Energie sammeln. Er braucht Energie? Woher denn? Von unserer Sonne! Der Sonne? Die ist doch viel zu lahm. Oh, Batterien werden viel schneller als die Sonne. Batterien? Das glaube ich eher nicht. Spule, weißt du, wie viel Energie die haben? Lass uns ein paar Batterien hier vergraben. Und du wirst sehen, wie dein Zitronenbaum in die Höhe stellen wird. Bist du ganz sicher? Selbstverständlich. Und wo kriegen wir die Batterien her? Da drüben. Professor Eugenius hat eine ganze Schachtel voll davon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wär's schon. Vor dem Wochenende werden wir die ersten Zitronen sehen. Die erste Batterie der Welt wurde in Italien vor mehr als 200 Jahren gemacht. Wenn zwei unterschiedliche Arten von Metall in salziges Wasser gelagert wurden, begann Strom aus einem Stück Metall zu dem anderen durch einen Draht zu fließen. Viele Jahre sind seitdem vergangen, aber Batterien arbeiten immer noch auf so ziemlich die gleiche Weise. Heutzutage kann man Batterien, die für Strom gebraucht werden, überall finden. Winzige Batterien werden für Armbanduhren verwendet, während die großen Batterien Autos und sogar Schiffe antreiben können. Da Millionen von neuen Batterien produziert werden, stellt sich die folgende Frage. Wie werden wir die alten los? Sie können nicht einfach weggeworfen werden, weil sie unsere Erde und Wasser vergiften würden. Der beste Weg, um Batterien zu entsorgen, ist, sie zu einer speziellen Sammelstation zu bringen, die sie an Fabriken für Recycling sendet. Ja, ja, die Idee, Batterien zu vergraben, ist furchtbar. Dadurch können Pflanzen, die dort wachsen, sterben. Und aus genau diesem Grund legt Professor Eugenius alle gebrauchten Batterien in die Schachtel dort, damit er sie richtig entsorgen kann. Hey, wo sind sie hin? Oh, mein Setzling, was machen wir nur? Was? Wo sind die Batterien? Sie sind im Blumentopf. Wieso? Damit die Zitronen schneller wachsen. Mit Batterien? Wessen Schnapsidee war das denn? Das ist tödlich. Schnell, wir müssen ihn retten. Hm, diese Erde ist verseucht. Der Setzling braucht schnell ein neues Zuhause. Aber wo? Da drüben, da ist ein Topf mit guter Erde. Los geht's! Batterien, Batterien. Jede Form und jede Größe kann da möglich sein. Batterien, Batterien. Können grün und blau und gelb und auch mal rötlich sein. Batterien, Batterien. Batterien, Batterien. Batterien, Batterien. Batterien, Batterien. Nicht weinen, Spule. Dem Setzling wird es sehr gut gehen. Er wird groß und stark werden, mit Zweigen voll wunderschöner Zitronen. Und auch ein... Und Wassermelonen. Das ist ein Zitronenbaumfeuer. Musst du denn jedes Mal übertreiben. Wie mit dem Batterien? Naja, trotzdem. Batterien sind cool, oder? Schaut nur, wie viele Geräte durch sie arbeiten. Richtig, Geräte brauchen sie. Seht, der Setzling erwacht wieder zum Leben. Ah, er lebt wirklich. Spule, sag schon, ist es nicht herrlich? Ah, herrlich. Die unsichtbare Tinte. Prüfer, Thomas. Was ist das? Ein Brief? Von wem ist er? Von niemandem. Ah, ist er von einem Mädchen? Hey, erzähl. Warum schreibt sie dir? Ich weiß nicht. Na dann, lass ihn uns lesen. Nein, es ist ein Geheimnis. Geheimnisse für Freunden? Mhm. Wir sind nicht irgendwelche Freunde. Wir sind Geheimfreunde. Sagt ihr es nicht weiter? Niemandem versprochen. Wirst du den Brief jetzt öffnen oder nicht? Hm, da steht nichts drauf. Hm. Ist das ein Witz oder was? Vielleicht wein ich danach, dir etwas zu schreiben. Warum gibt sie mir dann einen Zettel? Warte doch mal. Was, wenn sie ihn mit einer besonderen, unsichtbaren Tinte geschrieben hat? Existiert sowas denn? Wenn ihr möchtet, dass euer Brief ein Geheimnis bleibt, dann könnt ihr ihn mit einer besonderen Flüssigkeit schreiben. Nämlich mit einer unsichtbaren Tinte. Ihr könnt unsichtbare Tinte selber machen. Man mischt Zitrone, Milch oder Backpulver mit Wasser. Dann steckt ihr einen Stock oder Pinsel hinein und schreibt damit auf weißem Papier. So, ihr könnt nichts sehen, oder? Damit die unsichtbare Tinte wieder sichtbar wird, müsst ihr das Papier erwärmen. Zum Beispiel mit einem Bügeleisen. Aber das ist ein Geheimnis. Hey Simka, vielleicht hast du recht. Aber das Bügeleisen, ich darf es nicht nehmen. Aber deine Mama kann es und sie bügelt gerade. Ja? Dann ist dir alles gut. Warte. Wenn das echt ein geheimer Brief ist, dann darf ihn wirklich niemand anders sehen. Nicht mal deine Mama. Also, was soll ich tun? Ah, ich weiß was. Mama, kannst du mein Hemd auch bügeln? Bitte? Was stimmt nicht damit? Nichts, nur die Brusttasche ist bloß verknittert. Ah, klar, gib es mir. Ich frage mich, seit wann dir sowas wichtig ist. Bitte sehr. Danke, Mama. Es hat geklappt. Was? Was steht da? Hä? Tom Thomas, ich mag dich wirklich sehr. Katja, Katja ist in dich verliebt, stimmt's? Und was ist mit dir? Magst du sie? Äh, ich weiß nicht. Sie schreibt immer Einsen. Du magst sie. Tom und Katja sitzen auf einem Baum. Küss. Nolik, hör auf damit. Na? Aha, schreibst du ihr zurück? Sollte ich das? Klar, Dussel. Ich hab Angst, dass es jemand sieht. Warum schreibst du ihr nicht auch mit unsichtbarer Tinte wie sie? Ja, hol Zitrone. Heutzutage ist es weniger üblich, dass sich Menschen Briefe schreiben und sie sie über den normalen Postweg schicken. Heute schreiben die meisten Leute Briefe übers Internet. Aber selbst elektronische Briefe sollten mit denselben grundlegenden Höflichkeitsregeln geschrieben werden wie handgeschriebene. Zum Beispiel schreibt man eine Begrüßung am Anfang des Briefes. Und ein paar nette Worte am Ende des Briefes werden immer geschätzt. Zum Beispiel Grüße und Küsse oder alles Liebe oder bis ganz bald. Und bevor ihr den Brief abschickt, solltet ihr ihn euch nochmal durchlesen, um Fehler zu korrigieren. Und noch eines. Wenn ihr eine Nachricht von jemandem bekommt, nehmt euch nicht zu viel Zeit, um zu antworten. Sonst denken sie, ihr hättet sie vergessen. Und das kann ihre Gefühle verletzen. Kurz gesagt, wenn ihr schreibt, schreibt höflich. Los geht's. Schreib. Was soll ich schreiben? Komm schon, sag die Wahrheit. Schreib einfach das. Vergib mir, Katja. Es gibt ein anderes Mädchen, das ich sehr mag. Ihr Name ist Zinka. Hm, Nulik. Du magst es nicht? Dann denk du dir doch was aus. Tom Thomas, na los. Schreib einfach nur, was du tief in deinem Herzen für Katja fühlst. Katja, ich mag dich auch. Etwa so? Ging das in Ordnung? Wäre das okay? Wundervoll. K-Ü-S-S-E. Hält den Mund, okay? Tom Thomas, bist du fertig? Und hast du auch kontrolliert, dass du keine Fehler gemacht hast? Nein, aber ich sehe jetzt nach. Hm, die Worte sind verschwunden. Nun, wenn's Fehler gibt, wird nur Katja es erfahren. Der Videoanruf Mach die Kamera sofort an. Ich bin Zinka. Das hab ich mir gedacht. Nulik, warum bist du nicht in der Schule? Schule? Schon? Noch nicht, aber es geht jeden Moment los. Schon unterwegs. Simka, ist das echt eure Fixie-Schule? Ähm, tja, eigentlich ist das das Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet. Er erlaubt uns hier zu lernen. Wer ist das, Simka? Guck, ist das der Professor? Wo? Ach, komm schon, Tom Thomas. Das ist der Manipulator. Wer? Nicht wer, was? Das ist ein mechanischer Arm. Im Ernst? Oh, bitte zeig mir noch andere Sachen im Labor. Wie soll ich dir die denn zeigen? Komm schon, mit der Kamera. Computer und Tablets lassen sich gegenseitig durch das Internet verbinden. Deshalb kann man sich durch den Computer mit einer anderen Person unterhalten, wie beim Telefonieren. Und wenn der Computer eine Videokamera hat, dann kann er über das Internet nicht nur den Ton verschicken, sondern auch Videos senden. Deswegen wird es Videogespräch genannt. Durch die Videoanrufe könnt ihr mit euren Freunden sprechen, sie sehen und ihnen alles zeigen, was ihr selber sehen könnt. Also gut, schau dich um. Hier haben wir die Chemieabteilung. Und hier haben wir... Hey, Tom Thomas, wie schön dich zu sehen. Wow, du bist vielleicht schnell. Nolik, geh mal aus dem Weg. Du blockierst die Sicht auf das Labor. Ich blockiere noch gar nichts. Geh schon weg. Geh du doch weg. Du, geh weg. Tom Thomas, was guckst du denn da? Sollten wir uns nicht verwandeln? Zu spät, er hat uns schon gesehen. Es ist nur ein Zeichentrick mit diesen kleinen Männchen. Kann ich mitgucken? Ach, ist langweilig, Papa. Und ich kenne ihn auch schon längst. Gleich wird der Blaue da. Hoch und runter hüpfen. Guck. Und jetzt lass uns fliehen. Los, hübschen. Trickfilmmäßig. Gleich wird die Rothaarige da singen. Da. Pass auf, jetzt tanzt sie. Die beiden sind wirklich komisch. Und jetzt in Hochgeschwindigkeit. Das war komisch. Ich mach mich auf den Weg. Das war's. Rot euch aus. Papa ist weg. Warte nur zum Thomas. Was macht ihr beiden denn da? Wir gucken Film. Wie? Auf meinem Computer? Entschuldigung, Professor. Ja, werden Sie uns verzeihen. Wie ist der denn? Ist der gut? Aha. Der Film ist super duper witzig. Wirklich? Klar. Sehen Sie diesen Jungen da? Der wird gleich mit seinen Armen wie verrückt herumwedeln. Schauen Sie, er kriegt doch wie den Hahn. Kuh, kuh, kuh. Und gleich wird der Junge auch noch Papier kauen. Hä? Oh, äh. Ich kann das nicht gleichzeitig. Hm. So ist das wie? Das soll ein Film sein, sagt ihr? Menschen waren schon immer daran interessiert zu sehen, was außerhalb ihres eigenen Standortes liegt. Und mit der Erfindung der Videoübertragung ist es möglich geworden, fast alles zu sehen, was überall passiert. Man kann ohne das Haus verlassen zu müssen sehen, was in einer anderen Straße oder sogar an einem weit entfernten Ort auf der Welt geschieht. Mit Hilfe von Videoübertragungen können Ärzte ihre Kollegen unterstützen und komplizierte Operationen durchführen. Lehrer unterrichten per Video und Wissenschaftler nehmen an Videokonferenzen teil. Durch Video kann man ein Theaterstück in einem anderen Land direkt miterleben. Und sogar Astronauten im All können sich ganz wie zu Hause fühlen, indem sie mit ihren Familien chatten. Und das betrifft nicht nur Astronauten. Heute ist auf der Erde fast jedes Tablet und Handy mit Video ausgestattet. Das ist unser Freund, Tom Thomas. Nett dich zu treffen, Tom. Ich bin Professor Eugenius. Ich nehme an, dass du auch ein Freund der Fixies bist. Ja, aber es ist ein Geheimnis. Du hast recht, mein Freund. Lass es uns gemeinsam wahren, denn das ist es, was Freunde tun. Tisch! Schach. Wie wär's damit? Ah, dann setz ich den Bauern. Und ich setze meinen Bauern. Großfix, unsere Spule ist verschwunden. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Professor, haben Sie sie gesehen? Die Spule? Keine Ahnung. Wir spielen Schach, seht ihr das nicht? Mögt ihr Brettspiele? Zum Beispiel Domino. Jeder hat das schon mal gespielt. Aber wisst ihr, woher es kommt? Domino wurde von den alten Chinesen erfunden. Sie machten Würfel platt und dekorierten sie mit Bildern. Und dieses Spiel sieht auf den ersten Blick aus wie Dame. Aber es ist viel cleverer. Es heißt Begemon. Es kommt ursprünglich aus Persien und wanderte von da durch die ganze Welt. Aber das herausforderndste Spiel von allen ist das Schachspiel. Es wurde ursprünglich in Indien erfunden, aber heute ist Schach überall beliebt. Es wird von Erwachsenen gespielt, von Kindern und sogar von Computern. Es ist eine richtige Sportart. Aber das Wichtigste beim Schachspielen ist nicht die Kraft in den Armen, sondern die Kraft des Kopfes. Da ist sie ja. Hey, was macht ihr da? Ah, da ist unsere Spule. Bitte gebt sie uns zurück. Wir brauchen sie wirklich dringend. Aber wir brauchen sie. Wartet doch. Wir nutzen sie als Ersatz für unseren Bauern. Ah, oh. Ich habe eine Idee. Nomi kann doch für den Bauern einspringen. Yeah. Äh. Das schaffe ich. Na gut. Nehmt sie euch. Und du stellst dich hierher. Eins, zwei, drei und los. Cool. Und was soll ich tun? Du spielst weiß. Und ich schnappe mir jetzt euren Springer. Und wir... Wir hauen jetzt deinen weg. Hey, 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 junger Mann. Mach mal langsam. Der stand hier. Nolik, zurück auf deinen Platz. Wozu? Bauern können sich nicht so bewegen. Wie bewegen sie sich? Tja, immer nur ein Feld und nur geradeaus. Der Bauer ist eigentlich die schwächste Spielfigur. Ich bin erledigt. Und wer ist die Stärkste, hä? Die, die Königin. Sie ist der größte Feind des anderen Königs. Ach, ich wäre so gerne eine Königin. Ich hätte es dem schwarzen König gezeigt. Oh ja. Beim Schach hat jeder Spieler eine Armee. Acht Bauern, zwei Springer, zwei Läufer, zwei Türme und eine Königin. Sie arbeiten alle zusammen für ihren König. Sie versuchen ihn zu schützen, wenn die Feinde ihn angreifen. Wenn der König angegriffen wird und er im nächsten Zug geschlagen werden kann, sagt der Anführer Schach. Und wenn der König anschließend nirgendwohin ausweichen kann, sagt man Schachmatt. Derjenige, der als erstes Schachmatt sagen kann, hat gewonnen. Ich setze meine Königin. Ja. Und ich setze meine Königin. Na dann erobern wir ihre Königin. Aha. Wirklich? Dann schmeiß ich eure raus. Großfix, darf ich jetzt? Noch nicht. Ha. Geben Sie auf, Kollege. Ha. Das ist ein Witz, oder? Nolik. Vorwärts. Hurra. Dann weiche ich aus. Vorwärts. Aha. Jetzt schnapp ich mir den Springer. Daraus wird nichts. Okay, Bauer. Noch einmal. Vorwärts. Groß, Großfix. Wo soll ich jetzt hingehen? Ich stehe am Rand. Nirgendwohin. Jetzt bist du die Königin. Was? So lautet die Regel. Wenn ein Bauer bis ans Ende des Spielfeldes kommt, kann er zu jeder Figur werden, die zuvor rausgeflogen war. Hurra. Ich bin die Königin. Jetzt bin ich die stärkste Figur im Spiel. Hey, Königin. Komm zurück her. Das Spiel ist aber noch nicht aus. Wir fangen den Bauer mit der Königin. Königin, stell du dich jetzt dort hin. Schach. Schach. Hm? Ja? Hä? Und jetzt? Hier hin. Schach-Matt-Kollege. Ja, klar. Es ist. Warte. Ja, ich habe verloren. Hurra. Tidisch, Tidisch, Tidisch. Professor. Bitte, hier ist ihr fehlender Bauer. Sie können Olig jetzt gehen lassen. Ich gehe jetzt bestimmt nirgendwo mehr hin. Schach ist mein neues Lieblingsspiel. Ich habe gerade Professor Eugenius Schachmatt gesetzt. Wirklich? Naja, Großwächs hat mir etwas geholfen. Eigentlich hat Großwächs mir gesagt, wann ich gehen soll. Aber jetzt bin ich Königin. Der Barcode. Also, was machen wir, falls wir Menschen begegnen? Äh, verstecken, oder? Und was machst du, wenn es kein Versteck gibt? Dann verwandeln wir uns in Schrauben. Ganz genau. Wo ist es nur? Wo zum Kuckuck habe ich es nur hingelegt? So ein verwirrter Schussel. Ah, es ist Professor Eugenius. Kein Grund, sich zu verstecken. Er ist unser Freund. Wo ist es hin? Äh, haben Sie was verloren, Professor? Ja, Herr Kollege. Es ist echt schlimm. Gestern habe ich ein Bügeleisen getestet und heute... Es ist wie vom Erdboden verschluckt worden. Ja, wo könnte es denn sein? Ähm, es kämen zwei Orte in Frage. Entweder im Lagerhaus oder... Äh, nicht im Lagerhaus. Ja, diese Information wird uns helfen. Oder sie tut es nicht. Klasse, mir nach. Ins Lagerhaus. Wow, schaut mal, diese Pakete. Wenn wir jedes Einzelne aufmachen müssen, brauchen wir zwei Tage dafür. Vielleicht haben wir Glück. Lass uns hier reingucken. Nein, da drinnen ist ein Föhn. Ein Föhn? Wow, echt ein Föhn. Hm, und was mag hier drin sein? Ein Mixer. Ja, fantastisch. Und in diesem Paket? Das ist ein Wasserkocher. Der ist hergestellt in Japan. Er hat recht, da ist ein Wasserkocher drin. Professor, ist das ein Trick? Ich check's nicht. Oh, Fix, wie machst du das nur? Es muss Zaubererei sein. Was sonst? Also ich glaube, er macht's wie folgt. Der Professor hat eine Brille, mit der er in die Pakete sehen kann. Hehehe, natürlich nicht. Ich weiß ja nur, wie man den Barcode liest, der überall abgedruckt ist. Ach, den! Wenn ihr euch das Gedruckte auf Paketen und Schachteln anseht, werdet ihr ein Symbol mit vielen schwarzen Linien und Nummern finden. Diese Symbole nennt man Barcodes. Jeder Barcode beinhaltet verschiedene Informationen. Was der Artikel ist, aus welchem Land er stammt und sogar in welcher Fabrik er hergestellt wurde. Mit Hilfe eines speziellen Lesegerätes, dem Scanner, ist es möglich, alle Informationen zu lesen, die der Barcode enthält. Für Geschäfte ist es wirklich ein exzellentes System, um zu wissen, was sie alles haben. Sie brauchen noch nicht mal einen Scanner dafür? Richtig, ich kann Barcodes auch so lesen. Ich werd's euch beibringen. Klasse! Mal sehen, wir suchen nach, mh, nach einer Schachtel mit nem Bügeleisen. Da! Gut, bringt den Professor her! Heutzutage gibt es auf fast allen Dingen, die verkauft werden, ein Kennzeichen. Zum Beispiel dieses Zeichen hier ist ein Barcode. Und das hier ein QR-Code. Diese Symbole weisen uns auf vielerlei Informationen hin. Nehmen wir an, ihr geht an einem Gebäude vorbei und seht einen QR-Code. Wenn ihr eure Handykamera auf das Symbol lenkt, dann erscheinen auf dem Bildschirm Informationen über den Erbauer und wann es erbaut wurde. Toll, oder? Schade, dass nicht jedes Handy das schon kann. Und das ist noch nicht alles. Es gibt auch Kennzeichen, die ohne Bilder funktionieren. Es gibt Elektrochips, die Informationen enthalten. Diese Chips werden in Personalkarten oder Reisepässe eingebaut. Und um durchgelassen zu werden, muss man die Karte nur nahe genug an einem Kartenleser halten. Ihr seid einfach toll. Und es ging auch so schnell. Was täte ich ohne euch? Hä? Was ist denn los? Das ist kein Bügeleisen. Wem gehört dieses Sandwich? Mir. Ja, gestern wollte ich es in den Kühlschrank legen, aber ich schätze, ich habe es wohl in, äh, äh, ich werde immer so leicht abgelenkt. Hört mal, wir müssen das logisch angehen. Wenn ihr Sandwich in dem Paket legt, wo das Bügeleisen hingehört, dann wird sich das Bügeleisen... ...im Kühlschrank befinden! Ah, da bist du, mein neues Bügeleisen. Ich habe dich überall gesucht. Ich danke euch von Herzen. Das ist wirklich nicht nötig. Sie sind auch immer da für uns. Wir durften sogar in ihrem Labor unsere eigene Schule gründen. Und wir müssen uns nicht verstecken. Ja, denn sie sind so gütig. Und lieben Fixies. Die Schlüsselkarte So, Professor Eugenius, ihr Wasserkocher ist wieder einsatzbereit. Tee! Oh, danke euch. Ich sehne mich nach einer Tasse Tee. Ja. Hier ist kein Tee übrig. Äh, mh, dann werde ich die gute Elisa nach Tee fragen. Guck mal, Professor Eugenius, Sie haben Ihre Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte vergessen. Der Schlüssel! Die Tür! Simka, du machst voll Späße. Das ist ein Schlüssel. Das da ist nur eine Plastikkarte. Aber das ist ein Schlüssel. Ein besonderer. Eine Schlüsselkarte. Um ein Zahlenschloss öffnen zu können, muss in der richtigen Reihenfolge ein Code eingegeben werden. Das bedeutet, dass man sich den Code merken muss. Wenn man aber eine Schlüsselkarte hat, dann muss man ihn sich nicht merken, weil er im elektronischen Gedächtnis der Karte gespeichert ist. Das Schloss kann den Code dann von der Karte ablesen. Es darf natürlich kein normales Schloss sein, sondern so eins, welches elektronische Codes lesen kann. Wenn der Code stimmt, dann öffnet sich das Schloss. Elisa, gibt es hier irgendwo Tee? Natürlich, Professor Eugenius. Wunderbar. Dann nehme ich einen Beutel. Oh, ich habe meinen Schlüssel im Labor gelassen. Geben Sie mir bitte Ihren? Ja, aber vergessen Sie nicht, ihn zurückzugeben. Aber selbstverständlich, Elisa. Ich bitte Sie. Ich habe einen Teebeutel. Professor Eugenius, das Wasser kocht. Fantastisch. Moment mal. Oh nein, ich sollte doch Elisa etwas wiedergeben. Warum fragen Sie sie nicht? Richtig. Ich bin gleich wieder da. Professor Eugenius, das wäre Karte Nummer zwei. Elisa, ich habe Ihnen doch was versprochen, oder? Ja, den Schlüssel. Sie wollten ihn zurückbringen. Ja, klar. Ich hole sie gleich. Eine Sekunde. Sie ist auch im Labor. Wie furchtbar. Wie kommen wir denn jetzt bloß zurück in das Labor? Tja, nun, es gibt einen Weg. Der ist, der ist aber geheim. Können Sie weggehen für eine Minute? Kollege, Professor, können Sie mir einen Gefallen tun, bitte? Der Schlüssel. Ich habe ihn auf dem Tisch liegen lassen. Ja, richtig. Ja, richtig. Das stimmt. Wie lösen wir das jetzt? Darüber muss ich nachdenken. Wieso darüber nachdenken? Wir schieben einfach die Karte unter der Tür durch. Glaubt ihr, ihr könnt das? Ja! Los, an die Arbeit! Hey, was passiert da? Oh, haben Sie gerade nach mir gerufen? Äh, nein, Elisa. Nicht nach Ihnen. Sie ist so schwer. Wisst ihr, wo Ziffer abgeblieben ist? Wer denkt irgendwo nach? Das macht ja immer, wenn gearbeitet werden muss. Hartbackbord. Hartsteuerbord. Gut gemacht, Nolik. Äh, äh, mit wem haben Sie denn gesprochen? Ähm, eigentlich... Oh, was ist das? Wo? Was? Was war das? Kommt schon, wir probieren es nochmal. Schauen Sie, sehen Sie das? Äh, das ist, äh, Telekinese. Die Kraft, Dinge bewegen zu können durch Gedanken. Sie sind einfach erstaunlich. Haben Sie das auch mit Ihrem Denken getan? Die Tür? Ja, klar. Sie sind so ein Genie. Professor Eugenius ist ein sehr talentierter Wissenschaftler und ein guter alter Freund der Fixies. Er ist den Fixies immer behilflich und die Fixies helfen auch ihm gerne. Professor Eugenius hat den Fixies erlaubt, ihre Schule in seinem Labor einzurichten. Man kann sich keinen geeigneteren Ort für eine Fixies-Schule vorstellen. Aus der ganzen Stadt bringen Leute alle Arten von Dingen zum Testen ins Labor. Von Computern über Handys und Möbel bis hin zu Nahrungsmitteln und Spielzeug. Und Professor Eugenius untersucht die Qualität all dieser Dinge mit seinem Fachwissen. Deswegen befinden sich in seinem Labor unterschiedliche Geräte und Werkzeuge. Ja, Professor Eugenius ist wahrlich ein kluger Kopf, doch er kann des Öfteren auch zerstreut sein. Er hat großes Glück, dass es uns Fixies gibt. Danke für alles. Die Karte unter die Tür zu schieben? Das war Simkas Spitzenidee. Doch die Tür öffnete sich, während die Karte noch auf dem Boden lag. Wie seltsam. Da ist nichts Seltsames dran. Ich habe sie geöffnet. Wie? Ich bin einfach nur in das Schloss geklettert und habe herausgefunden, wie es funktioniert. Und Tidisch. Sehr clever. Ein echtes Tidisch. Gut. Das Thema unserer nächsten Stunde lautet erst nachdenken und dann handeln. Der Feuerlöscher. Also, was denkt ihr? Von allen Dingen. Was ist die größte Gefahr zu Hause? Kaubacke. Nun, Hunde sind gefährlich für uns. Aber was ist eine Bedrohung für uns und für Menschen? Feuer! Ha? Wo? Ich habe nur auf die Frage geantwortet. Das war ein schlechter Witz, Feuer. Aber deine Antwort ist sogar richtig. Nichts ist schlimmer, als in einem brennenden Haus festzustecken. Ich weiß nicht viel über die Chemie. Aber in Physik bin ich ein Genie. Das ist eine interessante Idee. Ich muss es ausprobieren. Und deswegen ist jeder Pack-O-Mat mit einem Feuerlöscher ausgestattet. Und wie schaltet man ihn an? Das zeige ich euch. Am Ende der Stunde. Nolik, pst. Schrei Feuer. Warum? Ich möchte nur gerne sehen, wie der Professor einen Feuerlöscher betätigt. Vergiss es. Das mache ich nicht für dich. Ach. Feuer! Hä? Du schon wieder. Das war doch nur ein Witz. Das ist ein dummer Witz. Und ich will, dass du gehst. Sofort. Eigentlich müsste ich deine Eltern über dein Verhalten informieren. Über Feuer wird nicht gelacht. Denkt dran, mit Feuer spielt man nicht. Weder mit Streichhölzern, noch mit Feuerzeugen. Das weiß doch sicher jeder, oder? Aber es gibt noch andere Dinge, die ein Feuer im Haus anrichten könnten. Zum Beispiel ein Ofen oder ein Kamin. Und denkt auch an elektrische Geräte wie Herdplatte, Heizkörper und Bügeleisen. Wenn man in der Nähe dieser Geräte nicht aufpasst, könnten sie ein Feuer auslösen. Und in der Weihnachtszeit müsst ihr ganz besonders aufpassen. Kerzen und Wunderkerzen können gefährlich werden. Die Funken könnten auf leicht entzündliche Dinge überspringen, wie Papier, Holz oder Stoff. Also, was macht ihr, wenn plötzlich ein Feuer ausbricht? Das ist richtig. Ihr ruft die Feuerwehr. Die Notrufnummer lautet ja bekanntermaßen 9-1-1. Hm? Was ist los? Oh nein! Oh nein! Feuer! Jetzt brennt's wirklich! Feuer! Was soll ich tun? Oh ja, ich brauch einen Feuerlöscher. Ah, ah, oh. Oh, oh. Wo ist der? Und so kann man den Pakomat zum Feuerlöscher umbauen. War das verständlich? Ja, sehr verständlich. Feuer! Da ist ein Feuer! Es reicht! Das ist nicht mehr lustig, Feuer! Diesmal ist es kein Witz. Glaub mir, es brennt! Hm. Netter Versuch, Feuer. Oh, er hat sogar Rauch simuliert. Nein, Simka. Das ist ein echtes Feuer. Aha. Ja, klar, wir glauben dir alles. Es ist wahr, ich schwöre. Diesmal lüge ich nicht. Diesmal ist es wahr. Er macht keinen Witz. Ein echtes Feuer ist ausgebrochen. Spule, Simka, schaltet den Lötkolben aus. Okay. Alles klar. Seid vorsichtig, Kinder. Haltet gehörigen Abstand vom Feuer. Und wie kann ich helfen? Hol deinen Feuerlöscher. Früher löschten Menschen Feuer mit Wasser oder Sand. Heute benutzen Menschen außerdem auch Feuerlöscher. Feuerlöscher sind Zylinder mit Schläuchen. Normalerweise sind sie rot gestrichen, damit man sie schnell sieht. Die Zylinder beinhalten ein spezielles Pulver oder Schaum. Wenn man ein Feuer löschen muss, richtet man den Schlauch auf das Feuer, zieht den Sicherungsstift heraus und drückt den Griff runter. Der Schaum oder das Pulver schießt anschließend heraus und löscht das Feuer. Unsere Feuerlöscher sind einfach zu klein für dieses Feuer. Wir müssen Professor Eugenius um Hilfe bitten. Das habe ich schon gemacht. Okay, wo ist das Feuer? Hurra! Das Feuer ist gelöscht! Ihr Fixies seid echt die Besten. Danke sehr. Ihr habt mein Labor gerettet. Ach, nicht dafür, Kollege. Wenn es euch nicht gäbe, Fixies, wüsste ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Ich kann mir allerdings ausmalen, wie das Feuer überhaupt zustande kam. Feuer? Ich habe damit nichts zu tun. Ach, wirklich? Wer schreit hier denn ständig Feuer? Wer weiß, vielleicht hast du das Feuer ja gelegt. Wenn das so ist, brauchst du gar nicht mehr zur Schule zu kommen ohne deine Eltern. Kollege, Kollege, Kollege. Es ist meine Schuld. Ich habe den Lötkolben nicht abgeschaltet. Vergebt mir. Also sagt mal, wessen Eltern müssen wir jetzt anrufen? Die Trommel. Also schalten wir es ein. Es rauscht. Hört ihr es? Würde ich ja gerne. Aber das Einzige, was ich höre, ist Noliks Geklopfe. Nolik, was machst du da? Ich probe mein Solo. Nolik ist Drama unserer Rockband. Wusstet ihr das? Warum gehst du nicht und probst so anders, wenn es dir nichts ausmacht? Ja, na gut. So kann ich nicht arbeiten. Nolik, hör auf, bitte. Oh, mein Kopf zerplatzt. Professor Eugenius, würden Sie bitte mal ins Labor kommen? Dort gehen seltsame Dinge vor sich. Was? Ich höre einfach ein paar schreckliche Geräusche. Wirklich? Es ist wohl ein Geist. Ein Untoter. Geister gibt es nicht, Elisa. Ich sehe gleich nach. Also du machst hier diesen Krach, ja? Na? Was? Ich probe nur. Und? Was ist es? Äh, keine Sorge. Es ist bloß ein Gerät, das etwas rattert. Weißt du, was ich vorschlage? Geh und übe zu Hause, mein junger Freund. Eine Trommel zu machen ist nicht schwer. Beispielsweise kann man ein leeres Fass nehmen und den Boden mit einer Haut aus Leder oder Plastik austauschen. Ist die Haut fest gespannt, wird der Klang sehr hell und laut. Sehr große Trommeln werden normalerweise mit einem Trommelschläge gespielt, während kleinere Trommeln mit Sticks oder der bloßen Hand gespielt werden. Instrumente, die Klang erzeugen, indem sie geschüttelt, geschlagen oder geschrammt werden, nennt man Schlaginstrumente. Es gibt viele verschiedene Schlaginstrumente. Zum Beispiel kleine Handtrommeln namens Bongos. Große Rasseln mit Griff, Maracas genannt und Zimbeln aus Metall. Die machen sehr viel Krach. Und es gibt Tamburin, Ratschen und sogar Löffel. Richtig. Menschen machen auch mit Holzlöffeln Musik und nutzen sie als Schlaginstrument. Tom Thomas, meinst du, ich kann hier Trommeln üben? Ja, gerne doch. Ich mache nur meine Hausaufgaben. Das kann ich auch. Sogar besser als du. Und wenn ich so spiele, hä? Dann spiele ich so. Oder so. Endlich weiß ich, was ich sein will. Ich weiß endlich, was ich werden will. Wenn ich mal groß bin, werde ich ein Trommler. Und ich trommel rum wie wild. Also trommel, ich auf der Heizung schlag die Töpfe in der Küche ein. Bitte schenk mir doch herbarmen und ein Schlagzeug irgendwann. Badabada-Bada-Bada-Bumm, badabada-Bam, badabam, badabam. Badabada-Bada-Bum, badabum, badabum. Denn ich trommel herum. Badabum. Niemand mag das Schlagzeug hören, sondern Geige und Klavier und Bass. Lieber Papa, liebe Mama, mir macht nur das Trommeln Spaß. Also trommel, ich öffne Heizung, schlag die Töpfe in der Küche ein. Bitte schenk mir doch erbarmen und ein Schlagzeug irgendwann. Ba-ba-ba-da-bum, ba-da-bum, 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 ba-da Hat es dir Spaß? Stopp! Befrei! Befrei! Und jetzt schalten wir es aus. Hört ihr das? Es rauscht nicht mehr. Das stimmt. Hey Leute, es ist Nolik. Jo, was geht's? Ah, unser Poltergeist ist zurück. Ich dachte, du übst jetzt zu Hause. Da trommelt Tom Thomas. Ich musste wegrennen. Nun, unsere Exkursion ist beendet. Und nun würde ich mich über eine kleine Kostprobe freuen von eurer Rock-Musik-Band. Hurra! Komm schon! Bitte nicht so laut! Hast du was gesagt? Bitte, Leute! Nicht so laut! Bitte! Die Kamera. Das reicht schon. Und lass mich sehen, wie hübsch du heute aussiehst. Sag das bitte bloß nicht im Fahrstuhl. Macht's gut. Check das aus, Nolik. Cool, hm? Bekommst du keinen Ärger dafür? Äh, nein. Mein Papa hat mir erlaubt, ein paar Bilder zu machen mit seiner Kamera. Nein, ich meine das Bild. Bist du sicher, dass deine Eltern nichts dagegen haben, dass du es gemacht hast, ohne zu fragen? Aber seht doch, so ein tolles Bild. Weißt du was, Tom Thomas? Du bist ja wie ein Paparazzi oder sowas. Paparazzi? Die machen doch ein Foto und bekommen dafür Millionen, oder? Ganz genau. Und alles andere ist ihnen egal, außer ihre Fotoapparazzis. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine Fotokamera funktioniert? Angenommen, ihr wollt ein Foto von der Landschaft machen. Das Licht von draußen strömt durch die Linse der Kamera. Das ist das Glasauge vorne an der Kamera. Die Linse nimmt das Licht aus der Umgebung außerhalb der Kamera auf und macht daraus ein winziges Bild innerhalb der Kamera. Dann wird das Bild auf einem speziellen elektronischen Sensor gespeichert, namens Matrix. Der ist lichtempfindlich. Klick, und da ist euer Foto. So eine tolle Idee. Jetzt weiß ich, ich werde Paparazzi. Hey, was ist mit deinem Versprechen? Welches Versprechen? Uns niemals zu fotografieren. Wir sind ein Geheimnis. Stopp! Hey, entspannt euch. Ich lösche sie später. Tom Thomas, hör sofort auf damit. Werde ich nicht, bis ich ein Foto von euch habe. Nolik, schnell weg. Ihr könnt mir nicht entkommen. Kaumacher? Haha, ich hab euch. Die Story des Jahrhunderts. Das Monster und seine Beute. Tom Thomas, Hilfe! Nein, er wird nicht helfen, denn er ist ein Paparazzi. Ja, ich hab sie. Das ist mein allerbestes Foto. Was ist das für ein Krach? Tolles Bild. Die allerersten Kameras wurden vor fast 200 Jahren erfunden. Aber sie funktionierten sehr langsam. Wollte man ein Porträt haben, musste man eine ganze Stunde lang still sitzen. Nach der Erfindung des Filmes wurden Kameras viel schneller. Und es wurde möglich, etwa 10 Bilder pro Minute zu machen. Auf einem Filmstreifen erscheint alles umgekehrt. Schwarze Flächen auf dem Bild sind weiß und das Weiß ist schwarz. Es sieht nicht normal aus, bis das Bild vom Film auf ein Stück Fotopapier übertragen wird. Heute machen Menschen Bilder mit Digitalkameras, die ganz ohne Film funktionieren. Man kann sich die Bilder, die man gemacht hat, sofort auf dem Bildschirm ansehen, um sie auszuwählen. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man gleich ein neues Bild schießen. Und heute braucht ihr nicht mal eine separate Kamera, um Bilder zu schießen. Fast jedes Handy hat eine. Simka, Nullik, seid ihr da drinnen? Hey, kommt raus. Ich höre auf, Fotos von euch zu machen. Wir sind doch Freunde. Es tut mir leid, Leute. Wir wurden fast lebendig von einem Hund verspeist. Bitte vergebt mir. Wollt ihr euch die Bilder ansehen? Klar. Na los, zeig uns, was du hast. Wir sind nicht in den Bildschirm. Und hier auch nicht. Gut gemacht. Paparazzi. Ein Moment. Ich hab noch eins und da seid ihr drauf. Da bin ich mir sicher. Seht. Ich zoome näher ran. Das ist unmöglich. Das glaube ich nicht. Es ist möglich. Aber wann hattet ihr Zeit, zu schrauben zu werden? Als du den Knopf gedrückt hast. Wenn wir Angst haben, dann verwandeln wir uns super blitzschnell. Reingelegt. Ha. Paparazzi. Und was stellst du jetzt mit deinen Millionen an, Mr. Paparazzi? Ach, hört doch bitte auf, mich so zu nennen. Kein Problem. Nachdem du jedes einzelne Foto sofort löscht. Na gut, ich lösche sie. Und muss ich das auch löschen? Nein, behalt es. Es ist ein tolles Foto. Es gefällt mir nämlich wirklich sehr. Das Küken Ah, Professor Eugenius macht Frühstück. Aber bei dieser Temperatur werden die Eier ja nie gekocht. Was machst du da? Du kannst die Eier doch nicht auf solche hohen Temperaturen erhitzen. Warum denn nicht? Das tötet die Küken. Welche Küken? Wo? Weißt du überhaupt, was das hier ist? Ich dachte, das ist ein Eierkocher. Du dachtest, das wäre ein Eierkocher? Hör mal. Ich will dich nicht mehr in der Nähe dieses Gerätes sehen. Halt dich fern. Verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Aber Grußfix, was ist denn das für ein Gerät? Das ist ein Brutkasten. Damit Küken schlüpfen können, sitzt die Mutter sehr lange auf ihren Eiern. Sie wärmt sie mit der Wärme ihres Körpers. Ein Brutkasten ist ein Gerät, das anstelle der Henne den Küken hilft zu schlüpfen. Es ist immer warm und gemütlich da drin. So wie unter dem Gefieder der Henne. Aber nicht zu heiß. Ein Brutkasten kann die Eier sogar drehen, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilen kann. Küken, die in einem Brutkasten schlüpfen, sind nicht anders als andere Küken. Feuer! Was? Das Gewitter ist wirklich unheimlich. Lass uns zusammen Angst haben. Ich hab gar keine Angst. Ich auch nicht. Das war doch nur ein Späfchen. Was meinst du? Haben die Küken da drin Angst? Meine Güte! Wow! Das war laut. Sogar der Strom ist ausgefallen. Äh! Der Brutkasten ist auch ausgefallen. Und die Temperatur sinkt. Ist das schlimm für die kleinen Küken? Das ist es sicher. Es ist kalt hier. Diese Küken brauchen Hilfe und Großfix ist nicht da. Wir müssen diese Küken retten. Und zwar ohne ihn. Nolik, mach die Tür auf. Hilf mir! Ich kann nicht. Großfix hat gesagt, ich darf mich dem Brutkasten nicht nähern. Versuch ihn alleine zu öffnen. Ich schaffe mich. Ich kann dir nicht helfen. Aber die Küken werden vor Kette sterben. Ach, was soll's. Machen wir's. Aber verpetze mich bei Großfix nicht. Versprochen. Hurra! Es ist etwas früh für ein Hurra. Eine Kerze? Ja, wir wärmen die Küken mit dem Feuer. Cool. Zeit für ein Hurra? Jetzt? Ja. Tidiii! Spatzen, Enten, Störche und Strauße. Alle Vögel legen Eier und sitzen auf ihnen, um sie auszubrüten. Und nicht nur Vögel. Andere Tiere wie Schlangen, Krokodile und sogar Schildkröten haben Babys, die aus Eiern schlüpfen. Um ihre Kinder zu schützen, versuchen sie, ihre Eier zu verstecken. Zum Beispiel im Gebüsch, in kleinen Felshöhlen oder im Sand. Übrigens gibt es auch Fischeier namens Rogen. Die haben keine Schallen. Aus diesen Rogen schlüpfen kleine Babyfische, die zu großen Fischen heranwachsen. Und aus Froschrogen schlüpfen winzige Kaulquappen, die später zu großen Fröschen heranwachsen. Und sicher habt ihr schon von Dinosauriern gehört, oder? Diese gigantischen Reptilien, die vor Millionen von Jahren lebten. Auch sie schlüpften aus Eiern. Was ist denn hier mit dem Strom passiert? Ein Stromausfall durch das Gewitter, nehme ich an. Das ist ja schrecklich. Mein Brutkasten. Jemand hat eine Kerze angemacht und die Temperatur ist normal? Äh? Also, wer hat die Kerze da reingestellt? Sagt es uns sofort. Nolik, sei bloß keine Pätze. Das war ich. Ganz alleine? Ganz alleine? Natürlich, ich durfte mich ja nicht nähern. Nun ja, er durfte sich ja nicht nähern. Ganz alleine? Gut gemacht. Du hast die Küken gerettet. Unser Held. Also Feuer, folge seinem Beispiel. Und dir, Nolik, gebührt unser Dank. Seht doch, Freunde. Sie beginnen zu schlüpfen. Na gut, Feuer. Kommen Sie es dir an. Ich erlaube es dir. Seht, ein kleines Kriegel. Es ist so süß. Und so gelb. Seht doch, ist das nicht wunderschön? Feuer. Was? Ich weiß, wer der wahre Retter war. Schuss. Kniech. Der Fleck. Tom Thomas, was machst du da? Guckst du etwa Fernsehen, ohne ihn angeschaltet zu haben? Ich gucke nicht. Ich beobachte mein Spiegelbild. Schau mal, ich porträtiere mich nämlich selbst. Du teleportierst dich selbst? Durch den Fernseher oder wie? Porträtiere, nicht teleportiere. Ein Selbstporträt ist, wenn ein Künstler sich selber malt. Dich selbst? Ha! Du denkst wohl, du hast solche Muskeln wie die Superhelden, die du hier gemalt hast. Hä? Woher soll ich denn wissen, wie meine Muskeln aussehen? Und überhaupt, störe mich nicht bei meiner Kunst. Zum Thomas! Ein Fleck! Oh nein! Biss ihn weg! Mach schnell! Jetzt ist es schlimmer. Was jetzt? Ach, wenn Marcia nur hier wäre. Normaler Dreck kann abgebürstet oder mit Wasser abgewaschen werden. Aber es gibt auch Flecken, die man nicht so leicht los wird. Obstflecken müssen in heißem Wasser eingeweicht werden. Blutflecken dagegen sollten nie in heißem Wasser gewaschen werden. Man kann auch Farb- oder Rostflecken waschen. Dafür braucht man einen besonderen Fleckenentferner. Aber Fleckenentferner sollten nur benutzt werden, wenn eure Eltern oder andere Erwachsene dabei sind, die aufpassen. Ich weiß es auch ohne, Marcia. Womit entfernt man Bleistiftstriche? Mit einem Radierer. Aber das Hemd ist kein Papier. Na und? Versuchen wir es. Na los! Jetzt hat der Fleck drei Farben. Noch eine Idee. Wir sollten drüber streichen. Mit diesem weißen Stift. Drüber streichen? Ja! Das war eine blöde Idee. Jetzt weiß ich es. Wir brauchen etwas Wasser. Das muss in die Waschmaschine. Denkst du nicht? Nein. Weiß wäscht man nicht mit Farben. Und du hast ein weißes Hemd voller Farbe. Und was ist, wenn wir mehr Wasser nehmen? Wie viel mehr denn noch? Noch irgendwelche Ideen? Vielleicht. Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Ihr habt alles falsch gemacht. Ihr hättet einen Fleckenentferner benutzen müssen. Fleckenentferner? Wozu? Oh, sieh doch mal, Simka. Wie schön es aussieht. Als hätten sie mit Absicht darauf gemeint. Spule ist Simkas beste Freundin. Sie ist sehr groß. Fast so groß wie Papus. Ja, sie ist die Größte in der Klasse. Und stark ist sie auch. Spule lacht gern. Und niemand lacht so laut wie sie. So ist sie eben. Fröhlich und nett. Sie ist für alle da, die sie brauchen. Und sorgt dafür, dass ihre Freunde sich vertragen. Natürlich finde ich es nicht so toll, dass sie mich wie ein kleines Baby behandelt. Immerhin ist sie diejenige, die vor Katzen Angst hat. Sie hat sogar Angst vor süßen kleinen Spinnen. Und sie ist total abergläubisch und glaubt an Horoskope. Spule glaubt alles, was man ihr sagt. Das ist großartig, denn so kann man sie wunderbar reinlegen. Aber sie nimmt das alles nicht so ernst. So ist Spule eben. Das war mit Absicht, oder? Na klar. Tom Thomas, nein! Was soll das? Du kriegst Ärger für einen Fleck und jetzt machst du noch mehr davon? Keine Sorge, Nullik. Mama hat gesagt, dass das ein altes Hemd ist. Ich darf es ruinieren. Ach, wozu dann die ganze Mühe? Ein Fleck hier. Und da? Und dort? Und auch hier? Schön! Ja, noch einer dort. Und vielleicht noch hier. Wow, sieht aus wie ein Feuerwerk. Prächtig. Es gibt einen Namen für die Kunstrichtung dieses Gemäldes. Und zwar nennt man sie abstrakte Kunst. Es gibt viele Linien und Flecken überall. Und jeder sieht darin, was er darin sehen will. Ah, seht! Eine goldene Kugel am Fluss. Und da kommt Tom Thomas tatsächlich mit einer Fünf aus der Schule. Tom Thomas, was ist denn das hier für ein Chaos? Und was ist das? Ähm, das ist... Ast... Abstrakte Kunst. Hm, das hat was Gutes. Ich mag es. Abstrakte Kunst. Ist das nicht toll? Ah, mein kleiner Künstler. Die sprechende Puppe. Nun denn, jetzt wisst ihr ja, wie man sie repariert. Professor, Professor. Der Unterricht ist vorbei. Entschuldigt die Störung. Kein Problem, Professor Eugenius. Die Stunde ist vorbei. Es ist äußerst dringend. Sehen Sie? Mama, ohne zu. Sie haben eine sprechende Puppe. Ja, aber sie spricht Japanisch. Das Problem ist aber, dass sie Deutsch sprechen soll. Ihr bringt's ihr bei. Eine neue Technologie. Ich bin überfragt. Keine Sorge. Das schaffen wir schon, Professor. Danke, Herr Kollege. Sie sind immer gleich zur Stelle. Was täte ich nur ohne sie? Professor, was ist denn mit der Puppe? Nicht jetzt, Kinder. Die Puppe ist unser morgiges Thema. Geht jetzt bitte nach Hause. Ich weiß sowieso schon alles über die Puppe. Im Ernst? Ihre Stimme zu verändern ist so leicht. Das kann jeder. Aber wie? Kommt mit. Ich zeig's euch. Die ersten sprechenden Puppen hatten ein quietschendes Gerät, das Geräusche machte. Wenn man die Puppe umdrehte, dann presste sich die Luft im Gerät durch einen Quietscher und der produzierte dann ein Geräusch, das so ähnlich klang wie das Wort Mama. Komisch. Heutzutage werden Stimmen und Geräusche auf Elektrochips aufgenommen, die mit kleinen Abspielgeräten in die Puppe eingebaut werden. Man drückt einen Knopf und die Geräusche werden gespielt. Jetzt können Puppen mit Leichtigkeit Mama und Papa und alles Mögliche sagen. Hier ist der Chip. Auf ihm ist die aufgenommene Stimme der Puppe. Das ist stark. Kann man die Stimme denn neu aufnehmen? Na klar. Also gut, ich muss gehen. Hopp. Bis dann. Warte, Nolik. Ich hab ne superwitzige Idee für einen Scherz. Was, wenn wir das auf dem Baden hören, dann stehen wir... Aha. Also nun, wie gestern versprochen, erzähle ich euch heute von sprechenden Puppen. Einige sprechen, wenn man sie schaukelt, andere reagieren auf Geräusche. Und um diese Dame zum Sprechen zu bringen, muss man einen Knopf betätigen. Wer möchte gerne? Spule. Ich? Äh, na gut, ich mach's gern. Also los. Drück auf den Knopf, dann sagt sie Hallo Mama. Hehehe, momentan auf Japanisch. Spule. Spule? Äh, ist das Japanisch für Hallo? Spule, warum ist in deinem Parkomat ein Foto von Ziffer versteckt? Woher kann sie das bloß wissen? Bist du etwa verliebt? Die Puppe lädt. Das nennen sie Scherzen. Ich hab noch ne viel bessere Idee für'n Scherz. Ja. Hä? Was? Spule, wein doch nicht. Die Puppe lebt nicht. Doch, sie lebt! Ich sag dir, wer diesen Scherz gemacht hat. Das waren Feuer und Nolik. Es stimmt, aber jetzt zahlen wir es ihnen heim. Wie? Also komm, ich kann dich ja gar nicht. Der klügste Fixie in unserer Klasse ist Ziffer. Manchmal denke ich, dass er über alles Bescheid weiß. Professor Großfix hebt viel Respekt für ihn. Ziffer ist immer mit Denken beschäftigt und mag es nicht, wenn man ihn davon ablenkt. Er hat einfach keine Zeit, um mit den anderen Jungs rumzualbern. Ziffer zieht es vor, Probleme mit seinem Gehirn zu lösen, anstatt mit Muskelkraft. Deswegen tut er sich schwer beim Sportunterricht. Weil er aber so süß ist, muss man ihm einfach helfen. Eigentlich ist Ziffer nicht immer so gut bei der Handreparatur. Aber niemand versteht Technik besser als er. Wenn etwas kaputt geht, dann kann er immer genau herausfinden, was das Problem ist und einen Weg finden, um es auf die beste Art zu lösen. Dieses Mal machen wir es noch lustiger. Ah, ihr seid wieder da, ihr Gaune. Jetzt werde ich euch zeigen, was man mit bösen Jungs macht, die kleine Mädchen-Energungen. Oh, jetzt habt ihr Angst. Das geschieht euch recht, ja? Die haben wohl gedacht, dass die Puppe wirklich lebt. Weißt du was, Ziffer? Ich dachte mir eben, dass es besser wäre, wenn sie lebendig wäre. Oh, Spule, du stellst echt Ansprüche. Tom Thomas, was machst du da? Nolik, lass mich in Ruhe. Im Ernst? Was ist das? Stör mich nicht bei der Arbeit, okay? Nolik, sieh, was du angerichtet hast. Ich? Weil du nicht aufhören konntest. Aufhören? Womit? Ich habe mich eine halbe Stunde abgemüht und du hast alles zerstört. Ah! 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 Hey, Tom Thomas, kannst du mich hören? Tom Thomas, lass mich raus! Ah! Ah! Nolik, haust du da gegen den Becher? Ja! Und wie bist du da reingekommen? Das geht dich gar nichts an! Warum bist du so gemein? Weil mir der noch isst! Ach ja? Dann bleib, wo du bist! Wer braucht dich schon? Frecher Kerl! Ah! 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 Was ist passiert? Hast du dich gestoßen? Und wenn schon! Tut es weh? Lass mich in Ruhe, Spule! Du musst dich immer überall einmischen! Hey! Warum bist du so wütend, hm? Nolik war gemein zu mir! Deswegen bist du gemein zu mir? Tut mir leid, Spule! Und wo ist Nolik jetzt? Dort! Los, gehen wir zu ihm! Nolik, ich bin Spule! Alles okay? Es geht! Warum warst du gemein zu deiner Schwester? Weil TomTom es gemein zu mir war! Ich verstehe! Eine Kettenreaktion! Eine was? Einen Holzglatz anzuzünden ist nicht so einfach. Aber es ist einfach, ein Streichholz zu zünden, das einen Holzsplitter entfacht. Der Holzsplitter zündet den Zweig an und der Zweig zündet den Holzglatz an. Habt ihr schon einmal gesehen, wie sich ein Feuer ausbreitet? Es ist eine typische Kettenreaktion. Ihr müsst bei Feuer also besonders vorsichtig sein. Ein einziges klitzekleines Streichholz kann zu einem großen Desaster führen. Ja, ein ganzer Wald könnte davon Feuer fangen und komplett abrennen. Und all das wegen einer einfachen Kettenreaktion. Was meinst du? Welche Kettenreaktion? Das ist doch klar, Nolik! TomTom es war gemein zu dir, du warst gemein zu Simka und Simka war gemein zu mir. Da haben wir es! Eine Kettenreaktion! Ja! Und diese miese Laune war wie ein Funken, der sich immer und immer weiter ausbreitete wie ein Waldbrand. Kannst du mir vergeben, Simka? Ja, na gut. Ich hab ne Idee. Warum beginnen wir nicht einfach eine neue Kettenreaktion genau andersrum? Wie soll das gehen? Na, statt Ärger und schlechte Gefühle können wir Fröhlichkeit verbreiten. Aber wie? Ganz einfach. Es genügt schon zu lächeln und nette Dinge zueinander zu sagen. Eine tolle Idee. Zusammen können wir Tom Tomas Laune verbessern. Ich weiß wie. Helf mir doch, diesen Dominostein aufzuheben, okay? Das ganze Universum besteht aus Atomen. Aber Atome sind so winzig, dass man sie nicht einmal durch ein Mikroskop sehen kann. Aber wenn sich ein Atom spaltet, dann gibt es eine winzige Explosion. Die Explosion kann eine weitere auslösen. Und diese wiederum eine neue und die noch eine. Das ist eine Kettenreaktion. Und so werden aus vielen winzigen Explosionen eine gigantische Explosion. Und so kann eine Atombombe entstehen. Die fürchterlichste Waffe, die es gibt. Aber Atomenergie kann auch zu friedlichen Zwecken genutzt werden. Zum Beispiel nutzen Kernkraftwerke diese Energie, um Elektrizität und heißes Wasser zu erzeugen. Und Atomkraft kann genutzt werden, um durch dickes, arktisches Eis zu brechen, sodass Schiffe hindurchfahren können. Hm. So, geschafft. Nulik, ruf ihn her. Mhm. Jetzt zeigen wir Tom Tomas, wie eine Kettenreaktion funktioniert, sodass man sich gleich besser fühlt. Er kommt. Auf die Plätze, los. Was ist hier los? Nein. Echt? Tom Tomas, sieh dir das an. Das war ja total super cool. Ich kann es echt kaum glauben. Wie habt ihr das gemacht? Das war ja eine richtige... Eine Kettenreaktion. Was? Eine Kettenreaktion. Der Bewegungssensor. Dieses Teil muss unbedingt neu ersetzt werden. Ich habe eine Idee. Wir können zum Lager laufen und es holen. Weil es für sie zu umständlich ist. Und so konnten sie weiterarbeiten. Also gut. Merkt euch nur den Code für das Ersatzteil. Ah, 83, 75. Das merke ich mir bestimmt. Warum ist die Lisa immer zur falschen Zeit da? Müssen wir denn warten, bis sie weg ist? Ha! Wozu? Wir schleichen uns halt raus. Ziffer, hast du das Ersatzteil? Ich hab's. Sind wir bereit? Ja, alles klar. Dann los! Ah, Professor Eugenius. Sie sind hier. Wissen Sie, warum sich diese Tür selbst öffnet? Und sich selbst schließt? Ha! Klar weiß ich das, Elisa. Ich habe sie in eine elektronische Tür umgebaut. Sehen Sie? Ich habe über ihr einen Bewegungssensor installiert. Ein Bewegungssensor ist eine Art elektronisches Auge, das Bewegungen in seiner Nähe wahrnimmt. Habt ihr euch je gefragt, weshalb sich Türen in Geschäften oder am Flughafen öffnen? Das tun sie mit Hilfe von Bewegungssensoren. Wenn der Sensor sieht, dass sich jemand der Tür nähert, dann sendet er ein Signal an den elektronischen Motor der Tür. Der Elektromotor öffnet dann die Tür und schließt sie automatisch, nachdem die Person hindurchgegangen ist. Dieser Mann ist erstaunlich. Nur ein bisschen unordentlich. Die Tür ist jetzt automatisch? Wieso hat sie sich denn nicht auch für uns geöffnet? Weil wir zu klein sind für den Bewegungssensor. Aber das Ersatzteil ist doch groß genug. Groß genug, dass der Sensor es sehen kann. Also wie kommen wir da rein? Wir tricksen es aus. Wir laufen nah an der Wand entlang. Lasst uns so nah wie möglich an der Wand bleiben. Diese Tür ist mir ein bisschen zu automatisch. Und schon wieder diese Teile. Hatte ich die nicht weggelegt? Der Sensor hat uns trotzdem gesehen. Wir sollten ihn einfach zerschlagen. Warum denn ihn zerschlagen? Wir müssen ihn doch nur lediglich deaktivieren. Sensoren sind da, um Menschen in verschiedenen Situationen helfen zu können. Bewegungssensoren erkennen beispielsweise Bewegungen und können dann automatisch eine Tür öffnen oder Licht machen. Einige Fahrzeuge sind mit Regensensoren ausgestattet. Ehe es regnet oder schneit, betätigt der Sensor automatisch die Scheibenwischer des Autos. Es gibt auch Sensoren, die lichtempfindlich sind. Wenn es abends dunkelt, können Lichtsensoren eingesetzt werden, um Straßenlampen zu betätigen. Und morgens, wenn es dämmert, schaltet sie der Sensor wieder aus. Ein Rauchdetektor spürt es, wenn Rauch in einem Raum entsteht. Dieser Sensor kann dazu dienen, einen Feueralarm oder ein automatisches Lösssystem zu betätigen. Deaktiviert! Deaktiviert! Das sollte genügen. Na dann, los jetzt! Tiddy! Professor Eugenius, Mission erfüllt! Gute Arbeit, Fixies! Äh, eigentlich nicht so gut. Dieses Teil ist A7583. Aha! Ich wollte doch A8375. Ziffer, du hast doch gesagt, du merkst dir den Code. Hab ich auch. Und anschließend wieder vergessen. Ah, Ziffer, ich glaub nicht, dass du ihn vergessen hast. Na gut, dann gehen wir eben noch einmal los. Danke, lass mal gut sein. Ich geh selber. Ich habe vergessen, ihn zu warnen, dass der Sensor ausgeschaltet ist. Und ich befürchte, dass er sicherlich erwartet, dass sich die Tür automatisch öffnen wird. Professor! Professor! Aus! Äh! Äh, äh, auh. Verzeih'n Sie, das wollen wir nicht! Die Werkzeuge Wartet doch! Da sind echt coole Sachen, die ich euch zeigen will. Oh, sieh mal, jetzt fasst du alle auf einmal. Hä, dein Papa wird super wütend sein, wenn er sieht, was du mit seinen Werkzeugen gemacht hast. Ich tu sie alle wieder dahin zurück, wo sie waren. Aber wo waren sie? Öffne die Box, dann siehst du's. Es ist schön, jedes Werkzeug hat seinen eigenen Platz darin. Versucht mal, mit euren bloßen Händen einen Nagel einzuschlagen oder ein Loch zu bohren. Aha, das ist unmöglich. Aber mit Hilfe der richtigen Werkzeuge ist das ein Kinderspiel. Aber das gilt natürlich nur, wenn ihr wisst, wie man sie benutzt. Werkzeuge müssen gut gepflegt werden. Wenn der Kopf eines Hammers lose ist oder die Spitze eines Bohrers stumpf, sollte man nicht damit arbeiten. Das ist gefährlich. Und wenn ihr fertig mit der Arbeit seid, räumt die Werkzeuge wieder an ihren Platz. Sonst müsst ihr das ganze Haus auf den Kopf stellen, wenn ihr sie wieder braucht. Hm, die Zange kommt hierher. Und der Schraubenschlüssel hier. Dieser Aufsatz passt hier nicht rein. Vielleicht passt er hier rein. Hm, was meint ihr, wozu ist dieses Werkzeug da? Man spaltet Holz oder meißelt Stein. Mit dem Meißel ist der Aufwand klein. Ha, wow, Simga, du bist deine echte Dichterin. Ha, ha, dann löst mir mal dieses kleine Rätsel. Willst du eine Sache messen, darfst du dieses Werkzeug nicht vergessen. Dieses Werkzeug, oder? Ich weiß, was das ist. Ist es dein Maßband, richtig? Lass mich dich messen, Nolik. Wow, du bist gewachsen. Du bist schon fast einen Zentimeter groß. Cool. Ich habe auch ein reibendes Rätsel für euch. Was haut einen Nagel in die Wand, befestigt Bilder an ihrem Rand? Ein Hammer. Ich war erste. Und der Hammer kommt. Hierhin. Und jetzt habe ich ein Rätsel für euch. Wollt ihr eine Schraube drehen, wird das nicht ohne dieses Werkzeug gehen. Schrauben zieht. Ich war erste. Schon wieder. Genau richtig. Alles klar, Tom Thomas. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch viele Werkzeuge einzuräumen. Menschen nutzen, genau wie Fixies, hunderte verschiedene Werkzeuge, um ihre Arbeit zu machen. Das Richtige zu wählen, hängt von der Aufgabe ab, die ansteht. Wenn ihr zum Beispiel einen Nagel einschlagen wollt, braucht ihr einen Hammer. Aber einen Hammer braucht man nicht für eine Schraube. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug namens Schraubenzieher. Einen Schraubenschlüssel braucht man, um Muttern festzuziehen. Mit einem Spannstock werden Gegenstände festgehalten. Und mit einem Bohrer bohrt man Löcher. Wenn man ein Stück Holz abschneiden will, sollte man eine Säge nutzen. Man könnte zum Beispiel eine Handsege nehmen oder eine Eisensäge. Verschiedene Zangen können genutzt werden, um etwas abzuknipsen, zugreifen oder umzuknicken. Muss man etwas glätten, nimmt man dafür eine Pfeile. Wenn ihr lernt, wie man richtig mit Werkzeugen umgeht, könnt ihr praktisch alles bauen. Puh, wir haben es echt geschafft. Gerade rechtzeitig. Oh, und was ist damit? Weißt du, was das für ein Werkzeug ist? Ich weiß nicht. Da ist kein Platz hier. Schmeiß es einfach weg. Kommt schon. Und was, wenn das mein Vater sieht? Sieht so aus, als haben wir was falsch gemacht. Mein Peppa kommt rein. Tom Thomas. Ich bin hier. Na du, liest du was? Braver Junge. Ich verstehe nicht, wo es ist. Was? Ich hatte ein Stück Metall unter den Fuß des Tisches gelegt, damit er nicht wackelt. Jetzt ist es weg. Ach, dahin gehört das Werkzeug also. Hast du es? Was? Habe ich nicht. Es ist bestimmt irgendwo unterm Tisch. Du suchst unter dem Sofa. Äh, okay. Was meinst du, was er will? Wir sollen dieses Metalldings aus der Box seines Vaters holen. Komm schon, los. Du sagst es. Du sagst es. Hast du es? Nein. Ich auch nicht. Ich hab es gefunden, Papa. Es war unter dem Tisch. Wie ich es gesagt habe. Ha, du hattest recht. Komisch. Wie konnte ich es übersehen? Vielleicht bist du, äh, müde vom vielen Arbeiten. Vielleicht. Tidisch. Äh, was? Äh, ein neues Wort. Tidisch. Tidisch? Hm, das Wort klingt wirklich gut. Die Prothese. Simka, guck mal hier. Schau mal, was ich gefunden habe. Äh, es ist ein Bär. Oh, was denn für ein Bär, Nolik? Du weißt schon, Tom Thomas hat uns doch von ihm erzählt. Er war sein bester Freund auf der Welt. Bis Tom Thomas uns kennengelernt hat. Ah, äh, äh. Aha. Komm, wir ziehen ihn mal auf. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, na bitte. Lauf jetzt, Teddy. Los doch, Teddy. Ja. Äh, oh nein. Armer kleiner Teddybär. Sie nahmen dein Bein, jetzt hast du's schwer. Das waren doch nicht vier. Es war schon vorher kaputt. Klarer Fall. Ein offener Bruch. Lass uns ihn reparieren. Tom Thomas wird sich so freuen. Warte, es wird nicht so einfach sein, ihn zu reparieren. Wir brauchen eine Prothese. Der menschliche Körper besteht aus einem Gerüst von Knochen und Gelenken. Und wenn man sich einen Knochen bricht, dann heilt er für gewöhnlich von selbst. Der gebrochene Knochen wächst dann wieder zusammen und alles wird wieder normal. Aber manchmal ist der Bruch so schwer, dass er nicht von alleine heilen kann. Wenn das geschieht, muss er mit einem künstlichen Teil, den man Prothese nennt, ersetzt werden. Eine Prothese kann mehr als nur einen Knochen oder ein Gelenk austauschen. Sie kann einen ganzen Arm oder ein Bein ersetzen. Wo kriegen wir eine Prothese her? Ich bin sicher, wir kriegen eine von Professor Eugenius. Na klar. Hilfe ist unterwegs. Hallo, Professor Eugenius. Ah, wie schön euch zu sehen, liebe Kinder. Wie geht es euch? Hallo, Professor Eugenius. Wir brauchen eine Prothese. Habt ihr euch was gebrochen? Nein, nicht wir. Der Bär. Er hat sein Bein gebrochen. Welcher Bär? Der Teddybär, der mal zum Thomas bester Freund war. Ah, ich verstehe. Heutzutage werden mit Hilfe von modernen Prothesen mehr Dinge ersetzt als nur Arme und Beine. Wenn ihr zum Beispiel einen Zahn verliert, dann kann dieser durch einen künstlichen ersetzt werden. Das ist auch eine Prothese. Es gibt auch Fälle, in denen Personen beginnen, ihre Sehkraft zu verlieren, weil die Linsen in ihren Augen anfangen, trübe zu werden. Die Prothesen, die hierbei helfen, sind sogenannte klare Kunstlinsen. Eine Prothese kann auch Leuten mit schlechtem Gehör helfen. Winzige Hörgeräte können ihnen ins Ohr eingesetzt werden, damit sie besser verstehen können, was gesagt wird. Und das ist doch nicht alles. Die Menschen haben sogar gelernt, dass man kranke Herzen behandeln kann, indem man die beschädigten Herzteile durch Prothesen ersetzt. Ach, Prothesen sind wahrlich fantastische Erfindungen. Es ist erstaunlich, was sie alles können. Durch sie können Menschen ein erfülltes Leben genießen. Professor, funktioniert das? Gleich werden wir es wissen. Fertig. Bitte sehr. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Professor Eugenius. Gern geschehen, jederzeit. Die Kraft liegt in der Arbeit und Arbeit macht uns Spaß. Denn ohne all die Arbeit, wenn wir schon nicht mehr da und tief in den Geräten, wo es ganz dunkel ist, könnt ihr uns funkeln sehen, wie einen bunten Blitz. Sie nur kritisch, wir sind schon kritisch, analysiert und präpariert. Jetzt wird dieser alte Freund von Tom Thomas wie neu sein, lieber Nolik. Simka, wenn Tom Thomas sich wieder mit dem Bär anfreundet, was dann? Wird er dann nicht mehr unser Freund sein? Hi, alle zusammen. Hallo, du. Oh, mein Teddybär. Ihr habt ihn für mich gefunden. Und ihn repariert. Ach, vielen Dank. Ja, genau wie Großfix sagt. Ein alter Freund ist besser als zwei neue. Wer ist neu und wer ist alt? Na, der Bär ist alt. Und wir sind neu. Nolik, das stimmt nicht. Ihr seid Fixies, klar? Ihr seid meine aller, allerbesten Freunde auf der ganzen weiten Welt. Dich! Das Navigationssystem. Zwei, drei, vier. Warte. Wer ist dran? Na, ich. Fünf. Eins, zwei, drei, drei. Und? Warte, lass mich nachdenken. Nach rechts oder nach links? Denk schneller. Nolik, was machst du da drüben? Überhaupt nichts. Ich stehe an meinem Platz. Gut, dann bleib bitte auch da. Jetzt du Feuer. Was war das? Das ist mein Fixie-Tab. Oh, die Stunde fängt gleich an. Macht schnell. Wollen wir nicht zu Ende spielen? Später. Sobald Fixies in die erste Klasse der Fixie-Schule kommen, bekommen sie alle ein eigenes Fixie-Tab. Das ist ein kleiner Computer, der alles kann. Naja, er kann fast alles. Es macht super viel Spaß, mit einem Fixie-Tab zu arbeiten. Man kann darin wie in einem Buch lesen und darin Notizen machen. Mit einem Tab kann man Musik hören, Filme schauen, den Weg finden und mit seinen Freunden schreiben und chatten. Wenn man möchte, kann man mit einem Fixie-Tab nicht nur ins normale Internet gehen, sondern auch in das geheime Fixie-Internet, wo man Nachrichten aus der Welt der Fixies lesen kann. Es gibt auch Spiele auf dem Fixie-Tab. Natürlich machen die Spiele Spaß, aber die sollte man erst spielen, wenn alle Hausaufgaben erledigt sind. Schneller, sonst kommen wir zu spät. Ich kenne eine Abkürzung. Hier lang. Und wo geht's jetzt, Lars? Ich muss mich an den Weg erinnern. Ich glaube nach links. Oder vielleicht rechts. Na was denn? Links oder rechts? Äh, ich erinnere mich nicht. Aha. Und was machen wir jetzt? Wir fliegen wieder zurück. Sind wir von dort her geflogen? Nein, ich glaube es war dort. Ich glaube es war von dort. Oh, ich glaube wir haben uns verirrt, Leute. Oh oh. Keine Panik, Nolik. Ich hab doch nur gepiepst. Ganz ohne Panik. Das ist deine Schuld, Feuer. Ich kenne eine Abkürzung. Hier lang. Wie sollen wir hier rauskommen? Ich hab keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zu spät. Vielen Dank, Feuer. Das war doch keine Absicht. Großfix wird uns bestrafen. Ah. Was ist denn? Ich glaube, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Wie denn? Hier. Hier. Ich hatte vergessen, dass ich ja ein Navigationssystem habe. Toll. Äh, was soll denn das sein? Ein Navigationssystem ist eine elektronische Karte, mit deren Hilfe man den Weg finden kann. Durch die Signale von Satelliten kann ein Navi herausfinden, wo ihr gerade seid. Ihr müsst nur die Adresse des Ortes eingeben, zu dem ihr hinwollt und das Navi berechnet die schnellste Route, die euch dorthin bringt. Es hilft euch auch auf dem Weg und sagt euch, wann und wo ihr abbiegen müsst, sodass ihr ganz einfach ans Ziel kommt. Mal sehen. Momentan sind wir hier. Und wohin sollen wir gehen? Ist doch klar. Na, du Schule. Aber wo ist die? Weißt du das wirklich nicht? Na, im Labor von Professor Eugenius. Bist du wohl still? Wohin wollen sie gehen? Wir möchten in das Labor von Professor Eugenius. Einen Moment. Ich berechne die Route. Ha, na also. Das Navi sagt, es geht hier lang. Hey, wollt ihr da Wurzeln schlagen? Mir noch. Und wenn ihr von der Route abkommt, wird euch das Navigationssystem eine andere Route vorschlagen, die... Aha, da sind ja unsere Nachzügler. Ihr habt heute eine äußerst wichtige Stunde verpasst. Wir haben uns verirrt. Tut uns leid. Falls ihr es wissen wollt. Das Thema ist Navigatoren. Ach wirklich? Wir haben gerade ein richtiges Navi benutzt. Ja, so haben wir den Weg hierher gefunden. Na, da habt ihr aber ganz schön Glück gehabt. Denn jetzt bekommt ihr keine fünf. Aber von nun an kommt ihr bitte stets pünktlich. Das verspreche ich. Jetzt wissen wir auch, welche Abkürzung wir nehmen sollen. Das Team. Die Halbzeit ist fast vorüber. Das Team von Tom Thomas führt mit 2 zu 0. Der Klassenunterschied ist klar zu erkennen. Simpa, pass ihn zu mir. Simpa, hierher. Tor. 3 zu 0. Das Ende des ersten Drittels. Die Mannschaften gehen in die Pause. Das Spiel ist so unfair. Ihr seid zu sechst. Und wir nur zu zweit. Geht ruhig und holt eure Klassenkameraden. Ich werde trotzdem gewinnen. Bist du dir da sicher? Aha. Gut, Tom Thomas. Du wolltest es so. Junge Fixies lernen alles genauso wie normale Kinder auch. Aber Fixie-Schulen sind ganz anders als Schulen für Menschen. Zunächst sind nicht mehr als 10 Schüler in einem Klassenraum. In Simkas Klasse zum Beispiel sind es 6. Und die Kinder lernen nicht nur an einem Ort. Die Stunde könnte in einem Kühlschrank stattfinden oder am nächsten Tag in einem Computer. Und am folgenden Tag in einem Staubsauger. Das ist der beste Weg für die Fixies, um etwas Praktisches zu lernen und ihr neues Wissen auszutesten. Das Wichtigste ist aber, dass sie lernen müssen, als Team zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig helfen müssen. Stärkere Fixies helfen den Schwächeren und Ältere helfen den Jüngeren. Das ist ein Muss, denn gewisse Geräte sind zu groß, dass wenn wir die kleinen Fixies nicht als Team zusammenarbeiten würden, wir es einfach nicht schaffen könnten. Und nun zum Beginn des zweiten Drittels kommt unser volles Team aufs Eis. Hä? Ich präsentiere die Maschine unserer Klasse, Feuer! Mein Motor brummt! Und nun das Gehirn der Klasse, Ziffer! Also, wie viel steht's? Und hier die Seele unserer Klasse, Spule! Ich bin der Torwart, okay? Und hier ist sie, das Gesicht unserer Klasse, Werder! Oh ja! Und so ein Süßes! Willst du aufgeben, Tom Thomas? Ich hab keine Angst vor euch. Nullik, pass! Ich kalkuliere den richtigen Winkel. Ups! Herr Paffen, schnell! Schlaß nicht! Wenn du mich so anschreibst, dann spiele ich gar nicht erst mit. Wow, ein echt tolles Team habt ihr da. 6 zu 0. Ein überlegener Sieg. Und jetzt die Pause vor dem letzten Drittel. Wir machen irgendetwas falsch. Und ich kann euch sagen, was? So wie Selbstvertrauen? Äh, Kalkulationen? Eleganz? Geschwindigkeit! Was uns hier fehlt, ist Teamgeist. Simka, du hast recht. Einer für alle und alle für einen. Passt auf, wir machen das so. Arminas! Ein Angriff, Schuss und schnell zurück. Ein Wechsel steht bevor. Der neue Spieler hat mehr Glück. Der schießt den Puck ins Tor. Einer für alle, Vorwärtssucher, mit Mannschaftsgeistern's Ziel. Denn alle sind für einen da, ja das ist unser Spiel. Hockey ist toll, Hockey, Hockey ist toll. Hockey, Hockey ist toll, Hockey, Hockey ist toll. Hockey, Hockey ist toll, Hockey, Hockey ist toll. Hockey, Hockey ist toll, Hockey, Hockey ist toll. Hockey ist toll, Hockey, Hockey ist toll. Sag mal, wie heißt immer unser Spiel? Hockey, ich kann euch nicht hören. Hockey, Hockey ist toll, Hockey, Hockey, Hockey ist toll. Hockey, Hockey ist toll, Hockey, Hockey ist toll. Ja, wir haben gewonnen, Tom Thomas. Was sagst du jetzt? Wie konnte mir das bloß passieren? Weil du ganz alleine spielst, aber wir sind ein Team. Team! Hockey ist toll. Rohre. Das Thema unserer heutigen Stunde lautet Rohre und Schläuche. In diesem Laboratorium findet ihr sie überall. Seht, dort und dort. Ein paar sind dort und da ist noch eins. Also, wer kann mir sagen, wofür man Rohre alles benutzt? Ziffer. Klemmtnerei, um Wasser zu transportieren. Nolik, in der Schule spricht man nicht, ohne aufgefordert zu werden. Ziffer. Man kann. Und auch fürs Abwasser. Ich rede jetzt mit Ziffer. Gas läuft auch durch Rohre. Schluss mit den Unterbrechungen. Und nicht zu vergessen der Rauch von den Öfen. Nolik, dein Verhalten ist unmöglich. Raus, sofort. Sofort. Also gut. Und am Duschkopf, da ist auch ein Schlauch, stimmt's? Du sollst rausgehen. Und der Staubsauger hat auch einen. Hm. Und Fernrohre, die Piraten nehmen, wenn sie regeln. Hey, sollen wir alle heimlich verduften? Tolle Idee. Dann kann er bei sich selbst reinrufen. Und eine Trompete ist ein Rohr, durch das man blasen kann. Nolik ist mein kleiner Bruder. Es gibt vieles, was er immer noch nicht weiß. Aber das hält ihn nicht davon ab, sich in Dinge zu stürzen, die er besser lassen sollte. Leider gerät er oft in Schwierigkeiten. Also müssen meine Eltern oder ich ihn immer wieder irgendwie retten. Nein, eine Nervensäge ist Nolik nicht. Er ist einfach neugierig. Deswegen hat er die wichtigste Regel der Fixies gebrochen. Sich vor Menschen verstecken. Er hatte sich zuerst mit Tom Thomas angefreundet. Nun, ich war auch da. Aber Nolik hat angefangen. Eigentlich war Großfix der Erste. Vor vielen Jahren freundete er sich mit Professor Eugenius an. Und seitdem erlaubte der Professor uns, eine Schule in seinem Labor zu haben. Wie sich herausstellt, kommt Nolik ganz nach seinem Großvater. Ziffer, fahre fort. Rohre sind... Wow! Seht doch mal, wie viele Rohre hier sind. Da sind welche aus Gummi und aus Glas und auch gebogene. Oh ja! Stifte! Teile davon sind auch kleine Rohre. Ähm... Das war's wohl. Ihnen fällt nichts mehr ein. Und es gibt Röhrenrutschen im Schwimmbad. Es gibt Gewerks und Kanonen. Das sind Rohre. Oh, da ist ein Rohr mit einem ernsthaften Riss. Und da tropft es raus und zischt. Es tropft? Wo? Wie soll ich es zeigen, wenn du mich aus der Klasse geschmissen hast? Was ist los? Sieh doch, das Rohr da oben ist undicht. Da tropft Säure heraus. Ist das gefährlich? Das ist schrecklich. Jede Sekunde könnte es... explodieren. Ah! Wo ist Professor Eugenius? Er ist gerade ein Settwitch. Was sollen wir tun? Es ist eine Katastrophe. Keine Panik. Feuer! Werder! Geh zu dem Schlauch und schließ das Ventil. Simka, du holst deinen Pakomat. Wir werden dieses Rohr selbst reparieren. Es ist sehr wichtig, sicherzustellen, dass Rohre nicht undicht sind. Aber Rohre dicht zu machen ist nicht so einfach. Rohre werden hergestellt, indem man ein Stück Metall aufrollt und zuschweißt. Leider kann die Fuge brechen. Und so haben Menschen gelehrt, Rohre ohne Fugen zu machen. Sie strecken heißes Metall an besonderen Maschinen. Und Plastikrohre werden einfach ausgedrückt, wie Pasta. Wenn das heiße Plastik abschüttet, härtet es sich und wird zu einem Rohr. Wir haben es gerade noch geschafft. Nullig, gut gemacht. Hey, Simka, wo ist er? Weiß ich nicht. Endlich ist er weg. Hier bin ich. Nullig, danke für deine Achtsamkeit. Komm wieder in unsere Klasse. Titisch! Aber vergiss nicht. In meiner Klasse dürfen Schüler nur antworten, wenn sie dran sind. Na also, Rohre und Schläuche, Ziffer, fahr bitte fort. Nun? Aber Nullig hat schon alles gesagt. Nullig! Nicht alles. Ein Strohhalm von einem Shake ist ein Rohr und einige Nudeln sind Rohre aus Teig. Und wie heißt es, äh, das Dings? Ein Loch in einem Berg. Warte kurz, ich weiß es. Ein Vulkan. Das meine ich nicht. Die gehen nach oben. Ich meine die, die so gehen. Ha! Es ist ein Tunnel. Genau so. Gut gemacht. Ja! Der Pakomat. Äh, Simka, kann ich den Pakomat haben? Ich möchte gern ein wenig mit ihm üben vor dem Test. Na klar. Du bist echt gut da drin. Gut? Ich könnte wohl kaum schlechter sein. Ich wollte einen Staubsauger. Eigentlich warst du ganz nah dran. Zumindest hat er den Schlauch rausbekommen. Das ist gar nicht zum Lachen. Um ein Werkzeug aus einem Pakomaten zu nehmen, muss ein Fixie nicht nur den Knopf auf seiner Brust betätigen, sondern sich das Werkzeug auch bildlich vorstellen. Im Erwachsenenalter fällt es Fixies leicht, dies zu tun. Aber während sie Kinder sind, müssen sie hart trainieren, um diese bedeutende Fertigkeit zu erlernen. Um neue Werkzeuge handhaben zu können, legen Fixies wichtige Prüfungen ab. Wenn sie eine Prüfung bestanden haben, dann wird das entsprechende Werkzeug ihren Pakomaten beigefügt. Es gibt viele Dinge, die man in ihm finden kann. Schraubenzieher, Hammer, Leitern, Staubsauger und sogar Lötkolben. Viele der Werkzeuge, die Fixies benutzen, sehen jedoch anders aus als die der Menschen. Der Grund dafür ist sehr einfach. Das liegt daran, dass Fixies Geräte reparieren müssen, die viel größer sind als sie selbst. Äh, ich wünschte, nur ich wüsste, welches Werkzeug beim Test rankommt. Ich hab's! Bleib genau hier stehen! Großfix! Was? Ähm, wegen dem Test. Um welches Werkzeug wird es sich handeln? Das ist geheim. Oh, wie schade. Du kannst doch ein Geheimnis wahren, oder? Na klar! Dann sag ich's dir. Der heutige Test handelt von Zangen. Verstehst du? Aber sag es niemandem, alles klar? Auf keinen Fall! Ah, ich werd ihn nie bestehen. Willst du? Er wird die Zange dran nehmen. Hä? Woher weißt du das? Das ist geheim. Hä! Okay, Ziffer. Versuch doch mal ein paar Zangen rauszuholen. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Denn sie greift alle Dinge geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Gut gemacht. Du hast es. Vielen Dank, Nulik. Ich bin es nicht, dem du danken solltest. Großfix! Vielen Dank! Wofür? Das Geheimnis. Welches Geheimnis? Wegen der Zangen. Ach, das. Weißt du, ich habe ein neues Thema gewählt. Ähm, das Thema wird jetzt nämlich der Hammer sein. Ein Hammer? Aber es ist ein Geheimnis. Ich weiß schon. Er hat's geändert. Es ist ein Hammer. Bist du dir sicher? Absolut. Na gut, ich werde es probieren. So ein Hammer ist das Werkzeug schlechthin. Denn er nagelt alles so ganz geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. So ein Hammer ist das Werkzeug schlechthin. Super, ich bin sicher, du schaffst das. Nur wenn er mich über einen Hammer befragt. Bin gleich zurück. Großfix, ist es wirklich ein Hammer? Nein. Ein Hammer wäre viel zu einfach für diese Kinder. Also jetzt ist es eine Bohrmaschine. Bohrmaschine? Aber es... Ist ein Geheimnis. Jetzt weiß ich's. Es gibt keinen Zweifel mehr. Es ist eine Bohrmaschine. So ein Bohrer ist das Werkzeug schlechthin. Denn er bohrt 100 Löcher geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. So ein Bohrer ist das Werkzeug schlechthin. Und was, wenn's keine ist? Richtig! Pass auf deine Finger auf, Finger auf, Finger auf. Pass auf deine Finger auf, weil du siehst. Noch ein Brust. Das reicht. Ich habe jetzt genug. Ich gehe jetzt und mache den Test. Ja. Tifa? Komm nur rein. Ähm, Professor, ähm, worum handelt es sich denn beim heutigen Test? Ach, nichts. Du hast schon Bestand. Was? Sie meinen, Sie werden mich überhaupt nichts fragen? Nicht nötig. Du bist ausgezeichnet im Umgang mit dem Pakoma. Woher wissen Sie das? Das ist ein Geheimnis. Und wir Fixies wissen, wie man ein Geheimnis war. Hä? Das Fixifon. Tom Thomas. Hä? Rate mal, was wir mitgebracht haben. Ratet ihr, was ich hab? Eine Banane. Ein Auto. Nein, Quatsch. Äh, Schokolade. Äh, ein paar Socken. Ha! Gebt ihr auf? Mein Papa hat sich ein neues Handy gekauft und hat mir sein altes gegeben. Er meinte, ich kann es behalten. Oh, wow. Und was habt ihr da? Hier. Ah, ihr habt auch ein Handy. Das ist noch viel besser. Das ist nämlich ein Fixifon. Papus hat sich ein neues Fixifon gekauft und sein altes hat es Simker gegeben. Und könnt ihr damit telefonieren? Äh, rate mal. Komm, ich zeig es ihm. Hallo, Papus. Hi, Nolik. Warum rufst du an? Äh, ich wollte nur Hallo sagen. Nolik, ruf mich nicht grundlos an, wenn ich arbeite. Alles klar. Siehst du? Na und? Ich kann mit meinem Handy auch anrufen. Menschen anrufen, meinst du? Aber Fixis erreichst du nicht. Ein Fixifon ist ein Smartphone für Fixis. Fixis können sich nicht nur gegenseitig damit anrufen. Sie kommen damit auch in ihr eigenes spezielles Fixi-Internet. In einem Fixifon hat man eine Kamera, Taschenlampe, Nachrichten, Spiele, Filme und Fixi-Lieder. Die Lieblingslieder der Fixis. Fixi-Kinder lieben sie. Und die Eltern ebenso. Denn Fixifone informieren die Eltern darüber, wo die Kinder sind und ob sie vielleicht gerade in Schwierigkeiten stecken. Über die Jahre haben Menschen ihre Telefone weiterentwickelt. Nach Handys kamen die Smartphones. Sie nutzen sie, um sich gegenseitig anzurufen und sie gehen damit ins Internet. Ein Smartphone kann fast so viel wie ein Computer. Aber trotzdem sind sie noch weit davon entfernt, so gut wie Fixifone zu sein. Ja, das ist wirklich cool, Leute. Aber dieses Smartphone kann das auch. Aber kann dein Smartphone das? Schau mal hierher. Meinst du hier? Das ist doch nur eine Maus. Und nun? Schau hier. Wow. Aber er ist nicht... Er ist gar nicht da. Schau, er ist da. Und das ist noch nicht alles. Sie. Mit Hilfe einer Maus kann man den Computer steuern. Und wenn wir sie bewegen... Verstehst du? Niemand außer dir kann den Fixi sehen. Und er kann dir helfen. Super. Es wäre cool, wenn ich mein eigenes Fixifone hätte. Wovon redest du? Du bist doch kein Fixi. Wie schade. Ich gehe jetzt in die Schule, Leute. Oh, er ist wirklich traurig. Er hat sogar sein Handy vergessen. Ich habe eine Idee. Klingelton, Vibration, fast wie ein Computer. Man kann sogar Spiele spielen, das Telefon ist super. Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag. Klingeling den ganzen Tag, das Telefon ist super. Brauche keinen Bruder mehr, kann alleine spielen. Es kann mir die Zeit dann sagen und fotografieren. Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag und fotografieren. Hast du Post, schick einen Text, doch in jedem Falle steckt das Ladekabel rein. Mein Akku ist gleich alle. Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag, mein Akku ist gleich alle. Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag, mein Akku ist gleich alle. Das schafft! Tisch! Oh, das ist ja... Überraschung! Wow, das ist toll! Jetzt habe ich mein eigenes Fixiphone. Genau wie eures. Naja, fast das gleiche. Tom Thomas! Tom Thomas, ich muss mich selbst mit deinem Handy anrufen. Ich suche mein Handy. Oh, wow! Du hast ja alles hier geändert. Wo bin ich? Ich nehme an, ich bin Papus. Du hast mir aber einen lustigen Namen ausgesucht. Nolik, hör auf! Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn. Was? Wer ist da? Das ist nicht Nolik. Wer ist da? Weißt du, wer das gerade war? Weiß irgendjemand hier, wem dieses Handy gehört? Ah, da ist es ja. Ich komme. Das mit den Nummern klären wir später. Ach, wir bekommen richtig Ärger von Papus. Gib mir dein Handy, Tom Thomas, und ich lösche alle Nummern der Fixis darauf. Aber wie soll ich euch anrufen? Wozu uns anrufen? Wir sind doch immer in der Nähe. Der Ofen Hier kommt er! Der Hochseil-Akrobat! Nolik, nein! Ich bin nicht Nolik, ich bin ein Akrobat. Du stürzt ab. Das werde ich nicht? Mhm, ja klar. Jedes Mal ist es die gleiche alte Geschichte. Er gerät in Schwierigkeiten und ich muss ihn da rausholen. Nein! Nein, 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 ich falle! Ah! Halt durch! Ich mache mir Spaß. Nolik, du bist ein Dummkopf. Ah! Hä? Ah! Ah! Senka, Spule! Hier unten, hier! Ah! Na, wer steckt jetzt in der Klemme, hm? Das ist überhaupt nicht witzig. Ah! Braucht ihr Hilfe? Wir schaffen das schon alleine. Richtig, Spule? In Ordnung. Bis später, Land. Wir müssen hier rauskommen. Ah! Tom Tommys Mama kommt her! Schnell! Hi Tom Thomas! Hi Nolik, du kommst genau richtig. Setz dich in den Zug. Schöner Ort. Das ist der Ofen. Es ist wunderschön hier und gar nicht heiß. Prächtig. Jetzt ist es noch nicht heiß. Der Ofen beginnt ja jetzt erst warm zu werden. Ein Ofen ist eine Kabine mit Heizung. Es kann darin so heiß werden, dass es alles rösten kann, was darin ist. In der Tat sind Öfen genau dazu da. Menschen rösten darin Fleisch oder backen Kuchen. Manche Öfen verbrennen Gas für die Hitze und andere nutzen Elektrizität. Die haben besondere elektrische Spulen, die glühend heiß werden und alles im Ofen erhitzen. Also seid vorsichtig in der Nähe von Öfen. An einem heißen Ofen kann man sich sehr schlimm verbrennen. Puh, es wird jetzt wirklich sehr heiß. Wir müssen aus diesem Ofen raus. Jetzt sofort. Simka, wir werden hier drin gleich geröstet. Ja, das wird ein Fixikuchen. Das will ich nicht. Denkst du ich? Hier, halt dich fest. Sehr lang. Sei vorsichtig, du fällst raus. Ach, du bist ja wie Simka. Sie hat das auch gesagt und dann ist sie selber gefallen. Direkt in den Teig. Zusammen mit Spule. Was? Sie sind in den Teig gefallen? Oh ja. Und wahrscheinlich stinken beide auch noch fest. Tom Thomas, der Kuchen kommt frisch aus dem Ofen. Willst du probieren? Wo können sie sein, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht sind sie im Kuchen. Vielleicht wurden sie zu Schrauben. Wir müssen sie finden. Hey, was machst du da? Essen, nicht spielen. Hey, pass auf. Brich dir nicht deine Zähne. Die ersten Öfen in der Steinzeit waren nichts weiter als einfache Feuerstellen, wo Menschen auf heißen Kohlen kochten. Später wurde der Ofen erfunden. Jedes Haus hatte einen Ofen aus Stein, Ton oder Eisen. Man verbrannte darin Holz oder Kohle. Diese Öfen erzeugten genug Hitze, um Suppe zu machen oder einen Kuchen zu backen. Und im 19. Jahrhundert wurde dann der Gasherd erfunden. Gasherde sind viel praktischer als Holzöfen. Nur eine Sekunde und das Gas brennt. Nach wenigen Minuten kocht das Wasser. Sie sind sehr praktisch, aber sie können auch gefährlich sein. Wenn die Rohre beschädigt sind, kann es zu einer Explosion kommen. Heute gibt es auch Herde und Öfen, die mit Elektrizität laufen. Sie nutzen elektrische Heizelemente zum Braten, Kochen oder Backen. Und das ganz ohne Feuer. Tom Thomas, gleich explodierst du. Aber es ist so unglaublich lecker. Ich kann nicht auffallen zu essen. Kau weiter, Tom Thomas. Mehr kann ich echt nicht kauen. Hey, was macht ihr Jungs da? Hey. Was meint ihr? Wir wollten euch retten. Ihr seid nicht im Kuchen? Wozu habe ich dann all das gegessen? Fast alles. Hm. Vielleicht, weil du einfach so ein guter Freund bist. Ja. Er ist ein guter Freund mit einem gesunden, großen Abtrieb. Das Kaleidoskop Tom Thomas, warum lässt du mich nicht deine neue Kugel sehen? Ich kann es kaum erwarten. Wie gesagt, du kannst sie sehen, sobald ich sie aufgehängt habe. Du guckst doch nicht, oder? Nein, tu ich nicht. Oh. Also, darf ich jetzt gucken? Klar, guck nur. Wo ist sie? Hier. Sie ist zerbrochen? Es ist okay. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Tom Thomas, sieh mal ins Kaleidoskop. Wozu? Habe ich schon gesehen. Komm schon. Da ist etwas, das du bestimmt noch nie gesehen hast. Wow. Cool, oder? Was ist das? Meine eigene Erfindung. Ein Piraten-Kaleidoskop. Cool, oder? Aha. Es ist toll. Ich mag es sehr. Tom Thomas, hallo du. Ich habe gehört, du hast eine schöne Kugel für den Baum bekommen. Pssst. Kann ich sie sehen? Da liegt sie. Wo? Da. Nein. Oh, das ist ja schrecklich. Warum machst du das, Simka? Was soll das? Ich hatte ihn gerade aufgemuntert. Wie das denn? Mit dem Kaleidoskop. Weißt du noch, was Großwigs gesagt hat? Wisst ihr, warum ein Kaleidoskop so wunderschöne Muster hat? Ah, das ist, weil Teile von verschiedenen farbigen Glas darin umher purzeln. Und auch, weil Spiegel darin sind. Normalerweise sind es drei. Und sie sind einander zugewandt. So wird jedes Glasstück sehr oft reflektiert. Und so entstehen die wunderschönen, symmetrischen Muster des Kaleidoskops. Übrigens, ihr könnt fast alles in ein Kaleidoskop stecken, was ihr wollt. Und jedes Teil hat sein eigenes Muster. Ja, es gibt alle möglichen Kaleidoskope. Manche mit Knöpfen, manche mit Blumen und manche sind sogar mit Insekten gefüllt. Eines Tages hatte ein sehr reicher Mann ein Kaleidoskop mit wertvollen Steinen machen lassen. Ja, es wäre wahrscheinlich nicht ansatzweise so schön gewesen, wenn er es mit Geld gefüllt hätte. Tom Thomas, guck doch mal ins Kaleidoskop. Ich hab es schon gesehen, Piraten. Nee, da sind keine Piraten mehr. Wir haben es geändert. Guck doch mal. Wow. Magst du's? Sehr. Hey, was habt ihr reingemacht? Ein paar Teile der zerbrochenen Kugel. Auf diese Weise ist es noch schöner, hab ich recht? Ach, das hat wohl nicht geklappt. Frohe Weihnachten! Wir sind hier um diese prächtige neue Weihnacht. Was ist los? Ach, frag lieber nicht. Ich hab's. Tom Thomas! Was? Was? Schau ins Kaleidoskop! Schon wieder? Ich will nicht. Und ich sage dir, du musst. Ja. Cool, yeah! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Vielen Dank! Fühlst du dich wieder besser? Ja. Das ist wunderschön. Und du bist der erste Mensch auf der Welt, der das je gesehen hat. Wie ist das? Dreh es! Das ist toll, oder? Selten gesehen und wunderschön ist das Kaleidoskop. Schimmerndes Fest, buntes Geäst, ist das Kaleidoskop. Blumige Zauber, der öffnet sich hier, Blütenpracht glitzert und glüht. Kaleidoskop, Kaleidoskop, die Welt der Träume erblüht. Kaleidoskop, Kaleidoskop, die Welt der Träume erblüht. Hallo allerseits, Tom Thomas. Ich komme, weil ich diese wunderschöne Weihnachts... Es ist okay. Was ist wichtiger? So tolle Freunde? Oder eine Weihnachtskugel? Die Uhren. Überhol ihn! Von links! Niemals! Dann fliegst du raus! Werde ich nicht. Siehst du? Was? Hä? Auch nichts? Jetzt redest du schon mit dem Computer wie mit einem Freund. Hör mal, du hast heute genug gespielt. Oh, Mama, noch ein kleines bisschen. Noch eine halbe Stunde bis zum Abendessen. Und dann ist Schluss mit dem Computerspielen. Äh, äh... Äh... Na toll, ich schaffe alle Level niemals in einer halben Stunde. Niemals! Hey, was wenn wir die halbe Stunde ausdehnen? Wie? Wir können die Zeiger der Uhr doch etwas zurückdrehen. Das kommt doch raus. Okay, dann verlangsamen wir die Uhr. Ja, aber wie? Das müsstet ihr eigentlich wissen. Damals funktionierten Uhren mit Hilfe eines Pendels. Das Pendel kontrolliert, wie schnell sich die Zeiger der Uhr drehen. Wenn man das Pendel verlängert, schwingt es langsamer. Und so bewegen sich auch die Zeiger langsamer. Wird das Pendel kürzer, tickt die Uhr schneller. Moderne Uhren funktionieren ohne Pendel. Sie haben stattdessen eine Federung oder einen elektronischen Chip. Und trotzdem kann man auch die Geschwindigkeit dieser Uhren verändern. Los, schieb! Wow, ihr habt's geschafft. Toll, wie viel langsamer sie jetzt läuft. Jetzt hast du genug Zeit zu spielen. Aber verlangsamt ihr jetzt auch die Uhren in der Küche? Ja, und alle anderen Uhren auch. Wenn ich hier drehe, dann wird das Pendel länger. Ja, und nun schlägt die Uhr langsamer. Tidisch! Feuer, sieh! Noch eine Uhr! Ja, komm mit! Ach, geschafft! Jetzt sind alle Uhren langsamer. Im ganzen Haus! Gut gemacht! Ja, 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 ja! Wow, Tom Thomas! Wie cool! Wow! Noch ein Level! Wahnsinn! Unglaublich! Unglaublich! Weiter so! Seltsam! Hurra! Unglaublich! Ja, ich habe alle Level geschafft! Oh, danke! Ihr beiden seid... Wir sind die Meister der Zeit! Ja! Ja, aber ich werde echt hungrig und Mama hat mich noch nicht zum Essen gerufen. Weil die halbe Stunde noch nicht vorbei ist. Hä, riecht dir das? Es riecht angebrannt! Was ist passiert? Ein Feuer? Komisch! Ich habe 30 Minuten gewartet, wie immer, aber dieses Mal ist alles angebrannt. Ist die Uhr vielleicht stehen geblieben? Nein, sieh doch! Sie funktioniert! Ich mache dir Haferflocken. Was? Zum Abendessen? Mama, ich muss kurz. Ich bin gleich wieder da. Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Ihr beiden Meister der Zeit? Ihr zwei müsst die Uhren wieder aufdrehen. Okay, okay. Wird gemacht. Wir holen die Zeit wieder ein. Der Mensch hat sich viel einfallen lassen, um Zeit messen zu können. Wenn man zum Beispiel einen Stab in den Boden steckt, kann man anhand seines Schattens die Zeit ablesen. Diese einfache Uhr nennt man Sonnenuhr. Eine andere einfache, antike Uhr ist die Wasseruhr. Man kann die Zeit messen, indem man abliest, wie viel Wasser abgeflossen ist. Und wenn man statt Wasser Sand herunterrieseln lässt, dann hat man eine Sanduhr. Aber der Mensch konnte die Zeit ehrlich gesagt nie ganz genau messen, bevor er mechanische Uhren erfand. Die gibt es in allen möglichen Größen, von großen Wanduhren bis hin zu kleinen Armbanduhren. Heute haben wir auch digitale Uhren, die man sehr leicht ablesen kann. Aber die genaueste Uhr ist die Atomuhr. Die gesamte Welt richtet sich nach ihr. Tom Thomas, warum klingelt dein Wecker mitten in der Nacht, hm? Was? Es ist mitten in der Nacht? Sieh, Tom Thomas. Hä? Aber der Uhr nach müsste ich jetzt aufstehen. Komisch. Gestern haben Feuer und ich alle Uhren beschleunigt. Deswegen hat der Wecker so früh geklingelt. Beschleunigt? Seid ihr verrückt? Tom Thomas wollte das. Hm, also was sollen wir jetzt machen? Ist doch klar. Geh jetzt in die Schule. Äh. Das war ein Witz. Leg dich wieder hin. Keine Sorge. Ich stelle die Uhren wieder normal ein. Kann ich mich kommen und dir helfen? Hm, helfen? Ihr Jungs seid es doch, die die Probleme erst machen. Die Brechstange. Hier ist alles ganz. Ich wünschte, dass etwas kaputt wäre. Seit einer Woche ist schon nichts mehr kaputt gegangen. Keine Sorge. Irgendwann geht alles mal kaputt. In diesem Haus scheint jedenfalls nichts kaputt zu gehen. Tja, weil wir uns so gut um alles kümmern. Nee, Marcia. Ohne richtige Arbeit ist's langweilig. Wir sollten umziehen. Wenn Fixies die Schule beenden, dann müssen sie sich einen Platz suchen, an dem sie gerne arbeiten würden. Einige werden in Fabriken arbeiten, andere auf Schiffen, einige in Theatern und wieder andere in Krankenhäusern. Fixies werden überall gebraucht. Fixie-Familien mit Kindern suchen sich gerne etwas ruhigere Orte aus. Normalerweise lassen sie sich in bewohnten Häuser nieder. Dort ist es nicht so laut wie in einer Fabrik, trotzdem gibt es dort genug Arbeit zu tun. Sie müssen Geräte wie Computer, Staubsauger, Telefone, Bügeleisen und Waschmaschinen überprüfen. Und Fixies geben immer ihr Bestes. Sie lieben es, einfach mit Arbeit beschäftigt zu sein. Und wenn im Haus nichts kaputt gehen sollte, dann werden Fixie-Familien an einen neuen Ort ziehen, an dem es viel mehr Arbeit zu tun gibt. Nolik, hast du das gehört? Ich, ich will nirgendwo anders hinziehen. Denk doch mal an die Kinder, Schatz. An deren Schule und Freunde. Gefällt dir ihr Freund etwa? Ein Menschenkind spielt mit Fixie-Kindern. Du weißt genauso gut wie ich, dass es verboten ist. Alles klar, wenn hier bis zum Ende des Tages nichts kaputt geht, dann wär's das. Dann ziehen wir einfach um. Oh nein, ich kann nicht. Tom Thomas kommt erst übermorgen wieder. Da wären wir ja schon weg. Reiß dich mal zusammen. Werde ich ihn dann etwa nicht mehr wiedersehen können? Nolik, ich habe eine Idee. Was? Was für eine Idee? Wenn irgendetwas vor Ende des Tages zufällig kaputt geht, dann ziehen wir nicht um. Aber was, wenn nichts kaputt geht? Bleib ruhig. Wir werden einfach dafür sorgen. Sinka, du bist ein Genie. Aber wie werden wir dafür sorgen? Wir nehmen einfach eine Brechstange. Eine Brechstange ist kraftvoll und einfach. Sie ist nichts anderes als eine schwere Metallstange mit entweder scharfen oder flachen Enden. Beim Aufbrechen von Beton oder Eis kann sie sehr hilfreich sein. Als Hebel kann man mit ihr sogar einen Baum entwurzeln oder einen Felsen bewegen. Wenn eines der Enden eine Klaue hat, dann kann man damit gut Nägel herausreißen. Ja, manchmal sind die einfachsten Werkzeuge die stärksten. Haben wir denn eine Brechstange? Wir haben unseren Vakumaten. Und der hat alles. Ja! In jedem Mechanismus steht Arbeit für uns drin. Weil all diese Geräte ganz unbeständig sind. Bei Nacht und auch bei Tage, wir kommen nie zu spät. Wir sind das Notfallhilfe-Team. Wir sind schon unterwegs. Sieg nur im Tisch. Wir sind schon drin. Analysiert. Tisch! Und repariert. Eins, zwei, drei. Tisch! Wir sind dabei. Tisch! Wenn Arbeit bringt. Dann sind wir flink. Darf ich es mal probieren? Bitte sehr. Nolik! Was denkst du dir bloß? Ich mache es doch genauso wie du. Machst du nicht. Das kapiere ich nicht. Erstens muss das, was du kaputt machst, so aussehen, als wäre es von allein passiert. Oh, ich verstehe. Und zweitens musst du es so machen, dass es später repariert werden kann. Hat hier jemand etwas von Reparieren gesagt? Oder höre ich nicht recht? Papus, wir haben nur gerade gemerkt, der Fernseher ist kaputt gegangen. Tatsächlich? Ja, und einer der Tastaturknöpfe steckt fest. Im Ernst? Im Ernst. Und schau, die Uhr, die tippt auch nicht mehr. Oh, wow. Masja, unser Leben verbessert sich. Fixi sei Dank. Sollen wir loslegen? Ja, was sonst? Wir sind die Fixis. Die Kraft liegt in der Arbeit. Und Arbeit macht uns Spaß. Denn ohne all die Arbeit. Wenn wir schon nicht mehr da. Und tief in den Gerenken. Wo es ganz dunkel ist. Könnt ihr uns funkeln sehen? Wie einen bunten Blitz. Sie nur wird. Tidisch. Wir sind schon drin. Tidisch. Analysiert. Tidisch. Und repariert. Eins, zwei, drei. Tidisch. Wir sind dabei. Tidisch. Wenn Arbeit bringt. Tidisch. Dann sind wir flink. Tidisch. 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 Oh. Das war eine Menge Arbeit heute. Fast so, als hätte jemand es mit Absicht kaputt gemacht. Also wir ganz bestimmt nicht. Ist von allein passiert. Ja. In dieser Wohnung gibt es noch viel zu tun. Ausziehen kommt nicht in Frage. Ich mag es hier. Ich auch. Ich auch. Schatz. Mir gefällt es hier auch richtig gut. Der Unterricht beginnt jetzt. Seid leise. Ruhe bitte. Ah. Es ist ja so heiß hier. Heute lernen wir etwas über... Ah. Ah. Was war das, hä? Es muss ein Erdbeben gewesen sein. Ja. Es war ein Erdbeben. Hurra. Oh. Tut mir leid, Professor. Oh. Ich suche eine Steckdose für diesen Ventilator. Oh. Es ist furchtbar heiß. Da haben Sie recht. Suchen Sie ruhig weiter. Ah. Nun ja. Wo war ich? Ach ja. Heute. Oh. Nein. Das kann nicht sein. Im ganzen Labor gibt es keine freie Steckdose. Unfassbar. Oh. Ziehen Sie eines der Kabel heraus. Dann haben Sie eine freie. Geht nicht. Äh. Ich hätte Angst, ein wichtiges Gerät abzuschalten. Ah. Selbst Volt würde sich in diesen Kabeln verirren. Huf. Keine Sorge, lieber Professor Eugenius. Wir finden eine Steckdose für Sie. Das stimmt, Kollege. Gönnen Sie sich eine Tasse Tee, ruhen Sie sich aus. Danke, Kollege. Und wie immer bin ich euch ewig dankbar. Fixies haben Schulen an allen denkbaren Orten gegründet. In Fabriken, Geschäften und Lagerhallen. Überall dort, wo viele Maschinen und Geräte zu finden sind und wo man sich vor Menschen verstecken kann. Und wir haben unsere Schule hier gegründet, mitten im Labor von Professor Eugenius. Es ist ein fantastischer Ort, an dem ich unterrichten kann. Jeden Tag werden neue Apparate, Materialien, Spielsachen und sogar Nahrungsmittel zur Inspektion hergebracht. Und es gibt hier auch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Geräten und Werkzeugen, die unserem Studium dienlich sind. Das Wichtigste ist aber, dass wir uns nie verstecken müssen. Denn der Leiter des Labors, mein Kollege Professor Eugenius, ist ein guter alter Freund. Er liebt Fixies nämlich und hilft uns jedes Mal, wenn's nötig ist und würde uns nie verraten. Was machen wir als erstes? Erstmal ziehen wir diese Kabel auseinander. Das mache ich doch im Nu. Hierher! Nein, hier! Rolik, hilf uns! Los, zieh doch! Komm schon, komm schon, komm schon! Noch einen Ruck! Hört auf! Ich komm nicht raus! Lockre die Kabel! Wir müssen dieses hier rausziehen! Sofort aufhören mit dem Blödsinn! Danke, Ziffer! Tittich! Also, ich seh die Sache so. Um diesen Knoten hier vorne zu entwirren, müssen wir die Öse da vorne erweitern und dann dieses Kabel durchziehen. Und dann das Ganze auf der anderen Seite auch. Genau so. Sehr gut, Mädels. Jetzt beste ziehen. Perfekt! Hey, guck mal her! Dieses grüne Kabel ist überhaupt nicht verbunden. Das heißt, niemand braucht es. Zieht es also ruhig aus der Steckdose raus. Ich mach's! Oh, ja! Haha! Dich! Wer da? Hier ist noch ein unverbundenes Kabel! Ich hab noch eins gefunden, das niemand nutzt. Ähm, ich meine, Simk und ich waren das gemeinsam. Lole, warum bist du traurig? Weil ihr alle schneller seid als ich! Siehst du dieses Kabel? Untersuch es doch mal! Wirklich? Oh, wow! Was? Hast du einen Schatz gefunden, Nolik? Aha! Da sind sechs freie Steckdosen drunter. Super! Jetzt kann Professor Eugenius seinen Ventilator, seinen Wasserkocher und sein Mügeleisen einstecken. Um ein Gerät, das ohne Batterien läuft, an ein Stromnetz zu schließen, muss man ein paar Metalldrähte in eine Steckdose stecken. Die Drähte dürfen sich aber nicht berühren, sonst verbrennt der Strom sie. Deswegen werden Drähte isoliert, das heißt mit Plastik und Gummi umrandet, damit die Elektrizität nicht von einem Draht zum anderen geraten kann. Auch wir werden dadurch geschützt. Seid also immer vorsichtig mit Drähten und fasst nie ein offenes oder beschädigtes Kabel an, sonst bekommt ihr einen elektrischen Schlag. Oh, was täte ich nur ohne euch, meine lieben Freunde? Vielen Dank! Ah, Entschuldigung! Ich wollte, ich hätte, ich sollte, äh, ich sollte gehen. Gehen Sie nur, eine gute Idee. Und wir machen weiter. Äh, worum ging es eigentlich? Es ging um Kabel. Sieht so aus, als ob die Stunde vorbei ist. Zeit zum Spielen geht! Das Katapult Was war das denn, huh? Hm, sehr seltsam. Tom Thomas ist nicht da. Aber diese Modellsoldaten haben sich sicher nicht allein erschossen. Das war ein echt guter Schuss. Er war zwar kurz und auch nicht hoch und schlecht gezielt, aber ziemlich schlecht. Er war gut, aber auch schlecht. Jetzt hab ich's. Also, was machen wir nun? Wir müssen's neu positionieren. Hör! Hey, Feuer! Nolik! Warum solltet ihr einen Grund haben, auf Fixies zu schießen? Fixies? Wir sollten doch jetzt in der Schule sein. Eigentlich bin ich gerade auf dem Weg zur Schule. Und was ist mit dir, Feuer? Warum bist du nicht dort? Weil es dort langweilig ist. Aber hier, schau nur, was für eine coole Waffe wir haben. Ha! Wie hast du das gerade genannt? Ihr wisst ja gar nicht, was das ist. Das nennt man Katapult, Leute. Ein verkatertes Pult? Nicht ein verkatertes Pult. Ein Katapult, Freunde! Katapulte sind antike Wurfmaschinen. Sie wurden benutzt, um Steine, schwere Pfeile oder Fässer mit brennendem Teer zu schleudern. Der Hauptteil eines Katapultes ist ein besonderes Tau. Es wird sehr, sehr fest verdreht, wie eine Feder. Das Seil wird anschließend um einen großen Löffel gewunden. Und dann, wenn der Löffel zurückgezogen wird, man einen Stein hinein platziert und dann loslässt, feuert das Katapult einen Schuss ab. Und dann fliegt der Stein weit, weit weg. Aha. Verstehe. Jetzt machen wir es. Zu kurz gezielt. Wieso zu kurz gezielt? Was wolltest du denn treffen? Abwarten. Der Löffel muss weiter gespannt werden. Nur ein wenig. Leute, ihr werdet das Glas zerbrechen. Nulik, gib ihm den Ruck. Alles klar. Ja, genau ins Schwarze. Lasst uns jetzt ins All fliegen. Warte, welches All? Was heißt hier fliegen? Wer wird denn jetzt fliegen? Ich würde fliegen. Haha. Direkt aus dem Fenster. Geradewegs zum Mond. Der erste Fixinaut der Welt. Bist du jetzt bereit für einen Flug ins All? Ja, Sir. Nulik, steig sofort aus dem Löffel aus. Ich werde der erste Fixi auf den Mond. Ja. Nulik, jetzt reicht's aber. Das soll wohl ein Scherz sein. Es ist ja gar kein Witz. Er wird ins All fliegen. Und wieso machst du das nicht? Weil er leichter ist. Moment mal. Menschen sind auch nicht direkt ins All geflogen. Zuerst einmal haben sie Hunde geschickt. Nee. Kaubeke passt hier nicht rein. Simka, warum gehst du nicht und lässt uns in Ruhe? Gut, ich geh jetzt. Aber nur, wenn Nulik sich sofort einen Schutzhelm aufsetzt. Hm. Du hast ganz recht. Ich hole einen Helm. Das Katapult wurde zwar in antiker Zeit erfunden, es wird heute aber immer noch benutzt. Aber anstatt Steine zu schleudern, werden Katapulte verwendet, um Düsenflugzeuge abzufeuern. Die Startbahn auf einem Flugzeugträger ist recht kurz, also helfen Katapulte, damit Flugzeuge schnell genug werden, um abzuheben. Katapulte können auch fürs Retten von Piloten eingesetzt werden. Wenn ein Flugzeug einen Unfall hat, wird in der Kabine ein Katapult aktiviert. Der Pilot wird in den Himmel geschossen und landet auf dem Boden mit einem Fallschirm. Eine einfache Steinschleuder ist auch eine Art Katapult, nur eben ein sehr kleines. Seid aber vorsichtig mit diesem Spiel. Es kann für euch und andere gefährlich werden. Und was uns Fixies betrifft, wir benutzen Katapulte nur für Friedensmissionen. Papu, schnell! Unser Nulik wird gleich mit einem Katapult zum Mond geschossen. Was? Und was, wenn ich da neue Fixie trüsse? Was soll ich zu ihnen sagen? Hallo alle! Und bitte sie doch, dich zurückzuschießen. Also? Jetzt geht's los! Kaya, Abwurz! Stopp! Nein! Simka! Nulik! Ich stelle dir nicht auf! Oh! Boah! Wir leben noch! Hurra! Er ist abgeflogen! Wer ist abgeflogen? Was? Tom Thomas! Hier! Ein Sturzflug! Wir sind nicht schuld! Du bist halt schwerer als Nulik und deswegen kamt ihr nicht weiter. Papus, vielleicht können wir es noch einmal probieren! Was? Die Biene! Die Biene! Tom Thomas! Hallo! Wieso isst du die Marmelade direkt aus dem Glas? Na, weil sie schmeckt so gut! Oh, eine Biene! Eine Biene! Kusch! Geh weg von hier! Was hast du denn? Es ist doch nur eine normale Biene! Ich bin mal von so einer normalen Biene gestochen worden! Äh! Kommt, Thomas! Hör damit auf! Weg mit dir, du Plage! Fliegen sind eine Plage! Bienen sind sehr hilfreich und nützlich! Wie kann denn eine Biene hilfreich sein? Bienen sind harte Arbeiter! Sie sammeln ständig Nektar von den Blumen! Sie fliegen von Blume zu Blume und befördern Pollen auf ihren Bäuchen! Dank des Bestäubungsvorgangs erzeugen Blumen Früchte und Samen! Auf diese Weise helfen Bienen Pflanzen bei der Fortpflanzung! Die Bienen stellen aus dem gesammelten Nektar den allseits beliebten süßen Honig her! Und Bienenhonig ist nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft! Na und? Ich hab immer noch Angst! Was, wenn sie mich beißt? Bienen beißen übrigens nicht! Sie können stechen! Ah! Ah! Sprich dein letztes Gebet! Halt! Die Biene hat viel mehr Angst vor dir! Du Tyrann! Ja, lass sie in Ruhe, Tyrann! Warum beschimpft ihr mich? Wer hält sie auf? Sie kann wegfliegen, wenn sie will! Wir müssen ihr den Weg nach draußen zeigen! Aber wie? Hier, kleine Biene! Kss, kss, kss! Hier entlang! Warum probierst du nicht? Hey! Was soll ich dann machen? Kaubacke, bewegt dich nicht! Sonst sticht sie dich! Sie will nicht stechen! Ihr beide mögt Süßigkeiten und Marmelade! Und die Biene eben auch! Warum trägst du Kaubacke nicht zum Fenster hin? Los doch! Flieg! Nein! So wird es nichts! Du musst noch mehr Marmelade holen! Hier, kleine Biene! Mh, lecker! Los, flieg doch! Du bist frei! Lass sie erst essen! Hab doch Geduld! Ich hab ja Geduld! Wenn sie isst, kann sie aus der Marmelade Honig machen! Vor langer Zeit konnten die Leute Honig nur sammeln, indem sie die Nester der wilden Bienen verwüsteten. Und das ging so lange, bis jemand auf die Idee kam, diese Insekten zu zähmen. Sie begannen erstmal damit, den Bienen genug Honig zum Überwintern zu überlassen. Man hütete die Bienen in diesen Hohlräumen, bis die Leute es lernten, kleine Häuser für sie zu bauen, die Bienenstöcke genannt werden. Eine kleine Stadt mit solchen Häusern wird Imkerei genannt. Bienen leben und arbeiten zusammen in den Bienenstöcken und machen Honig, während die Imker auf sie aufpassen und den Honig einsammeln. Bienen sind echte Teamspieler. Sie sagen sich gegenseitig, wo die besten Pflanzen wachsen. Wisst ihr, wie sie's machen? Eine der Bienen führt einen Tanz auf, während die anderen zuschauen. Auf diese Weise finden sie heraus, wo sie hinfliegen müssen. Armes Ding! Tom Thomas hat dich müde gemacht. Du brauchst echt keine Angst vor ihr zu haben. Siehst du? Sie ist ganz lieb und gütig. Ich hab keine Angst mehr. Ich wollte doch nur meine Marmelade essen. So, jetzt wird's aber Zeit für dich los zu schwirren. Äh, wow, das mag sie wohl nicht. Ich will's probieren. Äh, äh, Honig, du bist zu klein. Fürs Zähmen musst du erst größer werden. Wow, 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 ganz ruhig. Und jetzt flieg los. Hey Simka, das Fenster ist dort. Ich weiß, das sehe ich auch. Wie krieg ich dich dazu umzudrehen? Cool, hurra! Haha, sie hört auf mich. Juhu! Hey! Verpasst das Fenster nicht. Jetzt! Bis dann, Honigbiene! Tschidisch! Tom Thomas, hast du noch was von der Marmelade? Ja, wofür denn? Gib mal her. Wir holen noch mehr Bienen. Wieso? Was meinst du mit wieso? Ich will auch auf einer Biene fliegen. Der Hund. Hm, es geht um mich. Wixis? Das ist Kaubacke. Klingt, als ob sie sauer auf uns ist. Ich wusste gerne, was dieser verrückte Hund denkt. Ich denke an euch. Versteckt euch. Die Menschen sehen euch sonst. Ich gehe. Bis später. Es wird regnen. Kaubacke, hab keine Zeit zu spielen. Ich spiele nicht. Seine Füße werden nass. Tom Thomas, mach's gut. Komm nicht zu spät. Kaubacke, es reicht. Nein, ich muss in die Schule. Er hatte heute Matheunterricht und vergiss sein Mathebuch. Ich versuche nur ein guter Hund zu sein, aber niemand versteht mich. Hunde dienen den Menschen schon seit der Antike, zusammen mit Kühen, Hühnern und anderen Kleinvieh. Aber von allen diesen Tieren war der Hund der allererste. Am Anfang sahen Hunde aus wie Wölfe. Mit der Zeit veränderten sie sich und entwickelten sich in verschiedene Hunderassen. Von großen Schäferhunden bis hin zu winzigen Chihuahuas. Der Hund ist also nicht nur des Menschen bester Freund, er ist auch sein erster. Was ist das für ein Geruch? Simka, komm raus da. Ich seh dich. Nolik, spring runter. Oh nein, wir sitzen in der Falle. Alarm, es brennt da drüben. Warum hören sie nicht zu? Ich glaube, sie ist uns gleich auf. Zusammen mit der Box. Wir sind erledigt. Kommt schon, seht. Ah, Funken in der Steckdose. Oh nein. Etwas muss kaputt gegangen sein. Sollen wir sie reparieren? Kinder dürfen niemals Steckdosen berühren, das weißt du. Das ist verboten. Was sollen wir dann machen? Du holst Pappus und ich bleibe hier und warte auf euch. Aber wo ist Pappus? Ich weiß, wo er ist. Ich weiß nicht, warum sie bellt, aber ich glaube, Kaubacke will uns helfen. Dann komm, Kaubacke. Hilf uns. Juhu. Er ist da drin. Pappus, Pappus. Nolik, warst du das? Da zischt eine Steckdose und es riecht echt verbrannt. Bist du sicher? Ja, Kaubacke hat sie gefunden. Wirklich? Gut gemacht. Es gibt viele Arten von Diensthunden. Hunde, die Menschen helfen, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel ein Haus zu beschützen. Oder eine Schafherde, wenn die Hunde Schäferhunde sind. Manche Diensthunde helfen bei der Grenzkontrolle. Während andere für die Polizei arbeiten. Es gibt Schlittenhunde, die Menschen oder Güter transportieren im Norden, wo immer Schnee liegt und es keine Straßen gibt. Einige Diensthunde helfen Blinden und bringen sie an die Orte, zu denen sie gehen wollen. Es gibt Hunde, die Menschen retten, die auf Bergen feststechen. Und das ist nicht alles. Hunde waren schon im Weltraum vor den Menschen. Aber denkt nicht, die Hunde hätten diese Aufgaben einfach so bekommen. Oh nein! Genau wie Menschen müssen Hunde sehr lange trainieren, bis sie wichtige Aufgaben übernehmen dürfen. Das war's. Es wird kein Feuer geben, nicht heute? Hurra! Gut gemacht, Kaubacke. Du bist ein echter Diensthund. Da besteht kein Zweifel. Hurra! Ich arbeite. Ich bin ein echter Diensthund. Ach, Kaubacke, geh weg. Ich hatte heute Morgen schon genug von dir. Sag das nicht, denn diese Diensthündin hat dein Haus gerade vom Abbrennen. Was meinst du? Sie hat auch aus der Steckdose gerochen. Es könnte sein, dass Kaubacke es gut meint und das Richtige tun will, aber niemand versteht sie. Das ist schwer zu glauben. Was ist dann mit dem Buch? Oh, mein Mathebuch. Ich hatte es hier gelassen. Weißt du noch, wie Kaubacke heute Morgen wollte, dass du es mit in die Schule bringst? Stimmt! Braves Mädchen, Kaubacke. Gut gemacht. So ein Sturm. Meine Füße sind komplett nass. Aber heute Morgen wollte Kaubacke, dass du ein anderes Paar Schuhe anziehst. Hm, du hast recht. Ich sollte wohl dieser kleinen klugen Hündin besser zuhören. Endlich verstehen sie mich. Der Öko-Tester Seht mal, Freunde, dies ist meine neue Erfindung. Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was sie kann. Ja, was ist das? Ein Öko-Tester. Und wofür ist er? Dieses Gerät überprüft, ob Gemüse und Früchte überhaupt genießbar sind. Um Äpfel, Tomaten oder Melonen schneller und größer anbauen zu können, fügen Menschen chemischen Dünger der Erde hinzu. Es kann jedoch ein Problem entstehen, wenn zu viel chemischer Dünger benutzt wird. In diesem Falle können schädliche Chemikalien in die Früchte und in das Gemüse gelangen und das wäre eine Gefahr für die Menschen. Ein Öko-Tester ist ein spezieller Apparat, der anzeigt, wie viele dieser schädlichen Wirkstoffe sich bereits in der Nahrung befinden. Falls der Messwert zu hoch ist, solltet ihr sie auf keinen Fall essen. Wie ihr seht, zeigt der Öko-Tester an, dass dieser Apfel gut ist. Schauen wir mal. Seht her, dieser ist auch gut. Ah, so ist doch nicht interessant. Alle diese Äpfel sind gut. Ich nehme mal diesen leckeren Apfel und vergifte ihn. Jetzt werden wir ihn mit einer Menge von schädlichen Nitraten injizieren. Wozu denn? Was meinst du, wozu denn? Um zu prüfen, ob der Öko-Tester funktioniert. Ah. Wow. Ah, seht ihr es? Der Öko-Tester zeigt klar an, dass dieser Apfel vergiftet und nicht essbar ist. Ist der denn nur für Äpfel geeignet, oder? Für jede Art von Frucht. Ich, ich hole meine Wassermelone. Ist es denn möglich, dass Wassermelonen auch Nitrate haben? Natürlich ist das möglich. Menschen handeln oft ohne Rücksicht auf die Natur. Abfälle und Abgase von Fabriken, Städten, Flugzeugen und Autos fügen der Natur enorme Schäden zu. Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Die Luft, das Wasser und die Erde werden verseucht. Und viele andere Arten von Umweltproblemen tauchen auf. Die Leute sollten keinesfalls glauben, dass ökologische Probleme nur Probleme der Natur sind. Denn wenn sie der Welt wehtun, dann schaden sie auch sich selber. Menschen atmen verpestete Luft ein, sie trinken verschmutztes Wasser und essen Nahrung, die aus mit Chemikalien verseuchten Böden stammt. Und wenn die Menschen keine verseuchte Milch trinken wollen und gerne gesundes Obst und Gemüse essen möchten, dann müssen sie damit anfangen, die Natur wie ihren Freund zu behandeln. Hey, lass uns diese Äpfel selbst austesten. Nolik, hilf mir mal. Oh, er ist weggerollt. Ach, egal. Der ist sowieso mit Nitraten vergiftet. Oh, Äpfel. Elisa, nicht essen! Elisa, Elisa, halt! Bitte setzen Sie sich. Wie? Haben Sie reingepissen? Ja, wieso? Oh nein, er ist vergiftet. Oh, was? Können Sie noch sprechen? Oh, ja. Fühlen Sie sich schwach? Ich werde ohnmächtig. Elisa, halten Sie durch. Was? In Ihrem Apfel war überhaupt kein Gift. Oh, meine Assistentin, ich habe Sie vergiftet. Oh, Elisa, bitte! Im Apfel war überhaupt kein Gift! Oh nein, er hört uns nicht! Was soll ich tun? Ich habe eine Idee! Hallo, das ist ein Notruf. Es handelt sich um Vergiftung. Nicht ich! Ich habe jemanden vergiftet. Mit einem Apfel. Feuer! Ich meine Gift! Oh! Professor, dieser Apfel ist nicht vergiftet. Das Schlechte ist auf dem Boden gerollt. Ist das dein Ernst? Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Elisa, können Sie mich sehen? Ich kann gar nichts sehen. Besser so. Oh, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich kann wieder sehen. Ich habe tolle Nachrichten. Der Apfel ist gar nicht vergiftet. Sind Sie sicher? Er ist vollkommen rein. Schauen Sie nur. Der Öko-Tester zeigt an, dass in ihm keine schädlichen Chemikalien sind. Ich bin so erleichtert. Dieser Apfel ist ausgezeichnet und nahehaft. Oh, Ihr Gerät ist einfach fantastisch. Gleich sagen Sie, Sie sind ein Genie. Professor, Sie sind ein Genie. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Oh, nicht der Rede wert. Eigentlich war es Nolik. Er war der Retter. Ich was? Die Wassermelone fallen zu lassen war deine Idee, oder? Ah, du hast recht. Ich habe sie gerettet. Der Airbag Wir verspäten uns. Das schaffen wir. Oh, wow. Hey, nicht so schnell. Mach mal Platz für die Rennmaschine. Oh, 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 oh. Sieh mal an, Feuer. Musst du wieder rasen? Super Piloten wie ich haben immer Glück. Weißt du, Feuer, auf Glück zu bauen ist sehr dumm. Es wäre viel besser, wenn du mehr Acht geben würdest. Eigentlich möchte uns Professor Eugenius heute etwas Besonderes zeigen. Er wird einen Airbag testen. Äh, was ist das? Ziffer, erkläre es. Jeder, der im Auto mitfährt, muss einen Sitzgurt anschnallen. Denn falls der Wagen schnell stoppen muss, wird ihn der Gurt im Sitz halten. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen nicht mal ein Gurt genügend Sicherheit bietet. Wie wenn ein schnellfahrendes Auto mit etwas zusammenstößt. In diesem Falle können der Fahrer und die Passagiere durch ein Airbag geschützt werden. Man kann die Airbags, wenn sie zusammengefallend sind, nicht sehen. Denn sie sind verbaut. Im Falle eines Aufpralls bläht sich der Airbag sofort auf. Und die Person prallt auf den Airbag, anstatt durch die Winschelscheibe geschleudert zu werden. Und auf geht's! Wie üblich, wenn etwas Gefährliches getestet werden muss, probiert es Professor Eugenius erst selbst aus. Aber groß fix, was ist, wenn sich der Airbag mit Luft aufbläht? Macht dir mal keine Sorgen. Auf drei und zwei und eins. Der Airbag hat sich sofort aufgebläht. Habt ihr's gemerkt? Ja, aber wie macht er das? In ihm ist eine chemische Substanz, die im Moment des Aufpralls schnell verbrennt und sich anschließend sofort in ein Gas verwandelt. Der Airbag wird mit Gas gefüllt. Hab ich das gut erklärt, Professor? Ja, ich kann den Freigabe hilflich bezüglich. Wir müssen ihn rausziehen. Halt! Wir rufen besser um Hilfe. Professor, brauchen Sie Hilfe? Danke, Elisa. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Sie können wieder gehen. Professor, wie konnten Sie den Knopf von dort aus nur betätigen? Äh, das habe ich im Fliegen geschafft. Sie sind so unglaublich! Um kleine Kinder während der Fahrt im Auto zu schützen, müssen sie in einen speziellen Kindersitz geschnallt werden. Beim Fahrradfahren müssen Kinder besonders aufpassen. Auch beim Skateboarden, Rollerskating oder mit dem Roller. Erstens, bleibt fern von Straßen, auf denen Autos fahren. Zweitens, tragt immer eure Schutzausrüstung für eure Arme- und Beine-Armgelenkschützer, Handschuhe und Knieschützer. Und für euren Kopf tragt einen Helm. So werdet ihr, falls ihr hinfallen, solltet euch nicht verletzen. Und drittens, sorgt dafür, dass Leute euch sehen können. Falls ihr am Abend draußen seid, müssen eure Kleider und Räder Sicherheitsreflektoren haben. Sie sorgen dafür, dass Fahrer euch sehen können, indem sie von den Scheinwerfern der Autos grell reflektiert werden. Denkt dran, seid vorsichtig auf der Straße. Also gut, nun drück die Daumen, dass es klappt. Sollten wir dich der Lisa rufen? Für alle Fälle? Lasst uns abwarten. Auf geht's und los! Großfix, wir müssen ihn retten. Äh, nicht nötig. Ich hab was geändert. Jetzt bläht sich der Airbag nicht nur automatisch auf, sondern er entleert sich auch von selbst. Wie ihr Fixies sagt? Tittich! Das wär's für heute, Kinder. Hurra! Los, kommt! Wo ist mein Fixie-Board? Ich hab dein Fixie-Board feuert. Bitte sehr. Ich habe einen Airbag mit eingebaut. Wirklich? Wieso? Ich bin doch ein Superpilot. Sehen Sie? Sicher, wegen hab ich's getan. Superpiloten brauchen keine Airbags. Wir fallen nie! Niemals! Oh, wow. Dieser Airbag ist echt cool. Das ist wirklich ein sehr originelles Design. Den habe ich selbst erfunden. Und Feuer war der Tester. Professor, bekommt jetzt jeder von uns einen Airbag? Jeder einzelne bekommt einen. Sehr bald. Und trotzdem gilt... Vorsicht ist besser als Nachricht. Reflexe. Okay. Pass mal auf. Wie viele Finger halte ich jetzt hoch? Ah, drei. Erinnerst du dich? Wow, wow, wow. Alles, was du tun musst, ist dreimal bellen. Dieser Trick ist für Kaubacke zu schwer. Vielleicht kann sie durch einen Reifen springen. Äh, hab's schon probiert. Sie will nicht springen. Komm schon, Kaubacke. Probier's nochmal. Zeig ihr mal den Zucker. Kaubacke. Alleh, hopp. Komm schon, spring. Tschüss, Tom Thomas. Wir müssen jetzt in die Schule. Bis später dann, du Tierbändiger. Echt toll, Kaubacke. Unser Unterricht für heute behandelt das Thema Reflexe. Ich schreib's mal auf. R? Worum geht's? Hm. Du kommst wieder spät. Ah, Kollege. Haben Sie zufällig meine Brille gesehen? Ja, natürlich. Auf Ihrer Stirn. Oh, was sagt man dazu? Entschuldigen Sie die Störung. Lasst uns weitermachen. Nun, tja. Vielen Dank. Ihr habt euch in Schrauben verwandelt. Sagt mal, warum macht ihr das? Weil wir uns natürlich vor den Menschen verstecken müssen. Aber ihr müsst euch doch nicht vor Professor Eugenius verstecken. Aber wir wussten doch nicht, dass er es war. Ganz recht. Ihr habt euch verwandelt, ehe ihr Zeit zum Nachdenken hattet. Und so etwas nennt man einen Reflex. Um es mit einfachen Worten zu erklären. Ein Reflex ist, wenn unser Körper automatisch auf etwas reagiert, ohne dass man darüber überhaupt nachdenken muss. Wenn wir etwas sehr Heißes berühren, dann ziehen wir unsere Hand automatisch zurück. Wenn wir einmal hinfallen, bewegen wir unsere Arme und Beine, um unser Gleichgewicht zu halten. Hä, stellt euch nur vor, wir würden anfangen, darüber nachzudenken, wie und in welche Richtung wir sie bewegen müssten. Man kann also sagen, dass unsere Reflexe uns beschützen. Wow, das stimmt echt. Sie schützen uns. Oh, meine Nase juckt. Achschisch. Entschuldigt, das wollte ich nicht. Äh, Professor. Ja, äh, ist Niesen auch ein Reflex? Das ist es ganz bestimmt. Feuer wollte zwar nicht, dann hat seine Nase aber gejuckt und Habtschi. Und Gesundheit. Danke. Äh, 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 reizt. Und, äh, haben Hunde, äh, auch Reflexe? Klar haben sie Reflexe, so wie alle Tiere. Ja, das ist etwas, das alle guten Tiertrainer wissen. Sie nutzen die Reflexe der Tiere, um ihnen Tricks beizubringen. Menschen bringen ihren Haustieren viele Befehle bei, wie den Ball zu holen, zu zählen oder sogar das Tanzen. Um ein Haustier zu dressieren, muss man genau wissen, wie. Ein guter Trainer hat immer genügend Belohnungen dabei. Sobald ein Tier einen Befehl richtig ausführt, wie das Stehen auf seinen Hinterbeinen oder das Springen über eine Hürde, erhält das Tier eine Belohnung. Und der Trainer gibt ein spezielles Signal, wie Fingerschnippen oder das Tuten in eine Pfeife. Nachdem dieses Training wieder und wieder durchgeführt wurde, entwickelt das Tier einen Reflex. Sobald das Tier das Signal erhält, führt es den Befehl aus und wird belohnt. Das Wichtigste bei der Tierdressur ist aber, das Tier zu lieben und ihm nie weh zu tun. Äh, sonst hilft auch keine Belohnung. Tom Fennel! Wir haben in der Fixie-Schule gelernt, wie man Kaubacke trainieren kann. Wie? Mit Hilfe von Reflexen. Mit was? Wo ist Kaubacke? Ruf sie! Kaubacke, komm her! Stell ihr eine einfache Rechenaufgabe. Eins plus zwei. Wie viel ist das jetzt? Es ist ein Wunder! Drei! Du hast es! Nein, es ist kein Wunder. Das nennt man Wissenschaft. Du weißt ja, wie Kaubacke bellt, wann immer sie einen Fixie erblickt. Das nennt man nämlich Reflex, weißt du? Ich verstehe. Und wisst ihr auch, wie ich ihr das Springen beibringe? Äh, das wissen wir leider noch nicht. Warte mal, ich weiß wie. Fixies jagen. Ist das nicht einer von Kaubacke's Reflexen? Wahrscheinlich, obwohl... Echt super! Also lasst uns den Hund trainieren. Äh, was tut man nicht alles für seine Freunde? Kaubacke! Ganz schön harte Arbeit! Rundetrainer sein! Hm, Noliks Würfel. Hm. Hopp. Haha. Tom Thomas, du kommst viel zu spät zur Schule. Du musst los. Schule? Haha. Keine Sorge. Hopp. Was frisst er diesmal wieder aus? Diesmal gar nichts. Er löst einen Zauberwürfel-Nolik. Ein was? Der Zauberwürfel ist das berühmteste Puzzlespiel auf der ganzen Welt. Er wurde von Professor Rubik in Ungarn erfunden. Ein Würfel hat sechs Seiten. Ein Zauberwürfel hat darauf je neun Vierecke, die alle die gleiche Farbe haben. Zuerst vermischt man die Farben. Um das Rätsel zu lösen, muss man die Teile drehen. Man muss drehen und drehen, bis jede Seite wieder einfarbig ist. Zum Beispiel rot oder gelb oder blau. Ha, ist das alles? Hey Tom Thomas, wie lange zauberst du schon in diesem Würfel rum? Ich drehe schon drei ganze Tage daran. Drei ganze Tage? Wir könnten dieses Rätsel in fünf Minuten lösen, nicht wahr, Simka? Ach, wirklich? Bitte sehr. Ich gehe jetzt zur Schule. Na, bist du bereit, Tom Thomas zu zeigen, wo es lang geht? Ja, ich halte mich da raus. Hey, ich dachte, du meintest, Zauberwürfel-Fähren einfach zu lösen. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das ist dein Problem, Herr Angeber. Na gut, dann werde ich es halt alleine lösen. Hey Nolik, sieht aus, als ob du ein Problem hast. Oh, Hi-Feuer. Nein, alles gut. Ich löse diesen Zauberwürfel. Ja? Kann ich mitmachen? Was? Du kannst das? Natürlich kann ich das. Das ist doch nicht schwer. Du wirst es ja sehen. Versuche mal, alle roten Vierecke auf eine Seite zu bringen. Kinderspiel. Halt ihn gut fest. Toll, ich halte ihn. Wow! Meinst du so? Cool. Äh, und was ist mit dieser Seite? Was? Diese Seite muss komplett blau sein. Okay, dann mal los. Tada! Wie du es wolltest. Was ist jetzt mit der roten Seite? Hä? Simka hat mir gesagt, dass jede Seite einfarbig sein muss. Oh, als ob Simka es lösen könnte. Simka kann doch alles. Wenn Simka das kann, kann ich es auch. Feier! Du hast den Würfel kaputt gemacht. Er ist nicht kaputt, nur zerlegt. Stecken wir ihn zusammen. Aber nicht nur irgendwie, sondern richtig. Puzzle sind Spielzeuge, Spiele oder Rätsel, die euch dazu bringen, euren Verstand auf kreative und clevere Weise zu nutzen. Zum Beispiel ein Labyrinth. Bei einem Labyrinth besteht die Herausforderung darin, den Weg durch all die verwinkelten Gassen zu finden. Ein anderes Rätselspiel ist ein Puzzle. Hier muss man ein Bild aus vielen kleinen Teilen zusammensetzen. Dafür muss man nicht nur konzentriert sein, sondern auch geduldig. Und es gibt viele Rätselspiele auf dem Computer. Ein sehr berühmtes Computerspiel ist Tetris. In Tetris fallen verschiedene Formen nach unten und man muss schnell denken, um sie in eine Reihe zu bringen. Rätsel lösen ist nicht nur eine tolle Aktivität für Menschen, es ist auch gut für Fixies. Das ist richtig. Durch Puzzle wird unser Gehirn trainiert. Da, geschafft! Nolik, du solltest dich beeilen, denn Tom Thomas kommt gleich nach Hause. Hallo, Simka! Sieh dir das an! Wir haben's geschafft! Ich glaub das nicht. Wie? Oh, es war ein Kinderspiel. Simka, Nolik, ich bin wieder da. Nun, ich flitz mal los. Ciao! Juhi! Wow, ihr habt es wirklich gelöst! Das war Nolik. Nolik, du bist cool. Also wie? Pass auf, erst nimmt man den Würfel komplett auseinander und dann setzt man alles wieder dran. Nein! Das ist geschummelt. Man muss den Würfel drehen, nicht auseinander nehmen. Ich werde es jetzt lösen. Und zwar ehrlich. Das geht auf keinen Fall. Warum bist du dir da so sicher? Ich hab ihn zusammengeklebt. Äh, warum? Damit du dein Gehirn nicht immer so überanstrengst. Jetzt wird der Würfel immer stimmen. Aber wenn er sich nicht dreht, ist das kein Zauberwürfel. Zauberwürfel. Nun ja, jetzt ist es ein Nolikwürfel. Stimmt's? Die Tarnung. Gut. Tom Thomas, hey! Wozu brauchst du ein zweites Aquarium? Vor allem ganz so eine Fische. Erstens ist das ein Terrarium. Und es ist nicht für Fische, es ist für Echsen und Schlangen. Meine Freundin Katja bat mich darauf aufzupassen, solange sie weg ist. Deswegen sind sie hier. Aufpassen auf wen? Da ist doch niemand drinnen. Ah! Was ist das? Es ist ein Chamäleon, Nolik. Ich finde es großartig. Das ist eine blöde Idee, es herauszunehmen. Vielleicht rennt es weg. Keine Sorge, ich hab es. So ein Monster. Und wieso konnte ich es vorher nicht sehen? Das ist, weil ein Chamäleon sich tarnen kann, indem es die Farbe seines Körpers verändert. Habt ihr schon mal Militäruniformen gesehen? Sie haben bestimmte Farben und Muster, durch die sich Soldaten besser verstecken können. Das nennt man Tarnung. Und der Mensch hat das von Tieren gelernt. Ein Wurm kann aussehen wie ein Zweig. Und ein Seepferd kann aussehen wie eine Koralle. Ein normaler grauer Hase wird im Winter weiß, sodass ein Wolf ihn im Schnee nicht so leicht finden kann. Aber der Meister der Tarnung ist das Chamäleon. Dieser Meister der Täuschung ändert seine Farbe in nur wenigen Sekunden. Hey Tom Thomas, wo ist das Chamäleon hin? Oh, es ist verschwunden. Es ist nicht verschwunden. Es hat sich getarnt. Es muss hier irgendwo sein. Kommt, wir suchen es. Kaubacke, hast du das Chamäleon gesehen? Wo ist es? Seht ihr es? Nein, es will sich nicht finden lassen. Wir müssen es austricksen, damit es zu uns kommt. Aha, wir stellen eine Falle mit etwas, das es mag. Was mögen die nur, frage ich mich. Was schon? Futter. Und was fressen Chamäleons? Sowas wie Fliegen oder Raupen, Käfer. Wie kriegen wir jetzt eine Fliege? Nun, was wenn... Was? Oh Simka, das zahle ich dir heim. Warte nur. Hey, wir müssen Katja helfen. Unsere Raupe beschwert sich ja auch nicht. Still jetzt. Nolik, fang an zu summen. Summen? Ja, wie eine Fliege. Ja, und schlage mit deinen Flügeln. Simka, wie lange muss ich das noch machen? Bis sich das Chamäleon zu erkennen gibt. Summe einfach weiter. Tom Thomas, da ist es. Schnapp es dir. Lass meinen Bruder los. Tom Thomas, schnell. Ich hab es. Ha, jup, ich hab dich. Sissi! In der Armee nutzt man Tarnung die ganze Zeit. Sie haben Netze, die aussehen wie Gebüsche. Sie bemalen ihre Panzer, damit sie sich an die Umgebung anpassen. Sie fliegen sogar besondere Flugzeuge, die nicht von Radaren erkannt werden. Sie tun alles Mögliche, um sich zu verbergen. Aber nicht nur die Armee nutzt Tarnungen. Fotografen tarnen sich, um Bilder von wilden Tieren zu schießen. Menschen nutzen Make-up, um ihre Hautunreinheiten zu verbergen. Und Künstler, sie bedecken ihre Wände mit hellen, bunten Bildern. Und Menschen lieben Masken-Partys, wo sie sich hinter Kostümen und Masken verbergen. Und natürlich haben Fixies ihre eigene Tarnungsstrategie. Wisst ihr es noch? Na, wie machen sie dann? Jetzt rennt es nicht mehr weg. So, du Meister der Tarnung. Was hast du jetzt zu sagen? Wenn ich mich nur auch so gut tarnen könnte. Nolik, was redest du denn da? Du kannst dich doch einhundertmal besser tarnen als der da. Ah, du hast recht. Hey, Chameleon, sieh und lerne. So tarnt man sich richtig. Der Entlüftungsschacht Tom Thomas! Tom Thomas! Ja? Simka Spule, schaut doch mal. Er ist schön, oder? Oh, wundervoll. Das ist nichts weiter als Modeschmuck. Das ist Schnickschnack. Nutzlos? Schaut doch, wie gut er zu meiner Spanne passt. Nützliche Sachen sind solche, die man auch wirklich braucht. Wie zum Beispiel diese Strickleiter, die ich hier habe. Sie ist wundervoll. Und wo wollt ihr mit diesem Ding hinklettern? Aber dieser Spiegel hier ist beides. Hübsch und nützlich. Ah, wie wundervoll. Spule, für dich ist ja alles wundervoll. Aber hier ist etwas mega Wundervolles, das ihr bestimmt nicht habt. Oh, was ist denn das? Eine mechanische Superkralle. Der ist bestimmt perfekt fürs Rückenkratzen. Guck mal, was ich habe. Ein tolles Foto von Vektor. Und er hat sogar für mich signiert. Ist das wirklich Vektor? Du hast ein Foto des mutigsten Fixies, der je auf unserem Planeten gelebt hat? Ja, und er ist auch der Hübscheste. Ist er das wirklich? Niemals. Lass mich nochmal sehen. Äh, äh. Du zerknitterst es. Man hat dich reingelegt. Nö. Doch. Neidisch. Geht her. Ah. Ah. Mein Foto. Oh nein. Was war das? Äh, der Wind. Das ist alles deine Schuld. Das ist nicht meine Schuld, es ist deine, weil du so angeben musstest. Bitte Mädels, nicht schreiten. Lass es uns finden. Es ist so furchtbar, ein Foto zu verlieren. Sie kniert vom berühmtesten Fixie überhaupt. Furchtbar wäre es, wenn das Foto eines Fixies von Menschen gefunden würde. Also, wo könnte es sein? Ah. Ich weiß, wie wir es finden können. Ja, genau. Wir machen eine Blase und schauen dann, in welche Richtung sie schwebt. Wir folgen ihr und so finden wir das Foto. Wisst ihr, warum ihr aus seifigem Wasser Seifenblasen pusten könnt? Auf der Oberfläche einer jeden Flüssigkeit liegt ein unsichtbarer Film, der sehr dünn, aber sehr elastisch ist. Wenn ihr es selbst sehen wollt, dann füllt ein Glas ganz voll mit Wasser bis an den Rand. Nehmt jetzt eine Münze und lasst sie vorsichtig seitwärts hineinfallen. Dann nehmt noch eine Münze und noch eine und noch eine. Ihr werdet sehen, dass das Wasser nicht überschwappt, sondern dass oben ein Hügel entsteht. Das ist, weil das Wasser oben zusammenklebt. Warum? Wegen einer Kraft, die man Oberflächenspannung nennt. Und dank dieser Kraft kann Wasser Tropfen formen. So entstehen auch Seifenblasen. Wenn wir nämlich Seife ins Wasser geben, dann wird der Film noch elastischer. Jedoch nicht so elastisch, dass die Blasen nicht zerplatzen. Okay, alles klar. Jetzt nur noch pusten. Kommt, alle zusammen. Und? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Schaut, sie fliegt. Wunderbar. Die Entlüftung. Oh klar, warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Habt ihr je Löcher im Badezimmer oder in der Küche gesehen, die vergittert waren? Das sind Entlüftungsschächte. Und hinter ihnen befindet sich ein langes Rohr, welches Luftkanal genannt wird. Durch den sogenannten Luftkanal werden unangenehme Gerüche und auch löffige Luft nach draußen befördert. Und wenn ihr die alte, schlechte Luft noch schneller aus dem Haus befördern wollt, dann öffnet das Fenster und lasst etwas frische Luft von draußen hinein. Die Luft in eurem Zuhause sollte immer frisch sein. Hey, schaut mal her. Da drüben steckt es. Schnapp's dir, bevor's wegfliegt. Wie kommen wir ran? Was für eine Frage. Weißt du denn nicht mehr, was ich hab? Giddy! Danke, Simka. Was hätten wir nur ohne deine mechanische Kranke getan? Und ohne deine fantastische Leiter. Hier, für dich. Ein Geschenk von dir. Danke, wie toll. Und dir will ich das geben. Toll. Einfach wundervoll. Simka, bist du hier? Ha, was hast du denn da, Simka? Einen kleinen Spiegel. Er ist wundervoll, oder? Ach, ihr Mädchen. Ihr seid alle gleich. Das Schattenspiel. Oh, hallo, Tom Thomas. Was machst du hier? Ach, ich suche die Büroklammer. Gib mir etwas Licht. Was ist so lustig, hm? Wir versuchen dir zu helfen. Ihr habt lustige Schatten, deswegen. Hey, seht euch das an. Es ist ein Adler. Simka ist eine Gans. Sie sieht eher aus wie ein Elch. Stimmt, wirklich, hm? Na gut, pass auf. Ihr seid ja wie Schauspieler aus einem Stück. Aha. Schauspieler sind im Theater, weißt du. Und wir unterm Bett. Na und? Und was, wenn wir unser eigenes Theater machen? Ein Theater aus Schatten. Cool. Tom Thomas, wir brauchen ein Stück Papier. Ein großes. Ihr könnt ganz einfach euer eigenes Schattentheater machen. Als Leinwand kann man ein Stück weißes Papier oder Bettlaken nehmen. Dann macht ihr das Licht aus und strahlt eine Schreibtischlampe auf den Bildschirm. Um die Schatten zu machen, stellt euch selbst oder eine Schablone zwischen die Lampe und die Leinwand. Und euer Schatten oder der Schatten eurer Schablonen erwacht zum Leben. Aber passt auf, dass das Publikum auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt. Auf dieser Seite wird das Stück viel faszinierender sein. Tom Thomas, Licht. Oh wow, Simka. Du siehst ja voll aus wie Rotkläppchen. Hallo, liebes Enkelkind. Hallo, liebe Großmutter. Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, mein Liebes. Nolik, komm schon. Wir proben. Die Stimme des Wolfs ist lustig. Großmutter, ich habe nie bemerkt, was du für große Zähne hast. Damit ich dich besser fressen kann, mein Liebes. Yum, 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 yum. Lass sie raus, Wolf. Oder ich, äh, oder ich hole sie. Ja, selber raus. Haha. Du, mich aufhalten mit dem kleinen Stock? Hey, das kommt nicht im Märchen vor. Aber im Märchen ist das ein normaler Jäger. Und was denkst du, bin ich? Sieh doch selber. Du bist viel zu klein für einen Jäger. Gut, dann probt eben ohne mich weiter. Nun, dann muss ich wohl den Jäger aus Papier machen. Genug, wir machen eine Pause. Ich bin echt durstig. Sie war so salzig, diese Oma. Nolik, sei nicht traurig. Der Wolf ist riesig und ich bin so winzig. Dann machen wir dich größer. Siehst du? Jetzt bist du größer. Ja, du hast recht. Und wenn wir ganz nach hinten gehen, bin ich sogar noch größer. Jetzt weißt du's. Je näher du an die Lampe gehst, desto größer wird dein Schatten auf der Leinwand. Klasse! Es gibt so viele verschiedene Theaterformen auf der Welt. Im dramatischen Theater spricht der Schauspieler den Text des Bühnenautors. In der Oper sprechen die Schauspieler ihren Text nicht. Sie singen ihn, begleitet von einem Orchester. Und hier im Ballett singen oder sprechen die Darsteller gar nicht. Hier wird die Geschichte nur durch Tanz erzählt. Es gibt auch Theater, in denen die Darsteller Tiere sind. In einem Tiertheater kann man Vorstellungen mit Katzen oder Hunden sehen oder Ziegen und Tauben und sogar mit Bären und Robben. Es gibt auch Theater, wo die Geschichten von Puppen erzählt werden. Um ehrlich zu sein, werden die Puppen von Menschen gespielt. Ja, es gibt so viele verschiedene Theaterformen. Mein Lieblingstheater ist das Schattenspiel. Ich denke, es ist das schönste und mysteriöseste Theater von allen. Hallo, liebe Großmutter. Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, mein Liebes. Und Großmutter, was hast du nur für große, dicke, scharfe Zähne? Damit ich dich besser auffressen kann, mein Liebes. Oh, na warte. Aha, Wolf, ich hab dich. Der Jäger ist so stark. Du bist der Jäger? Wo ist dann dein Gewehr? Wozu brauche ich ein Gewehr? Du bist so winzig, da reicht eine Fliegenklatsche aus. Aber ich erledige es lieber so. Wie denn? Mit bloßen Händen. Ein klasse Move. Hurra! Richtig. Wen mochtet ihr am liebsten? Ich mochte die Großmutter. Natürlich war Ruth Käppchen die Beste. Für mich der Jäger. Er war so mächtig und so furchtlos. Und für mich die Spezialeffekte. Das Grammophon. Und das ist ein Foto von meiner Mama, als sie noch klein war. Da war sie glücklich, oder? Alle Eltern waren froh, als sie noch Kinder waren. Und dann werden sie groß und werden trostlos und super langweilig. Oh, was glaubt ihr ist das? Ein Lied über eine Schraube? Was für ein Quatsch ist das? Quatsch? Es geht um eine Schraube. Also geht es praktisch um Fixies. Hören wir rein und finden es raus. Wenn es gut ist, können wir dazu tanzen. Wie hört man sich dieses Ding an? So etwa? Vielleicht brauchen wir einen CD-Player. Die passt hier nicht rein. Guckt. Hier steht Schallplatte. Seht ihr? Also brauchen wir einen Schallplatten-Spieler. Einen was? Gehen wir zu Großfix. Großfix! Wir haben ein Lied über eine Schraube gefunden. Wir suchen einen Plattenspieler. Für eine echte Schallplatte. Ah, ich verstehe. Was ihr braucht ist ein Grammophon. Ein Grammophon ist ein altes Gerät, das dafür da ist, Töne abzuspielen, die auf einer Platte aufgenommen wurden. Wenn man ein Grammophon anschalten will, muss man an der Kurbel drehen, um die Federung aufzuziehen. Durch die Federung dreht sich die Platte. Dann wird eine Nadel auf die Platte gesetzt und während sie sich auf den Rillen der Platte bewegt, wackelt sie etwas. Mit Hilfe einer Membran, einer Art Mini-Trommelfell, werden diese Vibrationen im Klang umgewandelt. Das große Horn des Grammophons macht den Klang lauter und wir hören eine Stimme oder Musik. Das Erstaunlichste daran ist, dass ein Grammophon keinen elektrischen Motor hat oder Strom braucht. Richtig! Man braucht keinen Strom, um Musik auf einem Grammophon abzuspielen, die auf einer Schallplatte aufgenommen wurde. Ein Grammophon ist ein vollständig mechanisches Wunder. Übrigens, Tomtommes Vater hat ein altes Grammophon in seinem Büro, auf dem Tisch. Toll! Kommt mit! Ha! Danke, wär nett! Wo ist der Knopf zum Anschalten? Es gibt keinen Anschaltknopf. Du musst diesen Hebel drehen. Jetzt musst du dieses Teil auf die Schallplatte legen. Hm, es klappt nicht. Oh, da fehlt eine Nadel. Wo kriegen wir eine her? Wir machen eine. Hast du zufällig einen Nagel da? Ist der gut? Der ist perfekt! Werder, bist du bereit? Aber klar! Macht die Augen jetzt zu! Es klappt! Was? Wurde, ist es mir zufrieden? Oh, da fehlt eine Schraube. Die Schraube, die Schraube gehen spazieren. Ohne sie funktioniert gar nicht mehr. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, Schrauben gehen aus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen. Die Raube war gerade fleißig, da macht es plötzlich Boom. Und unser kleiner Riese, der fiel ganz einfach um. Eins und zwei und drei und vier, eine Schraube ging spazieren. Ohne sie, hinterher, funktioniert rein gar nichts mehr. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, Schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, Schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen. Tom Thomas, was hörst du da für Musik? Ich höre eine Schallplatte. Mit dem Grammophon? Ich dachte, das ist kaputt. Wir haben es, äh, ich meine, ich hab's repariert. Wirklich? So ein wundervoller Junge. Andere Kinder machen Dinge kaputt, du reparierst sie. Was meinst du, hören wir die Platte nochmal? Als ich ein Kind war, hab ich die so geliebt. Der Klan war bei der Arbeit, da gab es einen Knall. Und unser großer Hieser, der Kachlöp's nicht zu fallen. Eins und zwei und drei und vier, eine Schraube ging spazieren. Ohne sie, hinterher, funktioniert rein gar nichts mehr. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, Schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen. Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, Schraub sie raus und du wirst sehen. Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen. Tom Thomas' Mama tanzt wirklich super. Ja, sie weiß, wie man Spaß hat, obwohl sie eine Erwachsene ist. Knoten Nolik, Piraten auf der Steuerbordseite. Kanone, Feuer! Hey, warum auf mich? Ich bin kein Pirat, es reicht. Ich will nicht mehr den Wind spielen. Wo sind meine Piraten? Sieht toll aus. Kann ich an Bord kommen? Und was hast du so drauf? Alles, das Schiff verteidigen und Hurra rufen beim Sieg. Und was ist mit Seemannsknoten? Kannst du sie knoten? Ha, natürlich kann ich das. Dann binde unseren Schatz fest und knote ganz fest. Piraten, verankert das Schiff! Sekunde! Nein! Ah! Ah! Geschafft! Passt schon! Hurra! Habt fest geknoten! Aber überlebt ihr einen Sturm? Ohne Zweifel! Ah! Unser Schatz! Er ist im Meer gesunken! Das war, das war die Kette meiner Mama. Ich hebe es auf, keine Sorge. Nein, danke, das schaffen wir alleine. Und sowas nennt sich tatsächlich Seemann. Lern erst mal Knoten machen. Zwei Seile zusammenknoten. Meint ihr, das wäre leicht? Ein schlecht geknoteter Knoten wird sofort wieder aufgehen. So macht man es richtig. Zuerst überkreuzt man die beiden Enden, und zwar so. Um ihn fertig zu binden, überkreuzt man sie erneut. Aber nicht so rum, sondern in die andere Richtung. Am Ende sieht das aus wie eine Schlinge in einer anderen. Dieser Knoten nennt sich Doppelknoten. Und er wird nicht aufgehen, wenn ihr ihn richtig knotet. Und das ist nur einer von vielen Knoten, die ein Seemann lernen muss. Ich wusste, ich kann Knoten. Was kann ich hier sonst noch verknoten? Hier sind noch mehr Teile des Schatzes. Hier ist noch eins. Das sind 19, aber es müssten 20 sein. Das weiß ich, weil ich die Perlen gezählt habe. Wo kann die letzte Perle sein? Wunderbar. Also was kann ich noch verknoten? Perfekt. Ich weiß sogar noch, wie sie aussieht. Sie hat eine andere Farbe. Sie ist hellrot. Oh, Mama wird sofort merken, dass die rote weg ist. Ich muss sie finden. Ja, ich glaube, sie ist auf dem Boden. Wer hat meine Senkel verknotet? Ich wollte nur üben. Entschuldigung. Was hast du denn noch verknotet, um zu üben? Ähm, willst du das echt wissen? Du bist witzig. Lass sie uns entknoten. Ich bin ein, wie ich sie ist. Ich habe versucht, sie studieren können. Der Betrag. Wir sehen uns seitdem. Alles klar. Ich kann mich gleich hin. Ich muss die Vorhregen Klänge nachholen. Ich bin mir kurz raus. Ich kann mich nicht für dich beitragen. Kaubacke, sieh mich nicht so an. Ich kriege Angst. Sie starrt nur ihre Schnurrhaare an, Nulik. Was hast du mit dem Schnurrhaar gemacht? Es verknotet. Mit einem Kreuzknoten. Feuer, du bist ein Hohlkopf. Sag uns besser, was du noch gemacht hast. Nun okay. Ich habe ihren Schwanz verziert. Da ist die Perle ja. Wir haben sie überall gesucht. Feuer, los, bring das wieder in Ordnung. Kaubacke. Grenn doch nicht weg. Keine Angst. Wir wollen nur den Knoten aufmachen. Seeleute haben alle möglichen Knoten entwickelt. Ohne sie könnten sie die Segel nicht kontrollieren. Aber auch an Land würden wir ohne Knoten nicht auskommen. Bergsteiger nutzen gut geknotete Seile, um sich abzusichern. Fischerknoten haken an ihrer Angelschnur und nutzen besondere Knoten. Ohne Knoten kann man nicht einmal ein Zelt aufschlagen. Wenn Menschen nähen, machen sie einen Knoten in den Faden, damit alles sitzt. Und Ärzte machen Knoten, wenn sie eine Wunde nähen und verbinden. Und für eine Krawatte braucht man einen besonderen Knoten. Turnschuhe halten am Fuß und die Schnürsenkel schleifen nicht auf dem Boden, wenn sie mit einem guten Knoten zugebunden sind. Aber manchmal verknotet sich etwas aus Versehen. In diesem Fall muss man nicht wissen, wie man etwas knotet, sondern wie man es entknotet. Alle an Bord! So ist's gut. Jetzt müsste nur noch jemand einen Knoten machen. Darf ich bitte? Bist du sicher, dass es hält? Machst du Witze? Warum fragst du nicht Kaubacke, ob ich mir einen Seemann knoten kann? Der Konstrukteur Häng! Ha! Hä? Was? Hallo Tom Thomas! Was malst du da? Ich male nicht. Das nennt man Zeichnen. Was heißt das? Sag mir, ist das ein Kreis? Sicher! Und das? Ist auch ein Kreis, nur etwas runder. Natürlich! Den habe ich nämlich gezeichnet. Mit einem Zirkel. Und jetzt habe ich eine Zielscheibe. Jetzt lade ich meine Dartpistole. Oh, wow! Warum schießt du damit auf mich? Es war die Pistole. Ich habe nicht mal abgedrückt. Was? Ist die kaputt? Hm. Ich werde sie öffnen und nachsehen. Da! Dieses kleine Teil ist kaputt. Ich werde Papus suchen. Er kann dir helfen. Er kann ein neues machen. Ein brandneues. Warte! Ich entwerfe eine Bauzeichnung. Wird Papus in der Lage sein, die zu lesen? Machst du Witze? Papus ist ein Experte in allem. Fertig! Wow! Tom Thomas, du bist ein echter technischer Zeichner. Ein Konstrukteur, Nullik. So nennt man das. Versucht mal, einen perfekten Kreis freihand zu zeichnen. Daraus wird nichts, hm? Nun, mit Hilfe eines Zeichenzirkels wird euer Kreis perfekt. Man setzt die Nadel ins Zentrum und dreht den Zirkel. Und fertig! Ein Zirkel ist nur einer von vielen Werkzeugen fürs technische Zeichnen. Wenn ihr zum Beispiel eine gerade Linie zeichnen wollt, braucht ihr ein Lineal. Und wenn ihr einen Rahmen für euer Bild zeichnen wollt, könnt ihr ein Dreieck benutzen. Zieht eine Linie auf einer Seite und dann auf der anderen. Und um den Rahmen fertig zu zeichnen, dreht das Dreieck herum und zeichnet die anderen beiden Seiten. So bekommt ihr ein perfekt gerahmtes Bild. Es gibt auch Zeichengeräte, um gebogene Linien zu zeichnen. Sie heißen Kurvenlineal oder Schablone. Aber eigentlich nutzen die Leute heutzutage immer öfter Computer, um technische Zeichnungen zu machen. Papus! Hä? Ui! Ui! Was? Was ist passiert? Wir brauchen dringend deine Hilfe! Ein Teil in Tom Thomas' Dardpistole ist gebrochen. Kannst du es nachbauen? Was für ein Teil genau? Schau, hier ist eine technische Zeichnung. Oh, ihr habt sogar eine technische Zeichnung. Sehr gut, mal sehen, wie es aussieht. Bitte sehr. Super, mal sehen. Hm, das wird nicht klappen. Siehst du, an der Seite passt es nicht. Ich muss noch eine technische Zeichnung machen. Papu! Nolik, du hast mich wieder erschreckt. Verzeih mir, aber da müsste ein Vorsprung sein. Hier, auf dieser Seite. Und du bist sicher, das ist alles? Bestimmt, Ehrenwort. Tom Thomas, es ist fertig. Hör zu, während du weg warst, habe ich gemerkt, dass das Teil hier ein Loch hat. Genau hier. Papus! Hä? Oh! Oh! Oh, schon wieder? Äh, tut mir leid, aber in dem Teil ist auch ein Loch. Eine technische Zeichnung ist eine besondere Zeichnung. Sie muss präzise die Maße des Gegenstandes beschreiben, der erstellt werden soll. Um das zu tun, muss die Zeichnung sehr genau sein und alle Maße beinhalten. Und das ist nicht alles. Ist das Objekt komplex, muss es von mindestens drei Seiten gemalt werden. Vorderansicht, Seitenansicht und von oben. Seht ihr? Das Objekt wirkt anders von jeder Seite. Also, wenn ihr euch Zeit sparen wollt, lernt genau zu zeichnen. Und zack. Es klappt. Ist schwarze. Und das dank der technischen Zeichnung. Ja, nach drei Versuchen tolle Konstrukteure seid ihr. Jetzt kann ich alle möglichen technischen Zeichnungen machen. Sogar eine von dir, wenn du magst. Äh, nein, danke. Hey, das kippt. Toll, du mir einen Gefallen und dreh dich. Was machst du da? Hör auf! Was machst du? Ich glaub, jetzt hab ich's. Es ist fertig. Und was ist das für ein Kreis? Das bist du von oben. Weißt du was, Simka? Genau so siehst du von hier oben aus. Nolik, bring das rüber zu Papus. Er kann daraus eine zweite Simka machen. Nein, danke, Tom Thomas. Für mich reicht eine Simka aus. Der Saugnapf. Wo ist der Professor? Habt ihr ihn gesehen? Noch nicht. Seltsam. Er wollte doch heute einige Tests mit uns durchführen. Großfix, guck hier unter dem Glas. Da ist eine Notiz. Hm. Liebe Freunde. Dann ist sie ja für uns. Klar. Denn Professor Eugenius kann immer auf uns bauen. Ich bin nämlich auf eine Konferenz gefahren. Was sollen wir denn tun? Wirft während meiner Abwesenheit bitte ein Auge auf meine Tests. Da wäre die Armbanduhr. Und wo ist sie? Na gleich hier. Schaut. Warum ist die Uhr denn im Wasser? Damit die Fischer wissen, wie viel Uhr es ist? Nolik, sei nicht albern. Das ist der Test für die Armbanduhr. Siehst du? Da steht. Wasserfest. Genau da auf der Rückseite. Das heißt, dass kein Wasser in sie rein kann. Ich verstehe. So prüft der Professor, ob sie auch unter Wasser funktioniert. Verstehst du? Ah, jawohl. Verstanden. Die Uhr funktioniert. Und jetzt der Türklingeltest. Wir schauen nach. Der ist davon. Was macht denn das Ding? Dieser Apparat testet die Haltbarkeit der Türklingel. Um die Qualität von Anwendungen, Spielzeugen, Sportgeräten und anderen Dingen zu untersuchen, müssen sie wichtigen Tests unterzogen werden. Nehmt zum Beispiel Handys. Die werden sowohl mit Hitze als auch mit Kälte getestet. Denn sie müssen an heißen Orten wie Afrika und an kalten Orten wie der Arktis funktionieren. An Computern werden Vibrations- und Erschütterungstests durchgeführt, damit sichergestellt wird, dass man sie auch außerhalb des Hauses und während der Fahrt benutzen kann. Verschiedene Produkte müssen unterschiedliche Haltbarkeitstests bestehen. Zum Beispiel werden Sportschuhe und Autoreifen zum wiederholten Male gerieben und gequatscht, um zu sehen, wie lange sie halten. Ja, Tests sind sehr wichtig. Ohne Tests könnte euch eine Maschine im ungünstigsten Moment im Stich lassen. Wenn einmal die Woche Gäste zu Besuch kämen und ein Raudi einmal im Monat käme und einen Klingelstreich machen würde, dann würde diese Türklingel etwa 400 Jahre halten. Das ist lang. Die Türklingel funktioniert noch. Das ist sehr gut. Jetzt, äh... Was? Ich weiß nicht. Da steht auch etwas auf der anderen Seite. Wir müssen... Ah! Das Glas hochheben! Hopp! 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 Äh? Ich kriege es nicht zu fassen! Wir benötigen einen... Saugnapf! Ein Saugnapf? Saugnapf werden aus Gummi oder anderen elastischen Materialien hergestellt. Wenn ein Saugnapf gegen eine glatte Fläche gepresst wird, wird die in ihm enthaltene Luft verdrängt. Da die Außenluft wieder herein will, drückt sie den Napf herunter. Der Gummirand des Napfes lässt nicht so das Luft hinein gelangt, also übt die Außenluft stetig Druck aus. Dadurch bleibt der Saugnapf kleben. Dieser Vorgang wird möglich gemacht durch die Kraft der Luft. Warte eine Minute. Ich weiß, wo es einen großen Saugnapf gibt. Den nehmen wir. Das ist ein riesiger Saugnapf, Nollik. Tidisch, tidisch, tidisch. Wunderbar, Nollik. Wir müssen uns beeilen, bevor Luft unter den Saugnapf gerät und er sich dann löst. Mein Saugnapf löst sich niemals. Naja, lasst uns sehen, was hier steht. Simka, du solltest dich beeilen. Es fällt auch sicher, dass im Labor nichts kaputt geht, während ich weg bin. Hm, was könnte denn hier schon kaputt gehen? Ah, die Glasplatte, Vorsicht! Tja, da haben wir den Salat. Und wer wird jetzt alle diese Scherben aufräumen? Ha, was meinst du wohl? Nollik? Der Saugnapf war ja wohl seine Idee. Nein, Simka, sie hat nur zu langsam gelesen. Hört mal, das ist alles meine Schuld. Weil der Saugnapf ja meine Idee war. Ich muss aufräumen. Jetzt komm schon, Großfix. Wir machen das schon sauber. Professor, der Saugnapf war trotz allem eine Brille-Idee. Das Labor. Großfix braucht Hilfe. Kommt mit zur Schule, sofort! Was hat er gesagt? Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb? Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Simka eine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nollik Ärger gemacht hat. Ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La 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 la. Und das sind fünf und sechs. Hm, toller Haarschnitt. Sieben, acht. Hallo. Hallo, Werder. Wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher, aber geht doch mal in den Chemie-Bereich und schaut dort nach. Im Chemie-Bereich? Äh, sag mal. Hat unser Nollik heute was angestellt? Nollik? Der macht doch immer nur Quatsch. Ah, wir sind also nicht wegen Nollik hier. Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert. Ja, was denn? Es kann alles Mögliche sein. Es kann alles Mögliche sein. Dies ist nicht nur eine Fixie-Schule. Es ist ein richtiges Labor. In dem Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet, ist immer Hochbetrieb. In der Abteilung für Mechanik testet und kreiert Professor Eugenius verschiedene Apparate und Mechanismen, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. In der Chemie-Abteilung führt er Experimente mit Nahrung und deren Qualitätszuständen durch. In der Elektro-Abteilung repariert er elektronische Geräte und prüft ihre Sicherheit. Der Professor kann öfters sehr zerstreut sein. Und deswegen kann es bei ihm mal blubbern, knistern und sogar explodieren. Masia, Liebes, mach dir im Moment keine Sorgen. Wie soll ich mir keine machen? Ziffer, hast du vielleicht Nollik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor. Hier kann alles Mögliche passieren. Oh Gott! Was meinst du damit? Sowas halt. Ihr seht's ja. So läuft das hier. Und wo? Komm mit! Schnell! Masia, mach keine Panik. Spule, wo? Oh, muss das hier da sein? Ihr müsst uns bitte helfen. Was ist denn passiert? Oh, ah, da. Oh, wo wir? Großfix. Was? Wo? In der Mechanik-Abteilung dort. Und Simka und Nollik? Auch, die sind auch da. Oh, meine Kinder. Bleibt bloß ruhig. Oh, oh. Marcia ist meine Frau und die Mutter unserer Kinder Simka und Nollik. Marcia ist eine Schönheit, eine gütige Seele und eine wunderbare Hausfrau noch dazu. Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst und ein äußerst begabter Fixie. Von Küchengeräten und Apparaten hat sie viel mehr Ahnung als ich. Marcia arbeitet von morgens bis abends. Sie repariert Dinge, kümmert sich um die Wäsche und macht sauber, denn sie hat Ordnung und Sauberkeit sehr gerne. Das Wichtigste für Marcia sind allerdings ihre lieben Kinder. Sie kümmert sich liebevoll um sie und versucht sie vor Unheil zu beschützen. Manchmal steigert sie sich in absurde Sorgen und Vorstellungen hinein, aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte. Obwohl unser Nollik manchmal in solche Schwierigkeiten gerät, dass nicht einmal Marcia davon träumen könnte. Nollik! Halt dich fest! Wir werden dich retten! Ah! Du lebst! Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden. Dann ist Simka diejenige, nicht du. Ich muss auch nicht gerettet werden, mir geht's gut. Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben. Also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls. Nollik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig. Im Gegenteil, er hilft mir bei der Reparatur. Papus, wir brauchen deine Hilfe, sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen. Dieses? Hä? Tidisch! Oh, eine perfekte Reparatur. Hä? War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja, ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt. Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich habe euch doch nicht erschreckt. Das wart ihr ganz von alleine. Das Level Tom Thomas, tut mir wirklich leid. Den Film dieses Wochenende muss ich absagen. Wieso? Ich muss nach Afrika für die Arbeit. Und morgen schon. Oh, cool. Meinst du, ich kann vielleicht mitkommen? Nach Afrika? Weißt du denn überhaupt, wo das liegt? Afrika. Da, hier vorn. Mhm. Nein, du bist noch zu klein. Wenn du so groß bist wie Afrikas Spitze, dann nehme ich dich mit. Hier, dort. Tom Thomas, was machst du da unten? Ich wollte wissen, ob ich so groß bin wie die Spitze Afrikas. Oder nicht? Nun, kennst du deine Größe? Äh, äh. Okay, dann messen wir dich und markieren, wie groß du bist. Du musst nur das Buch halten, okay? Simka, wie misst man, was höher ist? Die Spitze Afrikas oder diese Linie? Hm. Hm. Nicht so einfach. Wir brauchen ein Stückchen Silikonschlauch. Oh, den kann ich für dich holen. Ich weiß, wo er ist. Und wir bauen ein einfaches Werkzeug, um die Antwort zu finden. Das nennt man Schlauchwaage. Lasst uns ein Experiment machen. Erst gießen wir Wasser in zwei Flaschen. Etwas mehr in die eine und etwas weniger in die andere. Dann verbinden wir sie mit einem Schlauch, sodass das Wasser zwischen ihnen fließen kann. Seht ihr? Das Wasser fließt und fließt. Und dann bleibt es stehen. Es bleibt stehen, wenn die gleiche Menge an Wasser in beiden Flaschen ist. Und wenn man das mit einem einfachen Schlauch macht, wird daraus ein nützliches Gerät namens Schlauchwaage. Darin hat das Wasser auf beiden Seiten immer den gleichen Stand. Ich überprüfe den Wasserstand auf dieser Seite. In Ordnung? Pass auf, wie du den Schlauch hältst. Sonst fließt das Wasser ab. Nolik, wie sieht's aus? Das Wasser im Schlauch ist gleich auch mit dem Stand des Strichs. Da hast du's, Tom Thomas. Der Wasserstand zeigt an, wie groß du bist. Und? Nun, sieht's so aus, als ob Tom Thomas zu klein für Afrika ist. Was, wenn wir den Schlauch etwas höher halten? Das kannst du machen, wenn du willst. Aber das Wasser wird bleiben, wo es ist. Siehst du? Der Wasserstand auf deiner Seite bleibt immer so, wie auf der anderen Seite. Äh, das dauert aber, bis ich so groß werde. Und, was, wenn wir die Karte etwas niedriger hängen? Das wäre geschummelt. Aber es wäre clever. Es gibt viele trolle Sprichwörter, aber mein Liebstes ist, zweimal messen, einmal schneiden. Um richtig zu messen, braucht man Messgeräte. Das Einfachste ist ein Lineal. Damit können wir die Länge eines Objektes herausfinden. Eine Armbandrohr misst, wie viel Zeit vergangen ist. Ein Tachometer zeigt uns, wie schnell wir uns bewegen. In einem Auto oder auf dem Fahrrad. Ein Stromzähler misst, wie viel Elektrizität wir nutzen. Ein Dezimelmesser kann uns sagen, wer lauter schreit oder stampft. Und ein Stangenzirkel kann ganz genau die Größe einer Münze oder eines Loches messen. Wir würden nicht auskommen ohne wundervolle Geräte wie diese. Wenn wir nicht alles sorgfältig messen könnten, würde alles um uns herum, was wir bauen, einfach auseinanderfallen. Oh-oh. Papa! Papa! Guck, Papa! Hm, das ist komisch. Anscheinend bist du etwas gewachsen. Heißt das, ich darf mitkommen? Ja. Bist du bereit? Hurra! Aber wenn du nach Afrika willst, musst du geimpft werden. Das stört dich doch nicht, oder? Dafür muss ich extra geimpft werden? Bist du sicher? Ja. Da ist eine gegen Malaria, Zetsefliege, Krokodilbisse. Insgesamt gibt es zehn Spritzen. Zehn Spritzen? Ja, zehn. Oh. Papa, weißt du, das war ein Witz. Als du weg warst, habe ich die Karte runtergezogen. Okay, verstehe. Und ich habe gespaßt mit all den Impfungen. Was? Also braucht man keine Impfungen? Man braucht sie, aber nicht zehn. Wie viele dann? Neun davon. Es gibt gar keine Impfung. Nirgendwo. Wie ein Krokodil davon abhält, dich zu beißen. Reibung. Oh, Tom Thomas. Deine Tür quiezt ja fürchterlich. Ja, und sie lässt sich auch so schwer öffnen. Oh, das liegt daran, dass deine Türangeln scheuern. Deswegen geht deine Tür nicht richtig auf. Kann man es reparieren? Verringere einfach die Reibung. Wie? Schmiere die Türgerniere. Ich kann es für dich machen, weil ich einen Pakumat habe. Okay. Simka, darf ich helfen? Aber klar. Zieh den Pakumat an, okay? Reibung ist die Kraft, die zwischen zwei sich berührenden Körpern wirkt, wenn sie sich gegeneinander bewegen. Reibung kann Dinge schnell abnutzen, wenn viel Reibung besteht. Will man weniger Reibung, muss man etwas zwischen die Teile tun, die gegeneinander reiben. Zum Beispiel Öl. Es gibt verschiedene Schmiermittel, die Uhren und Räder reibungslos halten. Und wusstet ihr, dass für Schia ein Spezialwachs eingesetzt wird, um sie noch schneller zu machen? Das wär's. Jetzt die obere Angel. Alles fertig. Komm, probier mal, wie die Tür funktioniert. Sie quietscht nicht mehr. Sag ich doch. Ihr seid echt die Besten. Ich muss gehen. Wohin? Ich geh Schlitten fahren. Ach, nehm mich doch bitte mit. Geht nicht, Nolik. Du hast keinen eigenen Schlitten. Wir sehen uns später. Hey Simka, soll ich den Teller einölen? Wozu denn? Er wird den Hang auch ohne Einölen runterrutschen. Ah, in Ordnung. Ähm, warte hier auf mich, Nolik. Ich bin gleich zurück mit einer Überraschung für dich. Ja, Öl ist rutschig. Ich hab da eine gute Idee. Hm. Wow, absolut reibungslos. Wuuuuh. Wuuuuh. Hey, ist da wer? Hilfe, Hilfe. Simka. Nolik? Alles in Ordnung? Bleib bitte wo du bist. Ich bin gleich da. Oh. Oh. Papus. Papus. Hilf uns, bitte. Wer braucht Hilfe? Bin schon unterwegs. Oh. Hey, was treibt ihr denn da? Prost, Fix. Kommt bloß nicht näher. Du rutschst aus. Hä? Was sagst du da? Bleib wo du bist. Oh. Oh. Was ist hier passiert? Ich hab etwas Öl auf den Tisch gekippt. Aber wieso denn? Um Reibung zu verringern. Super Idee. Keiner bewegt sich. Ich weiß genau, was zu tun ist. Was hattet ihr denn für ein Problem mit der Reibung? Ich will, dass dieses ganze Öl in fünf Minuten verschwindet. Hm. Ingenieure kämpfen täglich gegen die Reibkraft. Ihr Ziel ist weniger Reibung, damit Autos schneller fahren können und deren Teile nicht so schnell abgenutzt werden. Aber stellt euch vor, wie die Welt aussehen würde, wenn es plötzlich keine Reibkraft mehr gäbe. Tja. Alles würde uns aus den Händen rutschen und vom Tisch fallen. Knoten würden sich entknoten. Und das ist noch nicht alles. Auch Autos könnten ohne Reibung nicht fahren. Reifen würden durchdrehen und unfähig sein, auf der Straße haften zu können. Wir würden nicht einmal gehen können. Denn wenn wir laufen, bewegen wir uns, indem wir uns vom Boden abdrücken. Doch wie würden wir es ohne Reibkraft machen? Es ginge nicht. Ihr könnt also sehen, dass ein wenig Reibung in unserem Leben keine schlechte Idee ist. Alles sauber. Aber es steckt immer noch. Nolik, das hätte ich ja fast vergessen. Ich hab dir ein Geschenk versprochen. Guck, was ist es? Ich hab dir einen Tellerschlitten gemacht, nur für dich. Oh, wie toll. Nur, was nützt das Schlitten ohne Schnee? Nolik, hey. Guck mal, was ich für dich habe. Schnee? Ja. Ist das echter Schnee? Hä? Ja, jetzt hast du einen ganz eigenen Berg zum Rodeln. Es ist Spitzsee. So eine tolle Überraschung. Jetzt kannst du auch ohne Öl runterrutschen. Hit! Jihau! Der Globus. Eins, zwei, drei. Ich hab's wieder nicht geschafft. Hab ich doch gesagt. Man kann sich nirgendwo festhalten, wenn sich der Globus so schnell dreht. Aber ich weiß, dass ich es kann. Hm. Gib mir das Stück Seil da. Los. Jetzt willst du mich nicht abschütteln. Dreh ihn. Na los. Wow. Wow. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. Was machst du da? Erkundest du etwa die Schwerkraft der Erde? Das ist ein Globus, nicht die Erde. Ein Globus ist ein Modell der Erde, oder? Hey, komm schon, Simka. Der Globus sieht aus wie ein Ball. Aber die Erde ist flach. Wir laufen drauf. Die Erde sieht auch aus wie ein Ball. Nur eben ein sehr, sehr großer. Das ist nicht wahr. Wenn die Erde wirklich so rund wäre, wie du sagst, dann würden die Leute ja runterfallen. So wie ich vom Globus. Nein, es ist nur so, dass die Erde alles anzieht. Bist du sicher? Der Planet, auf dem wir leben, die Erde, ist eine riesige Kugel. Die Erde dreht sich um die Sonne und der Mond dreht sich um die Erde. Wisst ihr, warum sie nicht voneinander wegfliegen? Das liegt an einer Kraft, die man Schwerkraft nennt, durch die sich alle Objekte anziehen. Je schwerer das Objekt, desto stärker die Anziehung. Deswegen werden Menschen, Felsen, Luft und Wasser zur Erde gezogen, statt dass sie in den Weltraum schweben. Durch Schwerkraft können wir auf der Erde laufen. Und warum zieht mich der Globus nicht an wie die Erde? Weil dieser Globus sehr leicht ist. Verglichen mit der Erde ist dieser Globus Millionen über Milliarden mal leichter. Verglichen mit der Erde sind wir Staubkörner. Er hat recht. Schau, ein Staubkorn, es wird vom Globus angezogen. Wie wir von der Erde. Ach komm schon, das ist nur, weil niemand sich dreht. Aber die Erde dreht sich und wir werden angezogen. Was? Das glaube ich dir einfach nicht. Wie soll die Erde sich denn drehen? Du hast wirklich keinen blassen Schimmer, wie aus Tagen Nächte werden, oder? Mal sehen. Das ist, weil die Sonne hoch und runter geht. Seht mal, unsere Sonne ist hier und ihr seid dort, auf der Erde. Ist es dunkel, Nullik? Es ist dunkel. Dann ist es Nacht auf deiner Seite. Und hier ist es Tag. Alles klar. Und jetzt drehen wir die Erde. Hurra! Nun ist es bei mir Tag. Und bei mir ist es Nacht hier drüben. Ah, nun ist es wieder dunkel bei mir. Und bei mir ist es wieder Tag. Okay, gut. Ihr habt recht. Ich glaube euch. Die Erde dreht sich. Die Erde dreht und dreht sich wie ein gekippter Kreisel. Und während sie sich dreht, scheint die Sonne ihr Licht auf die Seite, die die Erde der Sonne gerade zuwende. Und wenn die Erde sich einmal komplett gedreht hat, können wir sehen, wie aus der Nacht Tag wird und aus dem Tag wieder Nacht wird. Die Erde braucht 24 Stunden, um sich einmal komplett zu drehen. Doch das ist doch nicht alles. Die Erde dreht sich auch im Weltraum um die Sonne. Die Erde braucht ein Jahr, um sie einmal zu umkreisen. Während sie auf ihrer Bahn kreist, sind abwechselnd der obere und der untere Erdteil näher an der Sonne. Das liegt daran, weil die Erdachse geneigt ist. Wenn der obere Teil näher an der Sonne ist, ist es dort Sommer. Zur gleichen Zeit ist im unteren Teil Winter. Und wenn es Winter im oberen Teil ist, ist es unten Sommer. Nolik! Nolik, wo bist du? Bin ich sicher. Irgendwo in Kasachstan. Die Gravitationskraft ist super stark hier. Also los, dreh mal! Du wirst wieder runterfallen, Nolik. Keine Sorge, versuch's einfach. Und kümmer den Globus, wenn du magst. Siehst du? Ha! Und du warst sicher, ich würde vom Globus runterfallen. Das ist seltsam. Nolik, komm mal hierher. Wozu? Das wirst du gleich sehen. Ich will nicht. Willst du nicht oder kannst du nicht? Tom Thomas, guck mal. Ha! Ich seh's. Er hat sich selbst festgeklebt, oder? Ja, mit dem Kaugummi. Wird es nicht Zeit zu gehen? Aha. Und ich? Was wird auf mir? Hey! Ihr müsst mir helfen! Verlasst mich nicht! Sollen wir ihm helfen? Oh, das hätt ich nie gedacht! Aber die Anziehungskraft des Kaugummis ist sogar stärker als die der Erde. Die Rüstung. 21, 22, 23, 24, 25, auf die Plätze, fertig, los! Ich hab ihn gehört. Er ist in dem Flur gehalten. Du siehst in der Küche nach, Nolik, und ich im Wohnzimmer. Und ich verstehe das nicht. Wo könnte er nur sein? Das Büro! Da haben wir noch nicht geguckt. Wo soll er sich denn hier schon verstecken? Im Inneren des Heils! Ha, Nolik! Tom Thomas würde nicht mal bis zur Hälfte in das Innere des Heils passen. Ja, dann in dieser riesigen Vase. Aha. Er sitzt da zusammen, gequetscht, und lacht uns aus. Ha, ha, ha. Oh, Simka! Da! Hast du das gehört? Er ist doch da drin! Da ist niemand! Aber ich hab deutlich ein Hi-Hi gehört! In deiner Fantasie? Such mir in dem Badezimmer. Ha, ha, ha. Hm. Eine Einbildung. Uff. Es ist so muffig in dieser Rüstung. Die Arme stecken fest. Wo steckt der Junge bloß? Oh, wer ist das? Ah, Herr Kateritter ist im Leben erwacht! Wie lange wollt ihr mich denn noch suchen? Eine Rüstung ist eine sehr harte Kleidung. Die Krieger tragen, um sich vor Schwertern und Pfeilen zu schützen. Menschen machten schon in der Antike Rüstungen. Aber die Ganzkörperrüstung, die die Ritter trugen, wurde erst im Mittelalter erfunden. Die Rüstung, die Ritter auf Pferden trugen, war schwer. Sie konnte bis zu 50 Kilo wiegen. Und wenn ein Ritter vom Pferd fiel, brauchte er Hilfe, um wieder aufsteigen zu können. Und was trugen die Pferde? Sie trugen ihre eigene schwere Rüstung zum Schutz. Hey, habt ihr euch in Statuen verwandelt? Tom Thomas? Bist du das da drin? Wer sonst? Öffnet das Visier, ich kann kaum atmen. Ha, und warum sollten wir das tun? Weil ich es selber nicht kann. Seht ihr nicht? Meine Arme stecken fest. Ha, du siehst lustig aus. Lustig für euch? Aber jetzt stecke ich fest und komme nicht mehr raus. Kommt schon, holt mich raus, bitte. Na toll, Kaubacke ist jetzt das Letzte, was wir brauchen. Kaubacke? Was ist denn los? Ich bin's doch. Hey, hör auf. Hilfe, ich komme nicht mehr hoch. Bloß, lass uns die Schnallen öffnen, Nolik. Schnell. Danke für eure Hilfe. Keine Ursache. Wenn ich euch nicht hätte. Stellen wir den Ritter wieder auf. Aha. Bevor Papa zurückkommt. Schutzkleidung wird nicht nur von Menschen getragen, die in Turnieren kämpfen. Reisende tragen besondere Netze, um sich vor Mücken und Schnaken zu schützen. Und Imker tragen auch eine spezielle Schutzkleidung. Wenn sie nichts hätten, um sich vor Bienenstichen zu schützen, wäre ihr Job ziemlich schmerzhaft. Ohne Schutzanzüge wäre es für Feuerwehrmänner unmöglich, brennende Gebäude zu betreten und Menschen zu retten. Und wie könnten Astronauten in den Weltraum gehen ohne Schutzanzüge? Es ist eiskalt da oben und es gibt keine Luft zum Atmen. Deswegen tragen sie ein spezielles Kostüm namens Raumanzug, wenn sie reisen. Der Raumanzug schützt Astronauten nicht nur vor der Kälte, sondern versorgt sie auch mit Luft, sodass sie atmen können. Übrigens, die Fixies tragen auch Schutzkleidung, damit sie sicher bleiben, während sie arbeiten. Na also, ist das richtig so? Sieht so aus, als ob es richtig ist. Aber wo ist der Helm? Nolik wollte ihn suchen. Tom Thomas! Helmlieferung! Danke, Kaubacke. Wow, du Kampfpferd! Komm mal wieder runter! Da haben wir es. Alles ist wieder an Ort und Stelle. Nur, dass dein Ritter aussieht wie eine Ballerina. Das liegt am Arm. Er steckt total fest. Ich weiß, was wir tun. Gib ihm etwas in die Hand. Also, wie sieht das aus? Perfekt. Jetzt paddelt er sacht in die nächste Schlacht. Der Manipulator Also, was sagen Sie, Professor? Besser könnte es wirklich nicht sein. Unser Manipulator funktioniert einwandfrei. Gut, dann sind wir fertig für heute. Toll, bis morgen dann. Na dann, endlich! Jetzt können wir auch mal den Manipulator testen. Und weißt du, wie man diesen M-Mamipulator bedient? Ha! Deswegen haben wir ja spioniert. Ein Manipulator ist ein mechanischer Arm, den Menschen für gefährliche oder schwere Arbeit nutzen. Um einen Manipulator zu bedienen, nutzen Menschen eine Fernbedienung oder einen Fahrhebel. Der Bediener erteilt den Befehl und der mechanische Arm greift und bewegt die Last. Es gibt auch robotische Manipulatoren, die gar nicht von Menschen bedient werden müssen. Sie sind computergesteuert und kommen ganz ohne Menschen aus. Sogar auf dem Mond. Hm. Was macht dieser Knopf? Aha. Was ist mit dem Knopf? Aha. Würdest du gerne mit mir mitfahren? Was, ich? Ha! Du hast Angst! Angst? Kein bisschen. Na dann los! Ja, cool! War ja, das ist der absolute Wahnsinn! Warte! Gleich wird es sogar noch cooler! Professor? Hm. Seltsam. Wie ist die Leiter denn umgefallen? Ah! Bin ich verrückt oder ist jemand hier? Bleib ruhig. Bleib ruhig. Arme Elisa. Ja. Du bist komplett überarbeitet. Oh! Ah! Wer ist da? Ah! Halte durch, Schnulig! Ich hole dich da raus! Mein Bruder ist weg! Oh nein! Was ist hier los? Hören Sie sofort auf mit dem Quatsch! Sonst rufe ich die Polizei! Ich glaube nicht an Geister. Ich glaube nicht an Geister. Ich glaube nicht... Ah! Wohin ziehen Sie mich? Ich werde ohnmächtig. Hey, ich warne Sie. Das war's. Auf Wiedersehen. Menschen verwenden Manipulatoren auf der ganzen Welt. In Fabriken werden Manipulatoren genutzt, um schwere Lasten zu bewegen. Sie können auch Teile befördern, die für den Zusammenbau gebraucht werden. Oder sogar die Teile selber anbringen. In Krankenhäusern werden sehr präzise Manipulatoren genutzt, um Ärzten bei Operationen zu assistieren. Manipulatoren werden auch genutzt, wenn die Arbeit einfach zu gefährlich ist für Menschen. Zum Beispiel bei giftigen Chemikalien oder an Orten, zu denen Menschen einen schweren Zugang haben. Zum Beispiel unter der Erde, wo man nicht viel Platz hat oder tief unter Wasser. Oder im Weltraum, wo man absolut nicht atmen kann. Ihr seht also, mechanische Arme können all die Dinge greifen und bewegen, die der menschliche Arm nicht selber greifen kann. Halte durch, Nolik. Wie kann ich dieses Ding öffnen? Oh, ich hab's. Ja? Wer ist da? Ah! Was ist hier los? Hä? Nolik? Was machst du denn hier? Wir haben nur eine Testfahrt gemacht. Gehört das dir? Elisa! El-i-sa! Professor Eugenius! Ich wurde attackiert von einem Arm. Der Manipulator! Das war ihre Fantasie! Sehen Sie, da ist er wieder. Stopp! Schluss jetzt, sag ich. Professor Eugenius, es hört auf Sie. Bleiben Sie ruhig, alles ist gut. Das war eine kleine Fehlfunktion, aber die ist behoben. Sie sind einfach großartig. Und wir zwei sind noch nicht fertig. Mit mir? Mit Ihnen? Nein, mit dem Manipulator. Gehen wir, Elisa. Ja, gehen wir, Professor. Toll gemacht, Feuer. Und warum Feuer? Feuer? Die Antenne. Wow, schaut euch das an, wie cool. Ah, hallo, meine Seelenverwandten. Wollt ihr sehen, woran ich gerade arbeite? Professor Eugenius, sagen Sie uns, was Sie mit diesem riesigen Ding vorhaben. Ich hoffe, mit diesem fantastischen Gerät Außerirdische zu kontaktieren. Seit dem Altertum haben sich Menschen gefragt, gibt es Leben auf anderen Planeten? Wie würden Außerirdische wohl aussehen? In was für Raumschiffen reisen sie umher? Einige Menschen behaupten, außerirdische Raumschiffe gesehen zu haben und dass diese wie fliegende Untertassen aussahen. Es gibt sogar Menschen, die sagen, dass sie Kontakt mit Außerirdischen hatten. Aber ich persönlich denke eher, dass es ihre Fantasie war. Die Wissenschaft konnte diese Fakten bisher auch nicht widerlegen. Die witzigste Geschichte, die ich bisher über Außerirdische gehört habe, stammt von einem, der meint, sie mit seinen eigenen Augen gesehen zu haben. Unglaublich, oder? Er sagte, sie seien kleine menschenähnliche Kreaturen mit leuchtenden Haaren. Mir scheint, dass er einige Fixies gesehen hatte, die sich nicht rechtzeitig vor ihm verstecken konnten. Es ist fertig. Über den Wolken... Was jetzt? Werden die Außerirdischen diese große Schüssel sehen? Honig werden nun zur Erde kommen. Die brauchen keine Schüssel, Quatschkopf. Die haben Teller, die fliegen. Fliegende Untertassen. Ihr seid beide Quatschköpfe. Das ist doch überhaupt keine Schüssel. Das ist eine Antenne. Antenne? Mithilfe von Antennen empfangen Leute Radiosignale. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Größen. So, so oder so. Um schwache Radiosignale zu empfangen, werden kraftvolle Antennen eingesetzt, die die Form von großen Schüsseln haben. Radiowellen, die auf die Schüssel treffen, werden dann wie bei einem Spiegel reflektiert und an einem Punkt gebündelt. Das macht die Signale stärker und klarer. Die kräftigsten Schüsseln können sogar Signale aus dem Tiefen des Weltalls empfangen. Noli, kalt! Du wirst dich verbrennen. Behandle mich nicht wie ein Baby, okay? Ha, interessant. Ich frag mich, was da wohl drin ist, weißt du's? Lass uns doch einfach nachsehen, oder? Ich wollte ihm damit doch nur helfen. Nicht nötig, Nolik. Der Lötkolben ist viel zu heiß und ich bin praktisch fertig. Können wir jetzt endlich die Außerirdischen suchen? Einen Moment, Nolik. So. Oh oh. Und nun... Aha. Aufgepasst, Nolik, Simka, mal sehen, ob wir Signale aus dem All empfangen können. Was denkst du wohl? Ist es jetzt Nachtmeid in Außerirdischen? Was, wenn sie schlafen? Hör auf, den Professor mit deinem Quatsch zu stören. Lasst uns sofort raus! Hört ihr uns nicht? Lasst uns raus! Ich befürchte, dass sie uns aus dieser Entfernung wahrscheinlich nicht hören. Ich höre keine Signale. Ich höre nur Rauschen. Nur Geduld, Freunde. Hört nur weiter zu. Ziffer, du bist doch so intelligent. Kannst du uns hier nicht rausbringen? Ich glaube, ich hab's, Spule. Bleib du hier. Ich werde jetzt ein besonderes Signal senden, damit sie wissen, wo wir sind. Wartet doch mal. Hört ihr das auch? Könnte das ein Signal von Außerirdischen sein? Hurra! Das ist sensationell. Das heißt, dass es irgendwo im Kosmos intelligentes Leben gibt. Drei Punkte, drei Striche, drei Punkte. Ah! Ein Morse-Code! Es ist ein Hilfesignal, das sie senden. Sind die Außerirdischen in Schwierigkeiten? Ja, sieht so aus. Und woher glauben Sie, kennen die den Morse-Code? Ja, seltsam. Es gibt nicht mal viele Fixies, die den Code kennen. Ziffer schon! Ah, und wo bitte? Steckt der? Und wo ist Spule? Tja, nun. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was für Außerirdische das sind. Ich glaube, ich weiß es auch, Professor. Holen Sie die Antenne ein. Seid gegrüßt, oh außerirdische Ankömmlinge. Hi, alle. Schön, wieder da zu sein. Wie schade. Ich hatte wirklich gehofft, intelligente Wesen im All zu finden. Ist schon okay. Zwei Unintelligente sind auch was wert. Der Baby-Monitor Oh, mein alter Baby-Monitor. An. Test, Test, Test. Eins, zwei, drei, Test. Test, Test. Es funktioniert. Hm. Warum geben wir nicht einfach Familie Müller? Die haben doch gerade ein Baby bekommen. Äh, äh. Der gehört mir. Und ich will ihn auch benutzen. Bist du nicht schon zu groß dafür? Nein, ich bin gar nicht groß. Ach so? Ich wusste nicht, dass du noch ein kleiner Junge bist. Und ein habgieriger noch dazu. Das merken die im Leben nicht. Hey, Fixies. Seid ihr da? Da sind wir. Warum hast du uns gerufen? Ich werde euch zeigen, wie man Gedanken lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir das abnehmen kann. Okay, soll ich's beweisen? Ich werde rausgehen und ihr versteckt diesen Knopf, wo immer ihr wollt. Dann werde ich reinkommen und ihn finden. Abgemacht. Wo wäre ein gutes Versteck? Also, wir müssen uns eins überlegen. Äh, genau hier, unter der Tastatur. Spitze. Sehr gut, Nolik. Komm jetzt rein. Wir sind schon bereit. Und jetzt werde ich eure Gedanken lesen. Passt mal auf. Hm. Der Knopf ist hier. Tada. Er kann wirklich Gedanken lesen. Ah, das war doch bloß Glück. Lass es uns doch mal probieren. Alles klar, kein Problem. Wir müssen einfach raffinierter sein. Werder. Sie ist das schönste Mädchen unserer Klasse. Sie weiß es auch und scheut sich nicht, das auszunutzen. Sie kann sogar ein bisschen hinterhältig sein. Wenn sie zum Beispiel Hilfe bei den Hausaufgaben braucht, dann wird Ziffer plötzlich ihr bester Freund. Und wenn sie zu faul ist, ihren Pakomat zu tragen, sagt sie, Feuer, bitte hilf mir, du bist so ein starker Fixie. Und wir Jungs, wir mögen sie trotzdem. Ziffer und Nolik. Und ich wohl auch. Obwohl ich Simka lieber mag. Oder Werder. Oder doch beide. Ich hab mich noch nicht entschieden. Werder kann zickig und manchmal herrisch sein. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Werder ist eine gute Freundin, die einem immer hilft. Naja, aber nur wenn sie schafft, sich vom Spiegel loszureißen. Ich finde, dass wir ihn in diesem Bleistiftbecher verstecken sollten. Und dann denken wir an etwas anderes. Hm, das ist gut. Wird aber nicht klappen, Fixies. Komm jetzt rein. Aha. Hihihi. Hier ist er. Tidisch. Simka, hast du etwa an den Becher gedacht? Nein, ich schwör's. Und mein Hirn war leer. Der war's dann, hä? Hm. Aha. Komm, Thomas. Vielleicht machen wir's nochmal. So oft ihr wollt. Pssst. Ich weiß, wie er's die ganze Zeit gemacht hat. Mit nem Babymonitor. Durch ihn hört er alles, was wir reden. Ich versteh's nicht. Ein Babymonitor hilft Eltern, über ihre Babys zu wachen. Das System besteht aus zwei Geräten, die wie Handys aussehen. Eines der Geräte behalten die Eltern bei sich. Und das andere wird in das Zimmer getan, in dem das Baby schläft. Wenn das Baby aufwacht und zu weinen beginnt, dann erkennt das Gerät im Babyzimmer die Klänge und sendet sie per Radiowellen an das Gerät der Eltern. Mama oder Papa werden es hören und können so zum Baby gehen und es beruhigen. Dann belauscht er uns in diesem Moment also gerade. Pssst. Dieses Mal weiß ich, was wir machen müssen. Wir verstecken ihn unter dem Klobus. Such mal. Aha. Aha. Hä? Wo ist der? Könntest du Gedanken lesen? Würdest du ihn ganz einfach unter dem Babymonitor finden? Das war ein Trick. Das ist aber nicht nett. Und uns zu belauschen, ist das etwa fair? Tut mir leid, ich dachte, das wäre witzig. Na ja, trotzdem, Tom Thomas, du bist zu alt für dieses Ding. Es sei denn, du brauchst es vielleicht noch. Ich bin kein Baby. Ich wollte ihn, wisst ihr, nur ausprobieren. Ich werde ihn meiner Mutter geben. Mama, ich will nicht habgierig sein. Was meinst du? Lass uns den Monitor den Müllers geben. Und dieses Auto ist für ihr kleines Baby. Hm, ich glaube, dass es noch viel zu klein ist für dein Auto. Macht nichts. Bald wird er größer werden und ein echter Junge sein, stimmt's? Wie ich. Die Knetmasse Alles fertig. Simka! Schau mal her! Ich hab meinen eigenen, mh, Pakomat. Na, sieh mal einer an. Ein Pakomat aus Knete. Da gehört er bei mir. Und da sieht wie ein echter aus. Okay, na klar, er sieht wirklich echt aus. Simka, Nolik, was geht? Hallo, Feuer. Wollt ihr nicht Ticken spielen? Das würde ich wirklich gerne, aber im Gegensatz zu euch habe ich sehr viel Arbeit. Ja, zum Beispiel? Nun, im Bad ist ein Haken runtergefallen. Tomtom ist Schreitischlampe, geht nicht. Im Aquarium ist ein Loch im Schlauch. Geht nur spielen. Ich muss einen Pakomaten holen. Oh, oh, oh. Ich würd gern Ticken spielen. Moment. Moment. Nolik, du hast nen Pakomat. Aha. Wobei ich sagen muss, dass er seltsam aussieht. Das ist weil... Lass uns alles vor Simka reparieren. Mit deinem Pakomat und meinem Fixieboard. Das wird echt cool. Also, wo ist jetzt dieser heruntergefallene Haken? Alles klar. Nolik, hol mal die Klebe raus. Woraus? Na, woraus wohl? Aus deinem Pakomat. Aber der ist doch nicht echt. Den hab ich doch aus Knete gemacht. Aus Knete? Sieht wirklich total echt aus. Damals, in der Steinzeit, haben die Menschen Gescheh- und Skulpturen aus einer Knetmasse namens Ton geformt. Die Knetmasse, die wir heute benutzen, wurde erst vor ein paar Jahren erfunden. Im Grunde ist Knete nichts weiter als alter Ton mit ein paar Zusätzen, damit die Masse nicht austrocknet. Dann werden noch Färbemittel untergemischt und so ergeben sich die vielen schönen Farben. Man kann so viele tolle Sachen aus Knete machen. Ich hab eine Idee. Los, dreh dich um. Was machst du denn? Ich nehm Klebe aus dem Pakomat. Alles klar. Spring rauf. Wird das halten? Ja, na klar wird's das. Jetzt kommt die Lampe dran. Das geht nicht ohne einen richtigen Pakomat. Deiner wird schon gehen. Tidisch. So, was wollte sie noch reparieren? Das Aquarium. Spring rauf. Ähm, wo ist denn das Leck? Hier, an der Stelle tropft es. Ja, dieser Schlauch wird eine Menge Knete brauchen. Gib mir den Rest deines Pakomaten. Sicher. Und hier ist ein Souvenir. Fix und fertig. Was ist fix und fertig? Wir haben alles schon repariert. Und womit, wenn ich fragen darf? Knetmasse. Ha, Knetmasse kann doch nichts zusammenhalten. Doch, die hält schon. Betten nicht? Okay. Ah, es ist explodiert. Was in aller Welt ist hier los? Das Wasser läuft über. Macht genau, was ich sage. Und keine Panik. Wusstet ihr, dass es möglich ist, Knetmasse bei euch zu Hause herzustellen? Ihr müsst nur dieses Rezept aufschreiben. Ihr benötigt eine Tasse Mehl, eine halbe Tasse Salz und eine halbe Tasse Wasser. Mischt nun das Salz mit dem Mehl und gebt das Wasser nach und nach dazu. Und jetzt alles gut vermischen. Was sagt ihr nun? Dass es aussieht wie Teig? Ganz richtig, denn genau das ist es auch. Nur essen kann man die Masse nicht. Dafür ist sie viel zu salzig. Aber Dinge daraus formen, das könnt ihr gewiss. Wenn ihr eventuell bunte Knetmasse haben wollt, dann gebt einfach Wasser oder Lebensmittelfarbe dazu. Das wär's. Eure Knete ist bereit fürs Formen. Vergesst nicht, wenn ihr fertig seid, eure Figuren in der Sonne trocknen zu lassen. Auf diese Weise werden sie schön hart und sind lange haltbar. Gerade noch rechtzeitig. Habt ihr etwa auch die Lampe mit der Knete repariert? Aha. Und den Haken auch. Das war keine gute Idee. Aber wir waren echt schnell. Hey, ganz genau. Ihr habt euch echt eine Medaille verdient. Ihr seid Helden. Im Ernst? Selbstverständlich. Und hier ist sie. Eure Medaille. Ja, aber die ist ja aus Knete. Sie passt wirklich zu eurer heroischen Tat. Der Fahrstuhl. Papus, Masia, beeilt euch. Warum? Tom Thomas will nämlich in den Zirkus. Na und? Wir wollen mitkommen. Dürfen wir? Die Antwort ist nein. Zwei Kinder ohne eine Aufsicht? Wieso denn ohne Aufsicht? Was ist mit Tom Thomas Eltern? Wir passen auf. Keine Sorge. Sie werden uns nicht bemerken. Hm. Na, wenn Tom Thomas Eltern dabei sind. Wow, wir dürfen gehen. Wartet doch. Ich hab gar nicht Ja gesagt. Ach, tja. Simka, Nolik, wo seid ihr? Könnt ihr euch beeilen? Tom, Thomas, wir müssen los. Ich bin gleich da. Da sind wir. Klettert in meine Kapuze. Ah, da freut sich jemand auf den Zirkus heute. Oh. Oh. Hä? Was ist denn passiert? Ich glaube, der Fahrstuhl steckt fest. Keine Sorge. Hm, hm. Hier ist der Notruf. Ähm, wir sind im Lift stecken geblieben. Ja, verstanden. Bitte warten. Wir kümmern uns darum. In einer Stunde. So lange? Das heißt, wir kommen nicht rechtzeitig zum Zirkus. Tom, Thomas, wir holen Papus und Marcia. Sie werden ihn reparieren. Menschen brauchen Fahrstühle, um in die oberen Etagen hoher Gebäude zu kommen. Wenn jemand in einen Fahrstuhl tritt und einen Knopf drückt, startet der elektrische Motor des Fahrstuhls. Er zieht am Kabel, das an der Fahrstuhlkabine befestigt ist und der Fahrstuhl fährt zur gewünschten Etage. Das Kabel hängt über einem Rad und es hat normalerweise ein schweres Gegengewicht am anderen Ende hängen. Dieses Gegengewicht gleicht den Fahrstuhl aus und hilft dem Motor, seine Aufgabe zu erledigen. Hm, ich frage mich, was der Grund ist. Ich glaube, ich sehe da drüben etwas, was feststeckt. Ah, sieht so aus, als hätten wir den Grund. Wir müssen es sofort reparieren, sonst kommen wir nie rechtzeitig zum Zirkus. Wisst ihr, wir machen unseren eigenen Zirkus. Meine Damen und Herren, möge die große Fixie-Show beginnen. Und nun sehen Sie unsere Hochseiltänzerin. Oh je, sieh nicht runter. Also schließe ich jetzt die Augen und sehe nirgendwohin. Jetzt präsentiere ich den fantastischen Trapezkünstler. Hoppla! Hoppla! Hopp! Hoppla! Die nächste Nummer, die Kraftmenschen Ich weiß, was zu tun ist Mit der todesdrossenden nächsten Nummer Schaut alle hoch Masia, wohin gehst du denn? Hoch zum elektrischen Motor! Wisst ihr, wie man sich auf die richtige Weise in einem Fahrstuhl verhält? Erstens sollten kleine Kinder nie alleine in einen Fahrstuhl steigen. Sie sollten nur mit ihren Eltern gehen oder anderen Erwachsenen, die sie gut kennen. Der Erwachsenen sollte immer zuerst in den Fahrstuhl steigen und dann erst das Kind. Steigt man wieder aus, ist es andersrum. Erst das Kind und dann der Erwachsene. Geht man mit einem Hund in den Fahrstuhl, muss man aufpassen, dass sein Schwanz oder die Leine nicht stecken bleiben, damit sie nicht in der Tür hängen bleiben. Und noch etwas. Sollte der Fahrstuhl plötzlich stehen bleiben, aus irgendeinem Grund, versucht nicht selbstständig herauszukommen. Drückt den Knopf, der das Notfallzentrum anruft und wartet auf die Hilfe der Fahrstuhlreparatur oder auf die Fixies. Habe den Motor erreicht! Schalt ihn an! Oh, sie haben ihn repariert. So schnell. Jetzt schaffen wir es. Es gab keinen Grund zur Sorge. Stopp! Das ist viel zu hoch. Sonst haben es geht zum Zirkus. Ohne uns. Kein Grund, sich aufzuregen, Nolik. Unser Zirkus war genauso gut wie ihrer. Stimmt's, Papus? Selbstverständlich! Danke! Danke? Äh, wem danken? Was meinst du, wem? Na, der Fahrstuhlreparatur. Die Gebrauchsanleitung Funktioniert nicht. Versuch es vielleicht andersherum. Siehst du die Gebrauchsanleitung? Warum sollte ich? Anleitungen sind für Deppen. Ja, Anleitungen sind für Deppen. Na gut. Ah, was ist los? Ah, eine Batterie! Gebrauchsanleitungen zeigen uns, wie wir etwas richtig machen. Anweisungen für Möbel zeigen uns, wie man die Teile zusammenbaut. Mit der Anleitung eines Fernsehers können wir Bild und Ton so einstellen, wie wir wollen. Die Anleitung auf der Haferflockenpackung erklärt uns die Zubereitung. Die Packungsbeilage von Medikamenten sagt uns, wofür das Medikament da ist und wie man es richtig anwendet. Also lest immer die Anleitung, wenn ihr Dinge richtig machen und Probleme vermeiden wollt. Ich hab sie! Da ist sie! Hier, Tom Thomas! Wow! Wir haben dir einen neuen Stuhl besorgt. Aber er muss zusammengebaut werden und ich fürchte, das wird etwas schwierig für dich. Wird es nicht. Keine Sorge, Papa. Ich schaff das. Schaffst du's bis zum Mittag? Dann gibt's heute Abend Eiscreme. Eis am Stiel. Oder zwei. Bau erst den Stuhl zusammen. Tom Thomas! Kann ich dir helfen, den Stuhl zusammenzubauen? Na klar! Hey! Erst müsst ihr die Anleitung lesen. Ach, Simka! Sei doch nicht so eine Langweilerin! Als ob ich noch nie einen Stuhl gesehen hätte. Oder als ob ich noch nie einen gesehen hab! Ich bin ein Blatt. Thug des Stuhl! Ich bin gleich! Ich bin gleich! Und als ob ich noch nie einen Stuhl zusammenbauen muss, Inte so eine Bloom-Roll. Ich bin leid, den Stuhl. Ich bin nehm. Ich bin jetzt in den Brarten. Dann bin ich lastig! Ich bin der Stuhl. Ich bin der Stuhl. Ich bin besorgt, ich bin aus dem Chip. Ich bin ich noch nie. Ich bin, das Gericht. Na, Tomtomis, bist du fertig? Das Essen wartet. Na los. Oh, Papa, nein. Ich brauche noch zwei Minuten. Simka, hilf mir. Wie? Was steht genau in der Gebrauchsanleitung? Ha, ich dachte, du würdest das ohne dich schaffen. Ha, okay, ich helfe dir. Mal sehen. Nimm das Teil dort und dieses da drüben. Nolik, hol eine Schraube. Nein, die längere. Die ist da drüben. Die ersten Stühle und Bänke gab es schon im alten Ägypten. Der Thron des Pharao war besonders, denn er hatte eine Lehne. Man nimmt an, dass der Thron des Pharao eigentlich der erste Stuhl war. Lange Zeit war ein Stuhl ein Luxusgegenstand. Reiche Edelmänner brachten ihre eigenen Stühle mit zu festen. Je wichtiger der Mann, desto höher war seine Stuhllehne. Erst im 19. Jahrhundert wurden Stühle Teil eines normalen Haushaltes. Heute gibt es so viele verschiedene Stuhlarten. Holzstühle, Plastikstühle, Metallstühle, Barhocker, Rollstühle, Klappstühle, Babystühle, alle möglichen Arten von Stühle. Nun, wie soll man auch am Tisch sitzen ohne Stühle? Ich glaube, wir schaffen es. Schraub ist fest, schnell! Nolik, wir brauchen noch eine Schraube. Aber es gibt keine mehr. Doch, du musst sie finden. Ich hab schon überall gesucht. Tom Thomas, die Zeit ist um. Nolik, hilf mir doch. Wie? Nur eine Minute, das reicht. Werde zur Schraube. Wenn es nur eine Minute ist, mach ich es für dich. Ich bin fertig. Das warst du? Hm, gut gemacht, Sohn. Mama, ich habe die Wette gewonnen. Kannst du das glauben? Er hat den Stuhl zusammengebaut. Super gut. Na los, setz dich. Oh! 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 Ah, jetzt sehe ich es. Da fehlt eine Schraube. Aber ich hatte sie reingeschraubt. Sie muss sich, äh, muss wohl... Was? Muss wohl was? Sie! Da ist sie. Ah! Ah! Jetzt steckt die Schraube wirklich fest. Und das versprochene Eis hast du jetzt verloren. Nun denn, Herr Stuhlbauer. Kommst du essen? Ja, in einer Sekunde. Okay. Wo ist dieser Nullik? Der ist weggerannt. So ein Verräter. Ist er nicht. Er hatte dir versprochen, für eine Minute zur Schraube zu werden und die Minute war vorbei. Und wo ist er jetzt? Da drüben. Er liest sich die Anleitung für die Uhr durch. Hey, Tom Thomas. Anscheinend haben wir die falsche Batterie genommen. Wir hätten so eine nehmen sollen. Siehst du, Tom Thomas? Wenn du kein Depp sein willst, lies die Anleitung gut durch. Die Türklingel Nullik! Nullik! Was machst du denn da? Ich pfeife mein Lied. Willst du dieses Lied etwa pfeifen, bis Tom Thomas wieder da ist? Er ist doch gerade erst für eine Woche weggefahren. Und wir erwarten Gäste. Erinnerst du dich? Welche Gäste? Ich habe alle eingeladen. Die Klasse? Ja! Klasse! Schlafen die da drin etwa, oder was? Erst laden sie uns ein und dann machen sie einfach nicht auf. Dann gebe ich das Geschenk halt euch. Äh, Feuer. Vielleicht probierst du es jetzt nochmal? Wenn sie kommen, läuten sie an der Tür. Warum denn? Weshalb machen sie es nicht wie immer und klettern durchs Schlüsselloch? Auf keinen Fall. Heute läuft das anders, Nullik. Sie sind nämlich unsere Gäste. Ah! Die Gäste klingeln draußen und die Gastgeber lassen sie rein. Äh, es läutet nicht. Glaubst du, die Türklingel ist kaputt? Ich sag, wir reparieren's. Bevor wir irgendwas reparieren, müssen wir wissen, was nicht in Ordnung ist. Erst reparieren wir sie und dann werden wir es wissen. Früher in den alten Zeiten haben die Leute eine Glocke mit einer Schnur über ihre Tür gehängt. Und Gäste haben daran gezogen, damit es klingelt. Heute sind Türklingeln elektrisch und machen verschiedene Geräusche. Einige summen, andere klingeln und einige zwitschern wie Vögel. Die Töne kommen aus einer Schachtel innerhalb des Hauses, die Glocke genannt wird. Um die Glocke zu läuten, drückt man einen Knopf, der außen angebracht ist. Der Knopf funktioniert so wie ein Lichtschalter. Aber anstatt Licht zu machen, macht er Geräusche. Werder, hilfst du mir mal? Ich sollte darüber nachdenken. Ja. Simka! Glaubst du, deine Gäste kommen überhaupt? Simka! Tula, hallo! Die Türklingel funktioniert nicht. Sie ist wohl kaputt. Seltsam. Heute Morgen ging sie noch. Nolik, komm mit. Erst prüfen wir die Kontakte. Ja, gut und fest. Okay, jetzt den Lautsprecher. Oh, der Lautsprecher geht. Vielleicht gibt es ein Problem mit der Elektronik. Und was, wenn wir die Drähte abtrennen und auswechseln? Was passiert dann? Gleich werden wir es wissen. Weißt du was? Wir sollten die Drähte direkt miteinander verbinden. Ist das nicht gefährlich? Wir werden es sehen. Keine Sorge, noch ist nichts passiert. Feuer, er ist die Maschine unserer Klasse. Er ist der Schnellste, der Wendigste und der Mutigste. Feuer kann nicht mal eine Minute lang still sitzen. Er ist immer auf der Suche nach Abenteuern. Ständig brennen neue Ideen in seinem Gehirn. Und deswegen heißt er Feuer. Aber weil seine Ideen nicht immer gut sind, hat er ständig schrammeln und Beulen. Er muss immer übertreiben. Ihm ist einfach nicht zu helfen. Wenn er eine brandneue Idee hat, dann vergisst er sogar manchmal die Schule. Großfix bestraft ihn dann. Das scheint Feuer nicht weiter zu stören, weil ihm sogleich ein neuer Plan durch den Kopf geht. Um ehrlich zu sein, ist mir Feuer am liebsten von all den Jungen aus unserer Klasse. Es ist einfach nie langweilig, wenn er dabei ist. Hey, ihr da unten. Ich weiß, warum es nicht funktioniert. Na dann sag es uns doch. Im gesamten Haus gibt es keinen Strom. Und deshalb funktioniert die Klingel nicht. Wow, 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 wow. Und jetzt? Können wir nicht wie echte Gäste zu Besuch kommen, bis der Strom wieder geht? Und wann wird sie wieder gehen? Weiß nicht. Es könnte viele Stunden dauern, Leute. Oh, der Strom ist zurück. Genug geläutet. Ich Feuer, hör auf rumzualbern. Er albert gar nicht herum. Ich bin's nicht, klar. Wer klingelt denn dann? Keine Ahnung. Aber ich weiß es. Die Türklingel läutet, weil Feuer die Drähte miteinander verbunden hat. Stimmt, aber ich mach's gleich mal heil. Hm, deine Gäste sind echt laut. Ja, Gott sei Dank sind die Menschen grad nicht zu Hause. Hallo. Hallo, liebste Gäste. Treten Sie bitte durch das Schlüsselloch herein. Also, sollen wir reingehen? Wohin? Nein, ins Haus. Nee, das machen Gäste doch nicht. Was sollen wir dann tun? Echte Gäste läuten nämlich an der Tür. Okay, haltet mich fest. Epa. Ha ha ha. 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 Vielen Dank.